herzlich willkommen auf dem kanal des hundes heute mal nicht auch viel auf online wir müssen mich ein bisschen warten ich habe jetzt mich dazu entschieden den stream zu starten ich habe jetzt schon ganze zehn minuten verschoben problem ist gerade disco ist dauernd unsere white list auf dem server läuft über disco kann sein sogar zwei stunden dauernd ist das habe ich mir gedacht kommen scheiß drauf ich gehe auf einen lokalen server und ja ich bin jetzt auf dem lokalen server drauf und ich kann euch wenigstens was cooles zeigen was ihr noch nicht kennt und ja das ist erst mal ein bisschen ein spieler sag ich mal so zum zwischending ich hoffe dass das verarbeit funktioniert dass wir wieder drauf können grüße geboten aus an discord weißt du einfach zehn minuten bevor ich live gegangen wäre das war um 20 30 30 live gegangen habe das kommt einfach gesagt nie oder wir gehen heute mal dauernd eure white list da kacken heute mal drauf und ja das heißt ein bisschen warten leute aber ich denke mal in paar minütchen dass wir dann auch auf dem hauptzimmer zocken können und ja weil es sind gerade so viele leute da ich habe gedacht komm ich schalte es einfach ein und ich bin jetzt ihr seht ich bin nicht mal karl heinz wer ist das nochmal stefan 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 ist das mit stefan stefan da können wir auch ein bisschen spaß haben so auf jeden fall ich zeige euch heute passt auf trommelwirbel bitte weil es jetzt ein ausnahmestream ist das 1 zu 7 mlo an dem ich gerade arbeite im interior und so weiter also das sieht erst mal die ersten einblicke wie es aussieht wo ich schon ein bisschen daran gearbeitet habe weil der ollie moin moin kennst du dich doch kuss kuss 25 euro für den 2 und 25 runden für dich mein lieber kuss getraut an ollie da ollie klar bist du wieder dabei der einzelne sie mal mit dem fugen das heißt ich darf ich darf die ganze 25 euro behalten wir haben mit anderes schön essen zum geburtstag so äh zinslinkes ohr dank für zwei eurenchen dann wie sie dann für zwei euro sirenenpack installiert wir können es gleich mal testen auf dem server hat keine ach so ich kann ich kann nicht mein auto sparen ach nee warte mal ich habe ja mein modmenu hier ja warte mal ich kann ich kann tatsächlich wartet mal wo ist es denn da kann ich euch das mal zeigen ob ich mein pack installiert habe oder nicht aber super erstmal einsteigen punkte okay falsches auto ja es ist installiert aber da sind mal andere sirenen auch noch dabei falls ihr die mal hört aber man hört das sind auf jeden fall neue so ist es kuss getraut sirenenpack ist heute installiert tatsächlich genau die frau hartmann ist auch dabei kuss getraut stone man abend wie geht es mir geht es sehr gut nico ist dabei wie geht es dir dankeschön nico für ein fuwi haut da raus mir geht es sehr gut bis auf das discord nicht mehr funktioniert heute aber ich hoffe dass das das regelt sich in den nächsten minuten so wisst ihr was wir fliegen mal rüber zum 1 zu 7 gebäude weil das kann ich euch wenigstens zeigen in der zwischenzeit was wo gerade gearbeitet wird dass ihr mal ein bisschen fortschritt sehen könnt weil die ein oder anderen interessiert es ja sicher wie eins ich wollte es eigentlich noch ein bisschen geheim halten habe ich dachte mir kommen es ist ja noch nicht ganz fertig es ist vielleicht kommen wir auf irgendwelche ideen auf die ich vorher nicht gekommen wäre so gut wir gehen gleich rein dann zeige ich euch das gleich mal wie das dabei aussieht und ich muss mal gucken wer hat hier nico alter wie geht es mir unglaublich war ein fuwi donatet ich muss doch ganz schön vorlesen hier nämlich you stupid dank fürs wird werden vorhin sucht xx sucht es auch dabei moin meine erste spende und bis zu spät ja ich konnte nichts dafür heute leon hast du ein tattoo oder piercing bekomme ich ein herzregen kuss getraut tattoo oder piercing ich habe keins von beiden aber leon kuss getraut ich kann es kann herzregen machen ich mache einen später auf deinen nacken lena endlich wieder karl heinz ja wenn karl heinz heute überhaupt kommt auf jeden fall also wir kriegen das heute sicher hin dass karl heinz da ist wir ich denke mal so discord wird noch so ich denke mal zehn bis 20 minuten dann können wir auf dem rl oster war zocken leute gibt mir so zehn zwanzig minuten wie discord ich bin ja nicht daran schuld heute heute bin ich mal wirklich nicht schuld dass ich zu spät bin ich war heute richtig gut vorbereitet weiß ich habe heute extra den stream eine stunde vorhin angekündigt mache ich sonst nie sonst immer so zehn zwanzig minuten vor heute mal eine ganze über eine stunde ich habe eine stunde 30 davor schon angekündigt und dann geht alles in die horse es ist halt immer so es geht dann immer alles in die horse wenn ich das mache jedes mal wenn ich cool vor bereitet wird funktioniert nichts so wir gehen gleich rein ich gehe noch hier ganz schnell durchlesen dann gehen wir gleich rein leute nur ltv auch wieder zu spät und ich sollte marioana grüßen war marioana auf jeden fall der richtige name von buddy by the way buddy buddys charakter ist so ich frage mich warum so sehr danke fürs wird werden lila nina dank für 90 cent razy x bitte grüß mich heiße adrian grüßmann adrian jawohl gewissen habe dich auf insta markiert bei mir kosten dünner 35 euro bruder never never alter razy x aber schaut schaust du tatsächlich seit du acht bist schaust du mich ja bruder da muss ich mal los so wir gehen mal rein leute dann gucken wir uns mal das neue gebäude an für den ersten alles aber ganz schön laut hier drin so hier sind wir bei der way wundert euch nicht da sind noch gäste drin ja die sind später nicht da ja bitte diese leute nicht beachten also neues 1 7 interior schreibt auch gerne rein auf was ihr bock habt spotify geht auch nicht spotify auch dann auch alles alles da und so also hier das neue 1 7 wohnzimmer das gucken wir uns gleich mal an da klatscht sogar die dame also die leute die hier gerade alle sitzen die sind dann später nicht im spiel enthalten ja das ist dann die sind dann nicht da wenn es dann auf dem rlo server ist also so sieht jetzt insgesamt mal das wohnzimmer aus also davor waren ja hier überall die uralt möbel von omo rieke die sind jetzt alle weg es sieht modern aus guckt euch den boden an neuer parkettboden ist drin die ganzen texturen sind komplett neu also seht die wandtextur ist komplett new das erkennst du nicht mehr wieder ich überleg noch ob ich hier die türen auch schwarz mache wie die umrandung hier das war die hier auch noch schwarz machen wenn hier so ein kleines auto entsteht hier da gibt es hier einen schönen großen fernseher wo man später auch sachen abspielen kann dann hier so eine kleine wall paar rolex ohne hier rumgucken viel moderne kunst ein telefon bisschen was zu schreiben und das leute das ist das geile da ist der fahrstuhl der fährt dann runter in 1 zu 7 ja das fährt dann ins 1 zu 7 keller gebäude rein aber da überlege ich noch ob ich den ein bisschen verstecken soll weil das ja offensichtlich ich glaube ich werde davor noch irgendwas hinstellen so bisher kennt ihr diese diese türen diese versteckten türen von wie nennt man sowas buchkasten wie nennt man einen buchkasten ein bücherregal mein kopf rotiert mal wieder buchkasten was ist ein buchkasten ein bücherregal meinte ich so dann hier die küche auch erneuert ich überlege noch bzw ich bin mir sehr sicher dass ich noch die textur ändern werde von den von dem holz look das ist mir etwas zu dunkel da machen wir helleres graues holz dran aber die küche sieht auch schon etwas moderner aus dann hier der s bereich der ist noch nicht fertig ja der ist noch komplett im aufbau der da fehlt noch viel also hier fehlt noch ganz viel links und rechts wir so ein bisschen mehr sachen reinbringen hier ist dann auch noch der teller nicht ganz richtig der teller in der mitte der ist ein bisschen dunkel ja der s bereich wird auch noch ein bisschen schöner gemacht das ist noch nicht fertig wie gesagt das ist ja auch noch die ganzen kunstwerke hier das ist noch komplett leer da kommt da noch was also so sieht es mal von innen aus das war das erste dann zeige ich euch noch was aber da gehe ich extra gehe ich jetzt mal hier raus dass wir uns das von der seite angucken können so passt mal auf wir gehen mal hier rein das meine lieben damen und herren ist der legale laden von 1 zu 7 ihr wisst ja wir sind ja eine saugstaub geben was darf nicht fehlen da ist er der saugstaub ist wieder im spiel hier verkaufen wir die sachen auch kleine saugstauber gibt es bei uns in der firma und das ist unser ich sag mal deck shop unser legaler shop hier können die leute einkaufen gehen die polizei wird nichts erfahren von unseren illegalen machtenschaften hier werden trotzdem die sachen auch abgewickelt dies das kommst du rein und sagst ja ich brauche mal einen großen saugstaub ich brauche einen kleinen saugstauber code word aber so immer hier können sich dann die leute hinsetzen können auf ihre ware warten was auch immer und ja das hier meine lieben damen und herren ist halt ja die neue saugstaub geben ja und koca gehen der kleine shop der halt ich habe ja gesagt wir machen den shop rein und der ist jetzt da wir haben shop im haus genau das ist der shop und dann geht es halt hier wieder rein so hier in den ganzen räumen da ist noch nichts da sind eier drin die ich da platziert habe damit ich weiß dass das der richtig definierte raum ist jetzt kommen wir mal zu dem bzw das war ja unten mein büro genau stimmt das wisst ihr ja gar nicht das wisst ihr nämlich in letzter zeit gar nicht mehr so die ganzen räume sind noch komplett leer da kommen noch sachen rein die sind noch nicht fertig hier oben natürlich auch alles modern der einzige raum der oben schon halbwegs gemacht ist ist mein büro das ist nämlich hier das war mein altes schlafzimmer hier ist das guten tag die dame hier ist das 9107 hauptbüro mit geiler aussicht ja was mir aufgefallen ist ich zeige es euch mal kann man durch schießen das müssen wir irgendwann noch kugelsicher machen und jetzt kommen leute rein ja egal ihr wisst bescheid jedenfalls das ist das 1 zu 7 büro schreibt gerne wie ihr das findet das neue 1 zu 7 büro für den bosse hier auf der modellautos am start hier kannst du direkt mal den vertrag unterschreiben wenn sie hier bist und es ist auch noch nicht ganz fertig hier fehlen noch sachen ihr seht hier ist etwas blank da kommen auch noch sachen hin da kommt vielleicht noch ein fernseher und so hin und kleine bar oder so naja so gehen wir hier mal runter jetzt kommt eigentlich der beste bereich der eigentlich schon komplett fertig ist ich sage ich sage ich den jetzt mal da werdet ihr jetzt mal staunen ja der beste bereich kommt jetzt hier unten nämlich dass auch jetzt kommen die dann nicht ernsthaft oder gehen mich an ich hoffe die gehen mich jetzt nicht an ich schau mal geht das kommt eigentlich schon wieder oder ist es nur immer da und ja das konnte es nur immer da ist es die brauchen heute viel ich glaube die werden vielleicht eine stunde brauchen heute ich weiß es nicht so hier auch alles neue die wände gucke ich mal die wände an viel heller der untergang geiler boden auch wie im haus so und jetzt komme ich hier unter in den weinkeller und ihr seht schon es ist keine tür unten es ist keine tür mehr hier unten es ist ein weinkeller es ist einfach ein weinkeller und pass mal auf wir gehen jetzt hier lang hier ist noch kein schloss dran oder so aber geheimtür öffnet sich ist das nicht geil leute hier ist keine normale tür mehr hier ist eine geheimtür die man dann später abschließen kann und das ist dann der weinkeller der wird auch noch vielleicht ein bisschen schöner gemacht es ist halt alles noch nicht fertig und das hier geheimtür ja rein ins eins zu sieben bereichen so das wieder ignorieren natürlich die ganzen eier die hier sind die sind fürs def machen also damit man weiß welcher raum richtig definiert ist hier hat sich eigentlich nichts verändert kinosaal ist eigentlich fast eins zu eins gleich geblieben ja sieht fast gleich aus bis auf die boxen hier oben habe ich neu reingemacht ja hier fehlt noch ein bisschen was ja das hat auch nicht ganz aber sieht fast gleich aus wie davor sonst hat sich ein bisschen was geändert ihr seht auch schon hier ist so ein kleines so eine kleine keycard die man hier reinstecken kann das ist ganz cool das hier ist der neue waschraum mit tür die hier aufgeht da war ja früher die waffenkammer falls ihr noch daran erinnern könnt also das hier war waffenkammer hier ist jetzt der waschsalon fand ich besser weil es ist ein kleiner raum fürs waschen brauchst nicht so viel platz geldruck maschine aber nicht mehr weil der geldrucker der hat ja keinen sinn gemacht wenn wir nie geld gedruckt oder soll so hat gibt es noch eine waschstraße wie hier über das geld frisch gewaschen richtig ob jetzt mal wieder und hier gibt es den ich sag mal business table genau mit einem schönen neuen bürostuhl ich finde die stühle richtig geil das sind die aus diesem neuen update da gab es neue büros direkt reingeballert die dinger so dann jetzt kommt die dieser raum wird euch richtig umschmeißen leute dieser raum wird euch umschmeißen so ich will jetzt dass der chat weiß was hier drin ist schreibt mal bitte der chat rein was glaubt ihr ist hinter dieser tür schreibt es rein ich bin jetzt gespannt ob ihr drauf kommt dieser raum ist heftig ja es ist keine waffenkammer leute das ist nicht die waffenkammer ist was anderes da sind auch keine anbausachen aber ihr dürft jetzt wirklich raten was hier drin ist das ist das heftigste was ihr jemals sehen werdet ist kein scheiß leute aber ich schaue jetzt was der chat reinschaut was ihr glaubt was da hinten drin ist ihr dürft jetzt raten leute ihr dürft raten wirklich der heftigste krasseste scheiß den wir jemals hatten auf erde nur das 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 da lege ich meine hand für ins feuer nee da müssen wir anders sagen dafür lege ich meine feuer ins hand genau dafür lege ich mein feuer ins hand so der chat darf jetzt raten leute hinter dieser tür verbirgt es sich es ist es ist riesengroß es ist ein riesengroßer raum riesig jetzt kommt jetzt kommt der trommelwirbel der trommelwirbel ist real gerade darf ich euch zeigen ach komm wir gehen rein okay drei zwei eins ein ei in der ecke ist dieser raum nicht geil leute es ist der krasseste raum dem ehemals okay ich habe euch nur verarscht das ist extrem ich habe euch einfach komplett verarscht die leute der raum da ist noch nichts drin da weiß noch nicht was ich reinmache könnt ihr auch reinschauen was sie daraus machen sollen ich habe euch jetzt nur gerade hops genommen alles gut das ei was in der ecke sitzt nee alles gut ich habe euch nur gerade hops genommen der raum ist noch nicht fertig sorry leute sorry aber in dem raum hier hier ist was geiles drin so passt auf also hier ist was geiles drin gut hier ist jetzt der waffenraum hier ist die waffenkammer so shisha war ich hoffe die leute ich habe euch richtig hops genommen gerade ich darf ich auch mal hopsen ja ich darf ich auch mal hopsen das ist das habe ich jetzt verdient so hier passt auf tada das meine lieben davotären ist die neue waffenkammer mit waffenverkauf hier guckt euch das an mit custom props ich habe extra custom props gemacht die man hier reinsetzen kann ihr seht das sind die waffen die es auf rlo gibt hier die scar die ak 47 glock 17 glock 18 m4 a1 paar messerchen paar handschellen dies das ananas schwert das gibt es nicht das muss ich sagen hier dieses schwert haben wir nicht hier gibt es eine aog und die p90 alles dabei was wir eigentlich so verkaufen die sachen hier verkaufen ich auch nicht das ist jetzt so zu ziele weil noch ein dings frei war hier zum chillen kleiner fernseher dabei hier so eine wand mit ein paar waffelchen auch waffen die wir nicht verkaufen die einfach nur zu ziele da hängen hier ein taschenrechner wenn wir was ausrechnen müssen hier noch eine kleine station zum waffen zusammenbauen was auch immer hier auch noch munition und alles und auch noch mal kleine wäffelchen die da drin sind darf nicht vergessen der raum finde ich ist im ganzen haus so finde ich der geilste raum ist einfach ein geiler ich sag mal verkaufsraum das ist das ist keine waffen kammer mehr dass es eigentlich ein waffenshop so wie das jetzt aussieht das ist jetzt wirklich ein richtig krasser waffenshop ich überlege auch noch ob ich hier ein bisschen was an der deko noch machen so vielleicht ein paar plänzchen da fehlt ein bisschen was finde ich aber mein gott oder vielleicht hier mal den boden bisschen anders machen aber ich finde der raum hier ist finde ich irgendwie ganz schön geil weil komm du kommst hier runter und hast im keller einfach eine waffe und waffenshop ein hauseigen waffenshop einfach jetzt hier rein guck dir das an das sieht einfach nur geil aus hier die ganzen waffen ausgestellt ist halt echt geil also mein lieblingsraum besetzt im ganzen haus ist das hier auf jeden fall und ja soviel zum keller keller ist so gesehen das ding was am meisten fertig ist ja es ist noch nicht ganz fertig aber das ist das was am meisten fertig alles andere ich mein wohnzimmer hier das ist an sich relativ gut fertig geworden ich habe mir hat voll erschrocken wer hier ist ich bin gerade auf dem privatserver ich hab mich gerade voll erschrocken ich dachte wer ist denn das ne ähm gut und ihr seht auch vielleicht es sieht sehr ähnlich aus wie hier oben das fand ich auch ganz lustig schau mal hier so das ist unser legaler shop und ist dann der illegale shop so verpissen sie sich bitte ja und oben habe ich sonst leider nichts mehr gemacht also oben fehlt noch ganz viel bis auf der eine da ist sonst nichts gemacht ich überlege noch ein casino hinzubauen vielleicht hier so ein paar tische zum pokern und so ja und hier vielleicht ein schlafzimmer master bedroom und hinten kommt ja noch wohnzimmer und so rein und hier war ich weiß ich auch nicht was reinkommt vielleicht noch ein zweites büro habe ich mir überlegt hier so ein büro wäre geil ne was schon mal hier die aussicht hier runter ist schon nice also wenn dann hier vielleicht noch ein büro rein weil das ist dann gegenüber liegen von meinem büro ja gut dann machen wir hier ein büro rein genau zweiter büro raum und hier kannst du auch noch zimmer und alles was ist es jetzt wirklich wir können jetzt alles draus machen an sich so gehen wir mal runter ist eigentlich jetzt ist schon fertig ich hoffe discord wir laden sie also das konnte so immer dauern was soll man in der zwischenzeit machen wenn das ein disco down ist also jetzt real talk was soll man denn machen dabei weil das habe ich noch mal gezeigt wie das hier aussieht wir könnten weiterarbeiten an dem ding aber finde ich auch nicht gut wieder schreit da drin ich könnte noch auf einen test test aber gehen auf nicht lokalen server und ich mal die hut zeigen aber da bin ich noch nicht fertig dass da fehlt nur sehr viel ich glaube das zeige ich auch noch nicht weil hier auch noch sehr viel fehlt das haus ist zur ich sag mal ein viertel vielleicht fertig wenn ich wenn ich ja doch ein viertel ein viertel mit dem keller unten ja doch ist ein viertel fertig das haus und hier da überlege ich auch noch ob ich da vielleicht auch noch was neues reinballer weil sieht zwar geil aus so aber vielleicht machen wir noch was custom mäßiges rein mal gucken weil das ist jetzt auch nicht überarbeitet ja fortnite wir sollen heute fortnite spielen leute wer hätte heute auch richtig bock auf ein bisschen fortnite wer hätte da eigentlich voll den bock eine runde fortnite wer ist dabei ja alter spotty fällt auch da und ja weißt du was das krasse ist einfach warte discord ist heute pass auf ich geh mal rauf seit einfach mal seit seit fast einer stunde dauern einfach mal fast eine stunde ich will gar nicht wissen was die jetzt an einbußen haben die die oder spotify ist ja auch da oder die die machen jetzt richtig minus geschäft aber wenn spotify auch da ich frage mir nur hatte spotify ist da und discord ist gehören die zusammen weiß dass jemand die tiefgarage bauen das wäre geil also jeden tiefgarage wurde ausbauen das war schon geil aber wir haben ja ja wobei hätten schon platz aber ich glaube das wäre sonst ein bisschen blöd wegen einpackung so so ein fahrstuhl muss ich noch mal gucken dass wir den halt woanders hin machen das geile ist ja der fahrstuhl der geht halt hier wirklich warte ich muss mir mal hier was z y y so und so pass mal auf der fahrstuhl der geht hier auch wirklich ja genau danke dafür ja das ist weil ich fliege zu schnell ich muss ein bisschen so langsamer schau mal der fahrstuhl so zack fährst halt hier wirklich runter das ist das geile fährst hier wirklich runter also da wo der fahrstuhl oben ist kommst du wirklich unten an auf das habe ich geachtet das sind so die details leute das sind einfach die details ja ich könnte auf den testserver gehen auf dem testserver könnte ich ein paar sachen zeigen noch aber hier habe ich jetzt alles gezeigt hier ist nicht auf dem server ist nicht mehr drauf außer dieses mlo was da drauf ist mehr habe ich hier gar nicht drauf auf dem ich könnte wie gesagt auf einen anderen testserver da müsst ihr ein bisschen was einstellen weil da haben wir auch diese discord whitelist drauf da müsste ich die whitelist umstellen können wir da dabei rauf als karl heinz wenigstens ja wisst ihr was wir gehen auf dem anderen server ich könnte hier mal raus by the way wie findet ihr mein neues hintergrund bild findet das geil oder findet ihr das geil ja passt auf leute machen es folgendes wir gehen auf dem zweiter server auf den test test server da mache ich jetzt halt wirklich zack boom da gehe ich schnell ob alle falsche connection das ist auch wieder super erstmal falschen dings connected so da muss ich noch ganz schön was umstellen dass wir überhaupt drauf kommen aber sie mich dieselbe whitelist ausmachen soll schon mal gleich mal discord discord whitelist was sie denn so discord whitelist dann machen wir das direkt mal aus zack und zack und wartung machen wir da an dann können wir wenigstens da mal drauf so zack und zack und test server rackety back einmal neu starten und dann ach ich muss nur wartung starten und das ach egal komm ich start komplett neu an niveau ist auch nicht gut da komm ich verbinde mal und dann ne ich stoppe einfach die ressourcen dann kann ich da direkt drauf schauen muss ich gar nicht viel machen so stopp also ich muss einmal die wartung starten genau damit da keiner drauf kommen kann und die jetzt noch die discord sachen ausstellen alles was mit discord zu tun hat direkt raus damit alles was keine miete zahlt raus so stop und stop discord dann kann ich euch da auch die hut zeigen mal wie die jetzt erstmal aussieht aber das ist halt auch noch in arbeit so man ich will heute den karl heinz die machen leute ich will heute richtig einfach nur karl heinz die machen das geht halt nicht also noch nicht ich hoffe später geht es dann leute ich hoffe später geht es eine 10 von 10 echt jetzt ihr findet das hintergrund ja gut ist auch unser neues unser neues logo wenn du auf real-online.net rein ballast das ist auch unser neues logo so kann ich rein connecten ich hoffe auf dem test server alter bitte connecte rein bitte bitte connecten sie mich sieht gerade nicht so aus dass er mich connecten möchte aber keine ahnung warum ich habe jetzt alles eingestellt Downloading ja das ist nicht das ist nicht gut ja wartet mal ich muss glaube ich nochmal komplett neu rein connecten oder macht er? Ah ne er macht was Downloading Content Manifest und jetzt sagt er Timeout ja danke für nichts Schau nochmal so Verlauf Kann es sein dass 5M jetzt auch down ist irgendwie? Sieht irgendwie so nach aus als wäre jetzt 5M auch down gefühlt ja geil Bruder heute ist irgendwie alles down Probier nochmal connecten kann ja kann ja nichts Leute kann ja nichts schief gehen es kann ja nichts schief gehen heute Wenn schon alles down ist Einziges was heute noch passieren kann ist mein Router heute wieder sagt er geht mal schlafen oder so aber Ah jetzt komme ich rein doch ah ne ich komme nicht rein ne äh stoppt da Downloading Content Manifest und dann schmeißt sie ihn super Perfekt Ich weiß auch nicht mal warum ich kann mal den kompletten Server mal restarten mal schauen was das bringt So warte lass mich aus zu damit jawoll So ein eigen weißt ich kann ich kann höchstens gerade auf meinen lokalen Server drauf das ist halt der Kack Auf den lokalen kann ich rauf aber sonst So dann dann restart ich mal den Server Ne der checkt auch nicht mal dass ich da drauf connecten möchte was unter Lows Restart Ah ne wenn ich jetzt restarte dann startet er ja alles mit Ah komm scheiß drauf Restart confirm Wird schon nicht schief gehen Ob aber kompletter Ereloser beim Pop ist So Joach wir können in der Zwischenzeit ein bisschen chillen Leute Fasmo spielen Channel sagst ja so Fasmo spielen Aber ich will heute eigentlich weiß wenn ich schon GTA Stream mache dann wenigstens GTA ne also Das ist das Wichtige wenn ich schon GTA angebe weil das ist das blöd an YouTube wenn du bei YouTube was streamst musst du Einen Titel eingeben Und du musst Einen Thumbnail eingeben bei Twitch kannst du einfach streamen und ist scheißegal was du grad machst so gefühlt Bei YouTube musst du immer alles direkt machen GTA Royale Das könnten wir theoretisch machen ja aber das äh Problemchen ist der Royale Server der steht nicht mehr und der Spielmodus müssen wir neu drauf installieren Das ist äh eine Problematik So ich hoffe ich komm jetzt auf den Testserver Dann kann ich euch wenigstens ein bisschen was als Karl Heinz zeigen und fahr mal mit Karl Heinz ein bisschen rum Weil dort kann ich dort kann ich noch Karl Heinz spielen tatsächlich da geht Karl Heinz Aber ich komm nicht auf den Testserver und ich weiß nicht warum ne der lässt mich nicht drauf Ich probier mal ein Direct Connect ob er dann mich drauf lässt kann ja echt nicht sein Bruder So Connect und dann die IP Punkt 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 so Ah dann macht er mit Direct Connect ach ja mein Bruder muss los Ach das war das Problem ich hab vorhin nicht Direct Connect gemacht das hat den Das hat den gerade hart getriggert Ach ich bin ein Depp ich hab grad auf den lokalen Server unconnected Ja ist klar dass ich da nicht drauf komm So jetzt kommen wir Leute wir können wenigstens jetzt auf den Testserver drauf Passt auf wartet Passt auf ähm Ah ne komm wir lassen das noch reinladen Also ich komm ich komm auf den Testserver das ist das Gute Da können wir drauf zocken Immerhin etwas Leute immerhin etwas Ja alter Discord seit fast ne Stunde down Bruder Weißt du da willst du einmal einen Stream ankündigen Eine Stunde davor und dann sowas Wenn ich das gewusst hätte Leute Hätte ich heute was anderes gestreamt ohne Scheiß Dann hätte ich gar nicht das ange Weißt du was das Problem ist wenn ich dann ankündige ich mach heute GTA Und dann streame ich was anderes dann kommen 50.000 Fragen Warum spielst du kein GTA Kommt 50.000 Fragen Ich hätte sonst heute was anders gezockt einfach So Karl Heinz rein da so Das kann ich wenigstens als Karl Heinz zocken Boah ich bin grad gestorben beim Spawn perfekt So ähm So Leute passt auf wir sind jetzt auf dem RLO Kopie Server Das ist unser Das hier ist unser Backup Leute So hier sind wir Auf Real Life Online Das ist 1 zu 1 die Server Kopie Nur auf dem Test Server und hier können wir drauf zocken Passt auf ich zeige euch mal was äh Schöne ist wir können jetzt cheaten Weil ich ich hab Ah wobei es Karl Heinz hat Habe ich hier Sachen doch der hat ja alles drüber genommen genau Die ganzen Sachen die Karl Heinz hat aber egal wir fahren da mal hin Ich zeige euch mal die neue Hood an die wir gerade werken Wobei ich nicht weiß ob die jetzt da drin ist weil ich jetzt neu gestartet habe Ich schau mal ob sie drin ist wenn nicht dann nicht Wir fahren da mal hin Wir fahren da mal hin So ich kann auch mal ein bisschen was vorlesen Sorry Leute das Video so lange braucht ihr wisst Bescheid Ich lese alles vor So ich glaube aber Ist sie drin Ja sie ist drin oder Yes sie ist drin Passt auf wir fahren jetzt durch die neue Hood Kleines Preview am Rande Was das neue Gang Update auf RLO bringt Fangen wir mal mit Karl Heinz durch Also als allererstes seht ihr hier vielleicht Schaut euch das mal an bitte Komplette Hood hier Guckt euch das an das ist komplett neu Da ist ein komplett neues Mapping drüber seht ihr das Wisst ihr was hier vorhin war? Da war vorhin die riesengroße Mall diese blaue Wisst ihr noch? Ich meine man sieht es eh noch Hier ist noch der Verkauf der kommt da noch weg Das war vorhin das Möbelhaus Hier war dieser Parkplatz und hier war dieses riesengroße blaue Haus Das ist komplett weg Hier hast du jetzt eine eigene Straße zum reinfahren By the way Das Ding kommt auch noch weg Nicht wundern Das Ding ist äh Noch da wegen dem Möbelhaus vorhin Das wird dann rausgeladen Ja und hier fährst du durch diese neue Hood halt durch ne Und hier die ganzen Häuser kann man dann auch kaufen Und die Grove Street ist auch neu Da fahren wir auch mal durch Hier Grove Street Guck ich das mal an wie das hier bitte aussieht jetzt Guckt euch das mal Das erkennst du dich mal wieder Wir haben eine Abstimmung auf dem Discord gemacht Neue Grove Street oder alte Weil die alte hat den anderen Flair Die ist halt jetzt richtig ich sag mal Ghetto Style ja Das ist das ist die Ghetto Grove Street Wirklich hier mit dem Basketballplatz Äh Hier Häuser Kann man dann auch alle kaufen By the way da ist noch nichts Da sind noch die alten Häuser gesetzt Da seht ihr Da war früher ein Hauseingang Genau das wird dann alles umgesetzt Auf euer Apartments Und hier kann man sogar auch wenn man möchte reingehen Wobei ich das Interior jetzt nicht so geil finde Genau kann man hier so reingehen Und da bist du halt in der Grove Street in so einem MLO drin Aber die MLOs hier in der Grove Street finde ich gar nicht so geil Da finde ich es besser wenn du hier einfach ein Haus kaufst Mit so einem Ding Das du einrichten kannst ne So die Sachen Ja Wie gesagt neue Grove Street coming soon Mit dem Gang Update Und das ist nicht das einzige Wir haben noch was Haben wir sogar noch was Einfach Neues besser Ja es ist halt Geschmackssache Ich finde die alte hatte Einen gewissen Flair denn die jetzt nicht hat Das ist so Plattenbau mäßig Ähm Genau hier ist dann die ganze Gegend Wir fahren mal Da nach oben Da ist auch neuer Plattenbau Also neu Das ist halt ne Neue Map auch dort Fahren dort auch mal hin Die müsste da gleich schon in die Ecke sein Genau der hier war eh schon immer da glaube ich Oder ich weiß War der schon immer da? Der Plattenbau war immer schon da Doch doch der war immer da Das ist derselbe Stil wie drüben Genau das ist jetzt drüben Ah hier hier ist er Hier ist er Schon fast vorbei gefahren Bruder Fast nicht gesehen Hier das ist auch ein neuer Plattenbau Hier wenn wir hier mal durchfahren Ebenfalls komplett neues Gangviertel Wundert euch nicht dass hier grad die Türen weg sind Das ist noch nicht ganz äh gefixt Das ist auch noch in Arbeit das Ganze Und hier seht ihr auch das ist noch nicht ganz ready for Miami Ihr merkt das eh wenn ich hier durchgehe Das liegt aber auch daran dass hier noch ein zweites MLO ist Was ich nochmal rausladen muss Dann ist das auch weg Verschwinden da auch grad die Türen und die Sachen Das ist aber dann mal später gefixt wenn das andere MLO rausgeladen ist Gegenüber kann ich das mal zeigen Äh die kollidieren miteinander das Ding hier Das kommt dann raus Und dann ist das hier gefixt Dann ist das hier nicht mehr so Hier ist ein kleiner Spielplatz by the way für Karl Heinz Da kann Karl Heinz ein bisschen rutschen gehen Guck Perfekt Aber hier ist halt dann auch so eine kleine Hood Hier sind neue Gebäude Die man sich dann auch kaufen kann Also alles ein bisschen neu jetzt Alles ein bisschen neu dann Da war früher eine Fabrik war hier Und hier ist auch so ein kleiner Platz zum zocken Äh bisschen Basketball spielen ist das Jo Wie gesagt das ist dann eben das Ich mach mal Das neue Update was dann kommen wird Genau hier geht es dann auch weiter Seht ihr eh der Plattenbau hier rechts Jo Das ist dann die Rückseite Und Ja neue Growth Suite halt Muss man mögen muss man Kann man auch nicht mögen wie man es will Aber das hier finde ich am geilsten Diese Straße hier Die gibt mir die meisten Feelings an An so weißt du so im Ghetto so ein bisschen Wie in den USA so Ja schon geil hier Also das hier ist finde ich der geilste Spot Weil es halt eine komplett neue Straße ist So wir können mal gucken ob Discord online ist Aber ich denke mal die brauchen noch ein bisschen Er ist immer noch down Bruder Wie dann wollen die down sein? Also in der Zwischenzeit können wir hier nur Scheiße bauen ne? In der Zwischenzeit können wir hier nur Kacke bauen an sich So Hier ist noch das alte 107 dran Ich meine das lustige ist halt Wir könnten hier jetzt machen was wir wollen Weil es ist keiner auf dem Server ne? Wir könnten hier Hier sind noch die ganze Schau mal der M3 Mit Aikali Kennzeichen Aikali mit K wie in Karl Heinz Ey das ist echt Das ist echt irgendwie Irgendwie ist das creepy wenn keiner am Hauptplatz ist Und so gar nichts los ist Du fährst hier komplett alleine auf dem R los Was ist da da rum? Das ist richtig hardcreepen Hier ist nicht noch eine Gang namens Platz Ne noch nicht Wir machen erst Gangs neue Also wir wollen so um die drei Gangs hinzufügen Dass die dann da unten im Gangviertel eben ihre Base haben Und sich dann eben bekriegen können und ihr Business machen können Ja das ist so unsere Unsere Ding ist das halt Sollen wir dann mal ins Casino gehen oder was können wir eigentlich machen? Ich kann euch neue Polizeifahrzeuge zeigen Was könnte ich machen? Ich muss ja über das Carpack starten Passt mal auf An denen arbeiten wir gerade Addon Police Carpack 3 heißt das glaube ich Ja doch hat er geladen Kann ich das mal zeigen RLO läuft wieder echt? Läufts wieder? Warte lass mir mal gucken ob ich auf den Discord komme Nö also mein Discord spinnt noch rum Also mein Discord funktioniert nicht Ich kann mal probieren Discord restarten Das wäre vielleicht eine Möglichkeit Aber ich habe heute richtig Bock auf RP Das macht mich gerade so mad dass heute Kompletter Discord ausfall ist Nächste Whitelist einfach nur Steam Whitelist Ne also bei mir geht gar nix Discord komplett down Ich komme nicht mal mehr in die App rein Er sagt bei mir update failed retryen Ja kommt also ich weiß nicht was die gemacht haben Pass auf so ich zeige das mal Dafür kann ich euch heute mal coole neue Sachen zeigen Die noch nie gesehen habt Mit Karl Heinz zusammen ist doch auch geil Karl Heinz der Autotester So passt auf Karl Heinz unterwegs aber heute allein unterwegs in der Zwischenzeit So dann zeige ich euch mal die neuen Autos Das müsste sein LAPD 11 Das ist der neue Crown Vic Genau der hier Das ist ein neuer Ford Crown Victoria Den wollen wir dann für die Polizei machen Das LAPD soll ich dann bekommen Statt dem jetzigen Cruiser Der ist halt mehr wirklich LAPD Setting angepasst Hinten gibt es dann die Warnlichter Die Warning Lights So dann gibt es hier noch Das finde ich ja so geil Hier vorne die Flashlights Guckt euch das an wie der rumflasht Und hinten die kleinen Blitzer hier im Rücken in den Rückleuchten Die fahre ich richtig hart Habe ich auch noch nicht gesehen so Dann gibt es noch die ALPR Systeme oben Eine RAMBA gibt es vorne noch dran Und dann gibt es hier halt noch die Ist ja schon die Searching Lights Ich war aber ohne Das ist ein neues Fahrzeug Und das soll halt den alten Also ich kann mal den alten spawnen Dann zeige ich euch mal den Unterschied Dann zeige ich euch mal den fetten Unterschied Zwischen den zwei Autos Aber den hier vor allem diese Lights vorne wie die flashen Das ist so geil vom Weiten vor allem sieht man das schon Das ist der LAPD Ne warte wie ist der? LAPD Vic soll der heißen genau Das ist der alte Da konnte man zwar die Lightbaumen abbauen Und es gab halt auch sehr viele Extras dazu Aber Ich baue die mal ein Es ist halt nicht so krass das LA Setting auf dem Auto drauf Und mir gefällt Mir gefällt da das so nicht so krass Vom Detail her ist der andere viel detailreicher in Vielleicht zeige ich das mal So Also der links finde ich ist vom LA Setting her ein bisschen besser Vor allem auch die seht ihr die Radkappen sind beim anderen wie in LA drüben So Rambo ist eigentlich fast dieselbe Und das ALPA System ist da halt auch drauf Man könnt ihr mal abstimmen welchen ihr besser findet Ich meine was ich bei dem halt geil finde Du kannst vorne so Frontblitzer anbauen Kannst du hier nicht dafür hast du hier halt diese Flashlights Die so links rechts gehen Und Hinten am Heck finde ich halt sehr geil Dass halt wie beim echten LEPD diese Blitzer sind Und dass du halt oben die Lightbar anders ansteuern kannst Kannst du hier drüben halt nicht Und vor allem seht ihr da hier diese Seht ihr wie kantig das ist und die Textur in der Rückleuchte Guck dich mal hier Guck ich euch mal die Rückleuchte an Wie hoch aufschlösen die ist im Gegensatz zu der Rückleuchte Viel schöner einfach der andere Finde ich halt Man müsst ihr könnt ihr auch entscheiden Aber ich finde der rechts sieht Auf jeden Fall Mörder aus Weil ich mach mal ähm Irgendwie so Das ist halt Das meine ich so auf Empfehlen und guck dir das an wie das aussieht der rechte Wie die Lichter links rechts flashen und dann so Das ist halt das ist halt schon geil Also den feier ich richtig hart Also sind beide geil Ich mein sie sind fast beide identisch Wegen dem Skin und so Aber Jo Sau viele sagen alt Den alten findet er besser wirklich Den hier Ja sehr viele schreiben alt Ja ich finde den neuen irgendwie Der hat mehr das LEPD Feeling Der neue als der alte Der alte sieht so eher aus So eher so wie Wie soll ich sagen Eher so Sheriff mäßig Was mir grad auffällt Die Lackierung ist noch nicht ganz die richtige Die gehört komplett schwarz Da ist noch ein bisschen Metallic Lack drüber Das kann man aber easy fixen Also Metallic Lack muss dann raus Gut Machen wir die mal weg Wobei ich mach den mal weg Es gibt nämlich noch ein neues Auto Nämlich äh Das müsste der 14er sein Und der hier Der wird dann auch ersetzt Da kann ich euch auch nochmal zeigen Der neue und der alte Da könnt ihr auch mal abstimmen Was ihr besser findet Das hier ist der neue Da kann man auch die Lightbone anpassen Da gibt es hinten diese Blitzer Da seitlich die Blitzer finde ich sehr nice ALPR System Vorne eine RAMBA Die echt geil aussieht Und jetzt gibt es hier halt noch Äh Genau die Antennen So jetzt zeige ich euch auch mal Die alte Version davon Könnt ihr auch mal sagen Was ihr besser findet Ähm Das LAPD Charger Glaub ich Ja hier Das war der alte So auch nochmal die Lackierungen dran ballern Da kann es halt auch um die Lightbar abnehmen Was ich halt auch Eigentlich ganz geil finde So Aber den behalten wir Also der alte Also falls ihr denkt Die alten Autos werden ja trotzdem drin bleiben Die bleiben trotzdem drin Die werden halt nicht ersetzt Aber die sollten halt Eher die anderen gefahren werden Wenn man halt neu ist bei der Polizei Dass die eher auf der Straße fahren So Ich finde die haben auch beide ihre Vor- und Nachteile Das äh Muss ich ehrlich sagen Also manche Sachen gefallen mir beim anderen besser Aber Ich sag mal Der Unterschied Die sehen halt fast identisch aus ne Auf den ersten Blick Aber hier Wenn du hier mal Nacht machst Zeig ich dir mal die Nacht Zeig ich dir mal die Nacht Am rechten Pfeile ich halt wieder die Wig Racks Links rechts Und die Das Blitzmuster Guck ich dir das an wie das blitzt Vorne die Das ist halt schon geil Sieht aus wie ELS Und dann von hinten Da ist halt hier Die Rückleuchten Die links rechts gehen Und hier ist halt diese Ich sag mal diese blauen Äh Blitzer Jo Ich finde die beide Sind beide gut aus Kann man Da finde ich beide Ganz geil eigentlich Aber hier steht das Gelb mehr Das ballert mehr Hier rechts die Farben Hier ist das Gelb Eher so verblasst Aber hier finde ich halt das Blitzmuster Und die Wig Racks geil Von der Front her Das passt halt auch zu dem rechts Hat halt Hat halt wirklich krassen Stil Dann mach ich den mal weg Und dann haben wir noch einen neuen Das ist äh Wie heißt der Wagen Ähm Mann wie heißt der nochmal Ähm WIC Ähm LAPD Ne Mal schauen wie LAPD Charger LAPD Wir haben noch LAPC 16 Muss das sein Der hier genau Dann gibt es auch nochmal mit Äh ALPR System oben Oder ohne Was ich bei dem Sehr geil finde Ich zeig das mal Das ist die Leitbau oben Äh Hat auch das LAPD Hier auf dem Wagen mittlerweile Da zeig ich euch auch mal Das Blitzmuster Ist so krank Also das Ding Ist wirklich Eines der krassesten Autos Die ich mal gesehen hab Wegen dem Blitzmuster Zeig euch das jetzt mal Gebt euch das mal bitte Wie das blitzt Und blinkt überall Auch hinten Äh Das Ding ist halt echt Alter Ciocolino Moin Bin auch wieder dabei Ciocolino ist am Start Am Stissel 107 Euro ausgeschallert Mit der Palme aus Plastik Alter Vielen herzlichen Reizdarm Komm wir hauen mal ein Like-Hype raus Aufs Schokolino Dieser Nacken 107 Euro ausgeschallert Vielen Damen Dann lasst uns mal droppen Den Like-Hype So da zeig ich euch jetzt was richtig geiles In der Nacht sieht das so fresh aus Wie ich euch Das darf ich euch nicht freuen Das Schokolino Was Schokolino Kennt ihr diese Schoko Heißt nicht Schokofresh Schokolino Heißt nicht Schokofresh Diese Diese komischen Weiß ich gar nicht Weil der Discord geht wieder Bitte verarsch mich nicht Ich hab nämlich echt Das Bedürfnis RP zu spielen Also auf Discord steht immer down Mal gucken So jedenfalls Passt auf Gebt euch das Ding bitte Gebt euch das Blitzmuster Wie das rein schallert Ruhe da hinten auch Hier in den Rückleuchten die Blitzer Der Traffic Advisor hinten noch drauf Und hier Seht ihr wie das noch weiß mitflackert Ich feier das so hart das Ding Also das ist finde ich von allen Autos Vom Blitzmuster Dann hier vorne im Im Scheinwerfer sind noch so Blitzer drin Blau Dann hier rot und weiß Das sieht halt so heftig geil aus der Wagen Ich schwöre das ist Einfach ein Prachtstück Prachtexemplar Kann man nicht anders sagen Also den finde ich halt Das LAPD perfekt Auch Ich mein guck dir das an wie das aussieht Wenn du hier am Tag fährst Sieht trotzdem immer noch geil aus Was bei den anderen finde ich jetzt nicht so krass gewirkt hat wie hier Die sind halt auch am Tag Irgendwie heller aus Vom Licht her Man erkennt es halt direkt Aber es sieht auch noch an An Rickrex vorne Guck dir das an Vor allem der rechts guck dir das an wie der Wie der reinflasht Dann siehst du ja schon Auf 50.000 Kilometer Wenn der irgendwo steht am Straßenrand Dann siehst du es auch direkt So ich schau mal Ich geh mal mit Discord rein Na Discord sagt noch immer Retrying So Lassen wir mal Discord gucken Und mal beenden Discord Task beenden Mal Discord neu starten und schauen was er jetzt macht Ich glaube Discord wird noch immer down Sondern es kann mir nicht Ne Update fällt Ist immer immer down Discord Bei mir geht Ja gut ich glaube ich komme aus Österreich Kann vielleicht sein dass in Österreich ein bisschen anders ist Deswegen Discord Man weiß es ja nicht Aber das heißt Discord wird höchstwahrscheinlich Wenn es bei manchen schon funktioniert Wird es mal wieder da sein Ja wie gesagt Das sind so ein paar Ja Neue Fahrzeuge Fürs LAPD Ich habe noch ganz 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 viele neue Sachen Die ihr noch nicht gesehen habt Wo ich noch überlege Ob ich die euch überhaupt zeigen soll Ganz viele neue Sachen Alter Freddy hat voll 49.90 Alter mit Klatschhand Kuss geht raus an Freddy Toll das ist jetzt das 10 Bei mir geht Discord schreiben viel Ah bei mir auch wieder Jawoll Discord ist wieder da Discord geht Ich habe mich einloggen können Aber die Frage ist Geht der Server wieder Mein Server hier kann ich nicht rein Ne Server ist bei mir down Ich könnte mal schauen Ob ich auf RLO connecten kann Aber Discord geht bei mir wieder Ich bin gerade eingeloggt Ja ich habe hier auf dem Test Ich habe noch ganz ganz viel Stuff drauf Der noch in Arbeit ist Fahrzeugtechnisch kommt so viel Für die Stadtwerke noch Da kommt richtig was noch auf die zu Insgesamt ich muss echt schauen Fahrzeuge glaube ich Haben wir mittlerweile eh schon 300 400 Stück dann Also es ist Anhänger kommen noch neue rein Auch wenn Anhänger in 5M Manchmal rumbagen Aber es ist trotzdem geil Ja ich probiere mal zu connecten Leute Wir probieren es mal Ich quitte mal raus Passt auf Dann können wir vielleicht gleich Mit Karl Heinz AP spielen Ich hoffe es zumindest Dass es funktionieren wird Ich connecte mal rein Jetzt habt ihr mal die neuen Polizeifahrzeuge mal gesehen Die jetzt reinkommen bald mal Die sind noch in Arbeit Es kommen noch ein paar andere Polizeifahrzeuge So ich glaube es kommen noch Lasst mich lügen 6-7 Stück noch dazu Zu denen Ich glaube Servertechnisch gibt es Fast keinen Server Der so viele Polizeiautos hat Wie wir Wir haben so viele Polizeifahrzeuge zu kauf Das ist echt nicht mehr Normal Die Polizei ist komplett Überdrüber bei uns Neue LPD Heal Ich glaube nicht dass der da drin ist Ich muss mal schauen Bei denen hat glaube ich Hat den Andel mir zu Irgendwer hat mir den zugesend Dann muss ich mal schauen So ich hoffe ich komme jetzt auf dem Hauptzauber rauf Wenn nicht dann nicht aber Connecten Ja ich komme drauf Ja ich kann auf dem Hauptzauber Leute es geht los Wir können auf dem Hauptzauber zocken 45 Spieler sind aber nur grad online Aber die können jetzt alle mal connecten Warte ich kann ich eine Ankündigung Auf Discord machen Also rein komme ich auf jeden Fall Ich bin drin Also ne also Discord lädt noch immer nicht ganz richtig Aber ich kann auf dem Server connecten Es geht Leute wir können rein Passt auf Gleich geht endlich RP los Ich freue mich Ganze 44 Minuten Haben wir jetzt gerade Eigentlich nur den Devsauber angeguckt Aber es sind trotzdem fast 9000 Leute da Ihr seid einfach nur Hammer Einfach fast 9000 Leute Aktiv dabei Kuss geht raus Leute Kuss geht da noch raus Aber wir können connecten Gleich gibt es RP Aber weißt du was Wir lesen aber noch alles vor Und dann gibt es Dann würde ich sagen Schwenken wir gleich zu RP rüber Weil du so viele hier Also ihr habt ja so viel donated schon wieder Leute Da komme ich echt hinterher Kussling ist auch Dank für 2 Euro Wie sie Dank für 2 Euro mit Sirenen installiert Ja Gamerheld PS4 Danke für den Euro Ähm Leon Das haben wir vorgelesen Genau Dann Nox11 Der Reiztamm ist schuld Liebe Grüße an den besten YouTuber Dankeschön Der Reiztamm ist immer an allem schuld So Noel Ähm Zu spät Ich küsse deine Hundenase Achja kannst du mich grüßen Heiße Mario Ah ne Das hab ich doch schon vorgelesen vorhin oder Das hab ich doch schon vorgelesen Das hab ich doch schon vorgelesen Das lustige ist Ich bin gerade als Karl Heinz auch beim Spawn direkt gestorben Bruder richtig mies Richtig mies Bruder Hab ich jetzt überhaupt noch Geld Warte Ich muss doch schnell Dinge einstellen Dass ihr das sehen könnt So zack zack Leute welcome back Wir sind auf dem Server Meine ganzen Sachen sind weg Weil ich gerade direkt bin beim Spawn Perfekt Bruder Hahaha Perfekt Was ist letztes Mal passiert Bin ich irgendwo hoch ausgeflogen Gut Ich renne mal rüber Ach endlich wieder auf dem Server Leute Ich freu mich grad So äh Die Frau Hartmann Danke auch dafür Stoneman habe ich vorgelesen Nico noch vorgelesen Seat 55 Danke fürs SIP werden Lila Nina Ne Lila Nina Lila Nina haut neuner die Cent raus Daniel Eckhardt Danke 5 Euro Abend Wie geht's dir mit jetzt sehr gut Wiese X Bitte grüß mich Das hab ich doch alles schon vorgelesen Mich komplett bescheuert Bin komplett bescheuert Zins Gewissen Hab ich auch vorgelesen Der Ehrenmann Da habe ich stehen geblieben Danke für ein Euro Linus Bruno Der Kameramann ist auch dabei Dank fürs Resubben Robin Stecken Ich bin süchtig nach dir Dankeschön Robin Ach schau wer da ist Hallo 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 Warum haben sie eine Maske aufgehabt Weiß ich nicht Habe ich vergessen auszuziehen bevor ich schlafen gegangen bin Ach so Ja ich bin jetzt auch erst aufgewacht Mein Wecker ging jetzt erst an Ich habe die Schule verpennt Hallo Oje 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 Carlein Ja ich habe verpennt Carlein Es ist nicht so viel Blödsinn bauen diesmal Nö nö Ich ruhe auch gar kein Fahrzeug aus der Tiefgarage Weil es dort geht wieder nur Anschiss von den Leuten Aber Ferdinand Wie geht's dir? Ferdinand Oh ne Jetzt habe ich kein Skateboard mehr Menno Äh Fast überfahren Hallo Hallo Kein Zeichen feiere ich Warum haben sie einen Wiesel am Kopf? Warum habe ich was am Kopf? Warum haben sie einen Wiesel am Kopf? Ich? Ey Es war damals in Aktion Und dann sage ich mir so Ja wieso nicht Und warum haben sie so ein Blatt im Gesicht? Was? Hi du Blatt Ja Ja man Glücklich Das ist mein Glücksprenger sozusagen Hundebande Was ist eine Hundebande? Oh seid ihr Seid ihr so von der Hundewohlfahrt für so Hunde? Äh Geht ihr Gassi mit denen? Ich will auch mal nen Hund haben wenn ich groß bin Das ist mein Hund mit dem ich Gassi gehe Der liegt jetzt da am Boden Ihr Fein Es ist aber So sieht aber kein Hund aus Oh doch Boah voll cool Boah ich will Ich will auch so Ich will auch Hundebande Typ werden wie ihr Ich will auch Ich will auch mit Hunden Gassis gehen Ich Ich hab einmal nen Hund gesehen und der hat mich Da war so ein Besitzer und der hat mich aufs letzte beleidigt Oh nein Ich geb dir mal meinen Hund Ich leih ihn dir Der Hund oder der Besitzer? Hat irgendwer einen Teser? Der Besitzer hat mich beleidigt Nein Ja Was siehst denn du als Teser an? Was hat er denn gesagt? Ich hab ein anderes Sorry Keine P90 Schade Uiuiui Halt ich denn jetzt kündig bin ich Was ist ne P90? Boah cool Boah Ich hab auch ne Software gehabt aber der Polizist hat mir die abgenommen Ich kenn das schon Vince hast du was zu sagen? Ganz gröser Polizist Nein ich hab dem kleinen keine doppelläufige Schrottfitte gegeben Warte mal warte mal Ein Polizist hat sie dir abgenommen? Ja ich hab mal so ne Softwarewaffe bekommen von so nem Typen Und dann war es so Polizei da und der hat mir die dann weggenommen und hat gesagt ich darf den nicht haben Ich war das nicht Ganz gröser Polizist Ich war im PV am Tag Du hast in den Tisch geschossen Ja aber das war halt aus Versehen Der passiert jedenmal war ein Ausrutscher Und dann hat er mir die abgenommen Ich hab nicht gewusst dass da eine Kugel drin ist Doch Achso Dann hat die geschossen Ihr habt den Funk gewechselt So Ist der Hund da hinten im Kofferraum Der ist grad am Telefon Achso Hallo Kann der mal herkommen? Ich will mal mit dem Gassi gehen Willst du ne neue Software? Willst du ne neue Software? Willst du ne neue Software? Ich weiß nicht Sonst kommt wieder die Polizei und ich mach das ab Weißt du was jetzt perfekt wäre Mach nichts Aber die Die tut nicht weh oder? Nein die tut nicht weh Okay Weil der Polizist hat da was gemeint Ich soll nicht irgendwas nehmen was weh tut Von Leuten Boah cool Boah 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 schau mal Ich hab ne Software bekommen Darf ich da drauf drücken? Nein Warum nicht? Du hast doch gesagt die macht nix oder? Apokalypse Ja die macht äh nur Geräusche Aber äh trotzdem Ach du scheiße Boah Boah Darf ich mal probieren? Nein Darf ich mal probieren? Wem gehört denn der P1? Ey stell ihn mal hin wir schießen mal Komm wir spielen Komm dreh dich um Du drehst dich mal um Boah voll cool Die haben jetzt alle Angst zu mir Hallo Wollt ihr mitspielen? Wir können mit Software spielen Hallo Warum spielen wir nicht mit Software? Boah der ist gefährlicher als wir Boah voll cool Wollen sie mit meiner Software spielen? Die wollen irgendwie nicht Äh ne du ich bin Doktor Ich muss jetzt ins Krankenhaus Weißt du? Boah cool Boah sie sind Sie sind aber nicht der der so nach Käse riecht oder? Kennen sie den einen der so nach Käse riecht? Nein das ist ein anderer Keine Software Warum rennt der weg? Wir spielen doch jetzt oder? Ja das ist ne sehr sehr starke Software So wisst ihr was wir spielen Wer hat Angst vor dem kleinen Karl Heinz Und der letzte der vor mir ist Dann schieße ich mit Kugeln Komm wir spielen mit Kugeln Wir spielen jetzt der letzte der Karl Heinz Ich seh euch Ich seh euch Komm Ihr müsst rennen Wenn ich euch seh dann schieße ich Boah die ist aber laut Warum ist die so laut? Boah die ist voll laut Ey warum ist die so laut? Boah der spielt mit Komm wir spielen Komm wir spielen Der will spielen Komm der spielt jetzt mit von euch Jetzt Jetzt seid nicht so blöd Es tut doch nicht so weh Ich hab schon mal von meinem Freund Der hat ne Gas Software gehabt Hab ich mal Hab ich mal fast ins Auge bekommen Und Und es hat gar nicht so weh getan Es hat nur ein bisschen gebrannt Leider tu mal die Software weg Und mach das woanders Aber Warum nicht hier Wir spielen doch jetzt alle Bei jetzt Polizisten Mach die weg Mach die weg Mach die weg Mach die weg Hallo Ich hab das gar nicht gesehen Vielleicht spielen die ja auch mit Wir können ja mal fragen Die spielen bestimmt Die spielen auch Die spielen auch Die spielen doch mal Dann spielen die richtig mit Das ist Das ist Soll ich dich hinfahren Komm ich fahr dich hin Hör auf Nein Hör auf Oh da ist er Hallo Entschuldigung Wollt ihr mitspielen mit Software Wie mit Software? Ja Software spielen Weil die am Hauptplatz spielen jetzt alle dann mit Software haben wir gesagt Okay Wir können dann alle spielen Falls ihr mitspielen wollt ihr seid eingeladen Oh oh Ich hab jetzt Ich hab jetzt eingeladen Wenn die mitspielen wollen Dann können wir alle zusammen spielen Wo treffen wir uns dann? Jungs Jungs Die Zielscheiben kommen Haben wir was falsch gemacht? Alter Ducks Haben wir was falsch gemacht? Ich hab nix gemacht Ich hab auch nix gemacht Hallo Uiuiuiui Ich bin's doch und er hat nichts gemacht Ich hab nichts gemacht Ich hab mit dir kaputt Wer hat dann geschossen Wer hat dann geschossen Keine Ahnung Die Herren einmal zuhören bitte Das war irgend so ein Typ in so einem gelben Power Ranger Anzug Kennen sie diese Power Ranger Anzüge? Der hatte so einen gelben Power Ranger Anzug Ich hab glaub ich einen Großansatz ausgelöst So ok Es wurde im Funk weitergegeben Es wird nach der Person gesucht Wir werden trotz alledem jetzt von allen Personen Der Käsemobil Da ist ja doch der gelbe Power Ranger oder? Kann ich mal euch auch Spur machen? Guck mal das ist der gelbe Power Ranger von vorher Guck der mit dem Kee Doch das ist das der Doktor Käse oder? Power Ranger Hab du es gesagt das war so ein gelber Power Ranger? Was geht's Marc? Kleiner komm mal kurz her Boah voll cool Kleiner? Ja Komm mal her Komm mal her Nein es gibt einen Schmarschbund Test Was machen die jetzt? Du renn mal ganz hinten in die Warum? Ich bin nicht hier Renn mal zum Pool hinter Renn zum Pool hinter Renn zum Pool hinter aufsteck dich Dann treffen wir uns dort Dann spielen wir dort Ok? Dann spielen wir dort Ich hab ein Großansatz ausgelöst Weil ich am Hauptplatz scharf geschossen hab Ja guck man kann's ja nicht wissen ne? Man kann's ja nicht wissen Einmal rein da Hui Ein Köpfler Ja das kann keinleins gut Oh Ach jetzt verstehe ich warum gesagt ich soll ins Pool gehen Dann hab ich meine Schmauchspuren abwisch Ah wie klug Ich hab da gar nicht mit gedacht gerade Er sagte nämlich ich soll in den Pool reingehen Und dort auf ihn warten Jetzt wegen den Schmauchspuren Weil ich die dann abwasche Weil die machen grad Schmauch Ah das ist ja voll Ich hab da Krüte überhaupt nicht dran gedacht Ich hab grad gar nicht dran gedacht Bruder Ich hab grad Leute ich hab grad wirklich dran gedacht Die kriegt immer ins Wasser gelaufen Ja moin Spuren abgewaschen Ich sage es war ein nasses Nasses Ding Hallo Ich war im Pool ja Hallo Hallo Also wenn sie dir das Kind jetzt fragen ist das lächerlich Das ist 5 Jahre alt Ich bin nicht 5 Ich bin 13 Oder 7 Aber meine Mama hat gesagt ich bin hängen geblieben Die ist aber blöd Ne ich lass die Mama die hat gelogen Der Junge macht nichts alles gut Das Kind Ich hab eine Feuerlöschung Und ich hab keine Ahnung Also wenn das Kind eine Waffe in die Hand nehmen würdest Glaub ich 3 Ja Ich möchte nicht sagen aber er hatte schon Waffen Er hat einen PD damit rumgeschossen Ich hatte auch schon Waffen Der ihm die wohl gegeben hat Ja wo er die wohl hatte Keine Ahnung Karl-Lions kannst du kurz mitkommen Okay Beim Rumpeln sie haben sie sich wehgetan im Polizeiansatz Ja Ich kenn sie doch von irgendwo her glaube ich Sie kennen mich ja Mhm Ich hab sie ihren Vater gesucht Ich hab ihren Vater besorgt Achso Könntest du mir auch immer bitte kurz deine BankID sagen Machen wir jetzt so einen Abstrich Test wie bei den anderen auch Mhm Ich muss aber nicht in Glas reinpinkeln oder? Nein Okay Weil mein Papa der musste immer so ein Glaspinkeltest machen Weil der Polizist immer gesagt hat Dass der Papa viel Sachen geraucht hat Und dann muss man ein Glaspipi machen Ja der hat wahrscheinlich irgendwelche Drogen Ich rauch aber nicht weil es ungesund ist Ich hab Ja das ist sehr schön Okay Okay dann machen wir einen Abstrich Jo So Hat er eine Stadtseite? 225 Warum denn von einem Kind? Ich weiß nicht Vielleicht Vielleicht hat er Angst Das ist ein kleines Kind Dankeschön Karl-Einz Perfekt Hast du schön gemacht Kriegst äh Kriegst ein Bonbon Ja Schau mal Oh ich will so ein Eis haben Ich will genau das Eis da oben haben Das Grüne Das Grüne Ich will das Grüne haben Das Grüne? Das Grüne Oh da gibt es ein Slushy Ja Ich hätte auch ein Muffin für dich wenn du magst Warum Warum gibst Warum bohrst du mit deinem Finger in meiner Nase rum Ich will das Eis da oben haben Ich hab dir das Eis gegeben Nein hast du nicht Du hast mit deinem Finger auf mich gezeigt Ich mag ein Slushy Eieiei Und ein Eis Boah da kann man Guck mal da kann man ja Ding machen Guck Guck da kann man Da kann man Streusel Boah kann ich da die Streusel mitnehmen bitte Boah Guck mal ich hab die Streusel mitnehmen Boah 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 Was soll ich mit dem Muffin jetzt Kannst du essen Haben die zu? Glauben ja Müssen sie mal schauen Glaube schon ja Ich find's bloß dich dass sie zu mir C sagen Sie haben Respekt Es gefällt mir Dann ess ich halt ihren scheiß Muffin Ja Boah der war Der ist richtig warm Wo haben sie den denn behalten? Boah der schmeckt Nein Ich hab nicht geprüft Boah hier ist jetzt was los Ich schau jetzt alle drauf ja Jetzt kommen sie alle Jetzt wo es wieder geht Oh Rainer 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 Guck Drachenlord Ford Ranger Das war dein Raptor Ja fahr weiter Und ich bin der Herr Ich hab ein Wiesel am Kopf In einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf Da hab ich ein Wiesel im Kopf Mhm 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 Und da wird Pitti hallo Aber da wird Pitti Pitti schon Wart wenn man von dem Kitz fertig gemacht wird Ja wollte ich grad sagen Pitti ist schon Ja aber da ist man selber schuld wenn man Wiesel am Kopf hat wie sie Sind sie selber schuld Aber sind sie froh dass sie nach Käse rieche Es gibt so viele Leute wo ich schon war die haben nach Käse gestunken ECHT Sie sehen mir sehr käsig aus mit ihrem mit ihrer Frisur Danke Danke Wir teilen uns die selber Frisur Täglich mit Käse eingerieben Wir haben ja eh fast die gleiche Haarfarbe von dem her Ja find ich auch Boah beleidigst du grad ein Kind Nö Ja doch sein Aber ne nicht du nicht du Ich hab doch recht Also das war jetzt schon Das war schon fast Beides ist Richtung blond Jut wir verziehen uns wieder Ciao Ciao Tschüss Ciao Adios Mhm Was haben die jetzt gemacht? Das ist ne gute Frage Frage wir uns auch Versteh ich nicht Müsst du auch deinen Finger zeigen? Ich hab ich hab ich hab ihm zeigen müssen dass da irgendwas so nen Test hat er noch bei mir gemacht War aber alles cool anscheinend Ja was Ja Ja Warum? Verdeckt Ja Kommt hier nur Luft raus aus der Spielzeit Wir können auch mal alle gemeinsam spielen dann müssen wir wo hinfahren irgendwo wäre cool sein können Wir kommen ja jetzt mit 10 verschiedenen Autos gleich wieder vorbei Sie haben ne Spinne im Gesicht da ja Warum haben sie ne Spinne im Gesicht? Die Spinne? Ja Moin Äh das ist ein Andenken das ich mal bekommen habe Achso Achso Ich muss mal gucken Ich muss meinen Roller wieder ausparken Das ist das einzige mit dem ich fahren darf Ah ich hol mein Fahrrad Tschüss Hallo sitzt hier wer drin? Käse Ist da Käse drauf? Warum steht da nicht Käse drauf? Voll blöd Weißt du ich bin drauf seit Gefühle 5 Minuten Und da hab schon große Alarmen Polizei ausgerufen Aber hey Dieser Typ hat mir grad mein Leben gerettet ne Als ich da in den Pool reingegangen bin Der hat mir grad echt den Arsch gerettet ne wirklich jetzt Ich hab kein Geld Was mach ich denn jetzt? Ach weil da drüben ist ein Bankkonto ne Zum Ausräumen Ach ist eh da drüben Bankomaten glaube ich Ich guck mal was vom Bankomaten So das vorlesen hier Äh Olli nochmal Xinslinka C danke für 1,90 Xinslinkes Ohr danke für 10 Euro Robin haben wir vorgelesen Stefan Kopp danke für Sip werden Xinslinkes Ohr danke für 2 Euro Olli klar aber so kann ich das eigentlich vorlesen Was kostet nö in der Schweiz 10 Euro Das ist jedes mal die Frage bei Dario So wie viel hab ich auf der 85.000 ist ja eigentlich genug ne Und wir uns 2.000 zurück Und damit können wir uns was mieten Ist das laut Aber hört ihr das? Sirenenpack ist drauf Ich hab auch Waffensounds habt ihr gehört Ist alles wieder drauf Leute LTV Weißt du noch 99 Cent ist gleich ein Cheeseburger Boah Äh weißt du was das Traurige ist Cheeseburger werden auch immer teurer Früher bestellt Also Cheeseburger kostet bei uns glaube ich immer noch 1 Euro Aber wenn du ihn bestellst Früher 1 Euro Bestellung Dann war er bei 1,10 Euro Bestellung Dann 1,20 Jetzt kostet 1,30 Euro Wenn du ihn bestellst Aber im Laden selber kostet der immer nur noch 1 Euro Versteh ich nicht Verstehs nicht Keine Ahnung wo der Unterschied ist So jetzt gehen wir mal äh So Sachen von der Versicherung abholen Ich will mal mit der Aerox will ich holen mal nen Roller Du fährst mit meinem Roller um die Gegend ne Und 70 Kubik mit Unterbohrenbeleuchte Ja wir holen uns unsere Roller und dann machen wir nen fetten Bankraub Leute wie wärs Wie wärs mit dem Bankraub im Roller alter Das wär so lustig einfach mit Karl Heinz Ich hab mit Karl Heinz nie nen Bankraub gemacht Da hab ich nicht Irgendwie noch Aber ich hab kein Smartphone Ich muss ein Smartphone holen irgendwo Ja da war er aber Ist ja super Ich hab alles verloren Leute Ich hab alles verloren So ich muss mal ruch scrollen hier äh Dankeschön an LT Profit fürs VIP werden Paul 1,07 Wann ein Antrag und alles gute nachträglich Übermorgen kommt der Antrag Ne ich weiß es noch nicht mal schauen Ich hab doch nix gemacht bin nur mit dem Fahrrad gefahren Äh Ein wildes Reis ist auch wieder im Steilgang Für Euro sieben Cent Max Dax ist auch wieder dabei Wann kommt endlich große Fernseher Für unsere Häuser Grüß vom AMR Dax Für welche Häuser denn Großer Fernseher Ach so fürs AMR oder was Äh für Großer Fernseher im FD Oder jetzt im im Hospital Ich bin grad sehr verwirrt Was Hex für ihn kennst du dich noch Hashtag Airbag Kontrolle Naja das ist lange her Die gute alte Airbag Kontrolle Wer war damals noch dabei Bei uns Was ein Cheeseburger 2,99 2,60 Ein Cheeseburger Sag mal Leute Jetzt wirklich Äh Aber ihr seid Also jetzt Jetzt nicht die Schweizer Sondern die In Deutschland Ein Cheeseburger Von McDonalds Jetzt ne Jetzt nicht von Burger King Burger King ist immer teurer Aber bei uns kostet der immer noch einen Euro Glaube ich Also letztes Mal Wie ich einen gekauft habe Wo ich im Laden war Gut das ist jetzt ein paar Monate her Habe ich 1 Euro dafür bezahlt 1 Euro Einfach 1 Euro Ja aber ich will Ich will gar nicht wissen So ein Cheeseburger in der Schweiz Sicher 15 Euro Ne das ist ja so 6 Euro schätze ich Oder 5 Euro In der Schweiz Ein Cheesy Weiß das wer Oder 3 Euro aufwärts Ey wo fahre ich denn hin Ich muss rechts rüber Fahrrad links Muss rechts Das ist doch Sam & Dünger zum Anbauen Ja super das ist alles weg ne 1,40 Ok bei uns 1,49 Gut da sind Preise komplett im Pop Ist überall Überall anders 1,30 Ok Aber was Leute was kostet ein Cheeseburger in der Schweiz Weiß das jemand? Also jetzt wirklich Schweizer 3,50 halt wer 5 Euro Was 5 Euro Ne oder? 15,69 Ne jetzt wirklich was kostet sowas in der Schweiz 2,50 in der Schweiz Echt jetzt 2,60 4,50 4,50 bei mir In der Schweiz 13 Franken Ach doch keine Never 13 Franken für einen Cheeseburger 1,30 Franken 2,50 in der Schweiz Wohne dort Ok gut ich denke mal 2,50 Also 2,50 Schweizer Franken denk ich mal Ja gut Ja gut dann ist es halt echt äh Zirka doppelt so teuer Zirka doppelt so teuer Aber alter Döner in der Schweiz Zähne 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 Mit dem Roller am Bankraub hinlegen heute Ich weiß noch nicht Mal schauen mal schauen was wir heute machen So tanken Zähne 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 Da steht Was hab ich noch Achso ich hab ja nichts in den Und zwar Sonst müssen wir erstmal bevor wir irgendwas angehen Leute Ich muss erstmal ein Handy kaufen weil das ist weg Was guckst du denn so blöd Ah warte Nein nochmal komm her Komm her Was guckst du denn so blöd So Und von blöd gucken Die Dame hallo Boah warum ist der so langsam der Roller Ach man kann den aufladen Das wüsste ich gar nicht Chep 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 Ich fahr den gedrosselt Leute Ich fahr den gedrosselt Ey das liegt am Tempomaten ne Aber wir fahren den gedrosselt auf 60 Damit die Polizei nix sagen kann Wobei Ah die Polizei sagt so oder sowas Wenn wir das machen 200 Also wenn ich x drücke Dann drosselt der runter auf Ich weiß aber nicht woran das liegt ne Der drosselt der runter auf 36 Fragt mich nicht warum Er drosselt einfach Groller auf 36 Bruder muss los So jetzt aber Hallo ich möchte bitte ohne Drossel fahren Aber so kann man die Polizei richtig krass verarschen Und mal die Drossel einbauen ne Das machen wir aber so Leute wenn wir angehalten werden Dann bauen wir die Drossel ein Im Roller Best Idee ever die ich jemals hatte Also das ist sogar ein Vorteil Gar nicht so schlecht So mach aus dem einen Raum im Keller Eine Art Besprechungsraum Lagezentrum Ne also Besprechungsraum wollen wir eigentlich Im Haus oben haben Also Erdgeschoss oder oben Im Keller der Raum ist auch zu klein Für den Besprechungsraum So viele wie wir sind Felix ich seh immer noch Nicht Immer nicht meine Spende nicht Ja jetzt hab ich aber alles vorgelesen Vorhin auch Felix Hab ich auch Felix und Herr Doni vorhin vorgelesen Jetzt hoffen wir mal Dass wir da mal ein Handy Kriegen wir vielleicht Doch wir das Geld kriegen wir ein Handy Dass ich wieder Leute anrufen kann Und nerven kann Können auch nochmal vorbeifahren Am Gericht Und fragen ob wir da vielleicht mal wieder Auf Ehrenbrüder Basis 50.000 Dollar bekommen Nee wie cool Warte hatten wir nicht ganz viel äh Hat noch ganz viel Read dabei ne Das ist jetzt weg Das ist traurig Hat sich letztes Mal nicht verkauft Wisst ihr noch? Das ist sad Oder ich hab's irgendwo eingelagert Hab ich's ein Auto eingelagert Weiß das noch jemand Das Suite was wir hatten Haben wir das Ich weiß nicht mehr Haben wir das eingelagert? Nee ne? Ja toll War die Arbeit umsonst letztes Mal Perfekt Boah der Roller ist laut Aber ich mein das ist halt Das mit dem ich Am wenigsten Probleme kriege Weil wenn ich den runter draufsehe Ich kann die Polizei halt nicht viel machen Hoffe ich halt zumindest Ah wir sind schon da Leute Wir sind da Wir haben's geschafft Ah guck mal da Guck mal da Wir sind da Mal schauen hab ich das hier drin? Nee nicht Verschlossen Das ist der Sound auf Ich spiele Nee Also glaub ich hab nichts im Auto Ja im Auto echt jetzt? Wie krass Ein Teil Okay ein Teil ist im Auto Auf Ehre alter So ich nehm mir ein iPhone nach Das kostet nicht so viel Das ist der Sound Ich bin wieder mobil Leute Ich bin wieder mobil Ich hab wieder ein Handy Taxi Service Ich benötige ein Taxi Vor zwei Wochen war ich Was ich war so lange nicht mehr als Karl-Heinz da Vor zwei Wochen das letzte Mal Das ist traurig Wir fahren mal zur Bank Leute Wir schauen mal was Sie sind grad schuld Wegen ihnen war ich unkonzentriert Hab ich den grade Hab ich dem grade nen Knockout gegeben? Wollen wir davon ein Bild machen? Sieht irgendwie lustig aus Es würde der da chillen auf der Straße Komm wir machen ein Foto Wobei ich muss mich dann mit einem anderen Account einloggen Instagram bin ich nämlich jetzt mit Ich bin mit Dings drin Lass wir mal gucken Äh jetzt bin ich mit Makrumpe drin Ja das ist richtig ekelhaft Ja mit Instagram müsstest du nen neuen Account machen wenn dann Das sieht aus als chillt der hier einfach Als wäre hier eingeschlafen Das sieht echt so aus Vielleicht lass den mal da Also so hab ich noch niemanden weggeschlafen Guck mal wie weit der geflogen ist Ich hab den einfach Guck mal guck mal wo der Donut liegt Guck mal wo der Donut liegt Schau mal von hier Bis der nach hinten hab ich ihn weggeboxt Da ist er aufgekommen Also für ein Kind hab ich schon ganz viel Kraft ne Wie der Donut hat Wollen sie auch mal? Guck den Donut an Einfach dieses Wie dieser Donut einfach da liegt Ah jetzt ist er weg Jetzt hat er mir geklaut Wenn der Typ einfach 5 Meter neben den Donut aufgekommen ist Feier ich So Ich fahr mal rüber Ich schau mal ob da was offen hat Der Donut Der Donut Einfach 5 Meter nämlich Der Donut Er wurde von Karl-Heinz geschlagen So gehen wir mal rein Ich guck mal Ach ne jetzt ist mein Jetzt ist mein wichtiges Ding ist der Zweck Was ich damals immer verkaufen wollte Die ganzen Sachen sind der Zweck Holzplanken Schwein Rehpelz Ui So viele coole Sachen gibts hier Ui Guck mal da Goldbarne Plus 4 Schau mal ein Emerald Den hab ich letztes Hab ich den letztes Mal verkauft Ich weiß es nicht Orangen sind grad im Hype Ähnchenfilets noch krasser im Hype 8 Dollar plus Ja geil geil Bruder geil geil Einfach nur geil Gut wie wärs wenn man die Bank ausraubt Ich brauch ein paar Sachen Muss da drauf kommen wie ne Rauf auf die Kiste Mist du immer noch auf dem Testchirm Nein ich bin schon auf RLO Jetzt funktioniert wieder alles Ah warte ich muss jetzt zu Essen kaufen Stimmt Immer schon bei McDonalds vorbeifahren Dann richtig Jetzt sind wir mal ein Wheeling Dann sind wir schneller So Gleich mal Red Bull fürs Kind Genau Bisschen Burger Ach Big Macs Schau mal hier Hier gibt es ein Cheeseburger für 2 Dollar Leute Kommt rüber 2 Dollar Das ist ungerechnet Was ist ein 2 Dollar 1,60 1,30 In Euro 2 Dollar Ungefähr Ich bin nicht so gut im Dollar Euro umrechnen So Dann gehen wir uns mal full machen Mal vollfressen Und dann Schauen wir mal wo es uns hin zieht ne Ich werd mal schauen ob ich hier irgendwie an Infos rankomme Waffeln habe ich schon mal ne Waffeln habe ich Waffeln habe ich bekommen Wir fahren mal runter Hauptplatz Hallo Oh ne jetzt habe ich wieder X gedrückt Achso Ah da könnte die Trossel herkommen Am Motorrad Ah Weil wenn ich X drücke mache ich ja hier diese Sachen Das könnte vielleicht deshalb sein Na komm wir fahren mit Mit 36 Auf gemütlich So Das heißt jetzt jedes Mal wenn ich einen Weckschubse Kriege ich das Problem mit dem Roller Dass der auf dem Ding drosselt Oh alter Leute wenn ich jetzt auf X drücke dann haut es nicht vom Motorrad runter Also vom Roller Zwei Dollar sind also 80 Boah ich bin gut im Rechnen Also doch so viel Ein paar Mal weniger Rubbellos fehlt stimmt Rubbellos müssen wir mal kaufen Aber wir fahren mal Richtung Hauptplatz Ich hätte heute irgendwie Bock mal was auszurauben mit irgendjemandem Aber ich weiß halt nicht Ich muss mich halt ein paar Ein paar Leuten dran glätten Weil meine Sachen vom letzten Mal vom Kleinbankrum habe ich ja verloren Hallo Ja okay Hi Hallöchen Boah Ist das ne Supra? Ja Boah geil Ich werde so bekanntlich gibt kein Wheelie oder? Ob ich ein Wheelie Natürlich kann ich ein Wheelie Pass auf Dann mach mal Pass auf Hab ich geübt Pass auf Oh mein Gott Hast du gesehen? Das hast du aber gut gemacht Was hast du denn gelernt? Danke Ich hab Ich hab das damals Mein Papa hat mir das beigebracht auf dem BMX Ah Mhm Boah hier sind so coole Autos Ich würde auch gern so ein cooles Auto haben wenn ich groß bin Alles klar Kannst ja auch allen meinen Kollegen Bescheid sagen Herr Käsemann Danke Ciao Hahaha Der Käsemann ist der der am Steuer sitzt Hallo Was für sag einmal Wär doch mal nicht frech Sind sie der Herr Käsemann? Nein ich bin der Typ der das Kennzeichen damals am Autos verkauft hat Achso sie waren das okay cool Boah cool Der Käsemann Nee ich such jemanden der Meinst du diesen komischen Typen mit den Liedern und Haaren? Ja der und noch ein anderer Den suchst du denn sonst noch? Mh Nö ich such eigentlich nicht ich schau mich nur um Achso Ja ich Und warum zum Geier fährst du kleiner Kerl mit dem Roller? Haben sie dir auch Schmausprungen abgenommen vorhin? Ja haben sie Aha Sie haben nichts gefunden Ah sehr gut Liegt aber daran dass ich vorhin baden war Aha sehr gut Hat mir der eine gesagt dass ich da baden gehen soll Riecht aber nicht so Hat meine Mama auch immer gesagt dass ich stink wenn ich nicht baden gehe Aber ich rieche nach Chlor Ich kann nichts dafür Ja das ist doch normal ne Es ist alles Chlorwasser was da drin ist Ja ja muss ja sauber sein das Wasser Ja das muss ja so sein ne Mh Mh Packt der fuck packt das Ding bloß weg Packt das Ding bloß weg Packt das Ding bloß weg Aber die tut nix wir haben vorhin schon geschossen dass nichts passiert die tut nix Habt ihr schon die Softair gesehen die ich bekommen hab von jemanden Ach so Hast du sie aus dem Haus getestet? Ja am Hauptplatz und haben ganz viele Polizisten da aber die hatten nix gefunden weil es war nur nur Softair Ja die haben doch Probe genommen war alles ok haben sie gesagt War alles ok Die haben uns ja nicht geglaubt Ne und ich wollte mit Leuten Softair spielen und das wollte dann keiner sind dann alle abgehauen Ja komisch kann ich mir überhaupt nicht vorstellen Sie ich glaub sie mögen Pflänzchen Ja Du auch Boah wenn ich groß bin will ich auch so sein wie sie Was ist denn das warum hast du eigentlich ne Vase dabei? Eine Vase? Sieht man auch nicht alle Tage dass Leute mit Vasen rumlaufen in der Hand Weil ich gleich meine Blumen ernten muss weißt du und muss sie da rein stellen Sind sie ein Blumenmensch? Ja Hallo Ja der baut der baut Sonnenblumen an Der macht daraus Femmichige gesalzen Ich habe auch mal Sonnenblumen anbauen wollen aber ich habe es dann nicht geschafft BZD ich glaube doch ich habe noch ich habe mal was war das? War das? Ne Tabak habe ich mal angebaut nicht Blumen Naja ist eh dasselbe sind Pflanzen Kommt aufs gleiche Jungs Kommt aufs gleiche ja ich habe schon noch ein Päckchen irgendwo dabei ich muss mal gucken Was guckst du Willst du mal in meine Tasche gucken ob da eine Überraschung für dich drin ist? Kinder Überraschung Boah cool Aber nicht auf Leute zählen gell? Hallo Kann ich mal abdrücken Äh das würde ich Boah das ist riesig Muss sie nach oben halten Nach oben? Da kommt ein Wunder ja ja Oder unten Oben unten Aber warte mal wo schießt die? Schießt die von unten nach oben oder von oben nach unten? Äh Wo kommt denn da was raus? Oben oder unten? Kommt unten oder oben was raus? Die bunte Spitze die fliegt nach oben Die bunte Spitze Achso das Ding Ok gut Und schön festhaltend Ok Ich will auf den Krankenwagen schießen Hallo Oh jetzt fährt er weg Vielleicht kommt da ein Polizist nicht damit anschießen kann Ja voll cool Warte ich schieß mal in die Luft jetzt Was spielst du denn gerne? Bösewicht oder eher Politik? Boah Bösewicht Ich bin ja böse Bösewicht Guck mal Mal was anderes Mein Papa war auch böse Die ganzen kleinen Kinder die wollen alle immer Polizist spielen Nö ich nicht Ich hasse Polizei Ist voll blöd Warte vielleicht kommt da wer Ich will mal gucken Ah ist nicht Polizei Warte passt mal auf Wir machen mal das so über die Köpfe Pass auf Boah cool Das hat der C da gesehen Guck mal da ist der Polizist der dreht jetzt Ui Oder? Ne Okay Dem Polizisten passiert das scheinbar nicht Warum sollte Wir spielen ja nur Kann nichts passieren oder? Bööö ich bin mir nicht so sicher Ernsthaft? Oh mein Also ich kann mich noch dran erinnern Dass wir letzte mal einen Ehrgaffe gekriegt haben oder wie? Ja wir doch nicht Ist doch cool Ja die großen Männer die kiepen damit nicht Keine Ahnung warum Keine Ahnung warum Ist das sowas wie so ne Bazooka? So ähnlich Ja Was machen denn alle Stroken Passt mal auf ich schieße jetzt auf das Schild da vorne Ui Boah cool Das ist ja wirklich wie ne Bazooka Ja Das war mein Schild Soll ich mal schieße Wenn ich unter mich schieße fliege ich dann weg? Ja Das würde ich nicht aufschriften Warte ich frag mal Ich frag mal den Arzt Hallo Hallo Wenn ich das unter mich hin halte Fliege ich dann oder? Dann hast du ganz viele Schmerzen Weil die haben gesagt ich soll mal ausprobieren Ne das würde ich nicht tun Warte soll ich mal Sonst tue ich mal da in die Menge rein Nein 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 das machst du nicht Mh Oh warte Polizei guck mal Er schießt auf die Polizei Da Feuerwerk Gucken sie mal her ihr Polizist In grün äh in weiß blau und rot Ich hab gar keinen Bock mehr Boah voll cool Hey Rollo Das behalte ich mir Dann kann ich damit Coole Sachen machen Also auf die Hand stellen Oh schau cool Äh Das hat super geklappt Ja irgendwie schon Motorradfahrer Ich krieg dich noch Ich krieg dich noch Ich krieg dich Ich krieg dich Ich krieg dich Boah voll cool Hallo Es macht voll Spaß Was ist am besten schnell weg Ups Hallo Guten Tag Wir spielen nur ein bisschen Wir machen grad Feuerwerk Äh ja Das Abschießen vom Feuerwerk Ist eine Sache Aber das Geradeaus zu schießen Ist eine ganz andere Sache Da war doch niemand Hab geguckt Wollten nur schauen was passiert Wenn es auf dem Boden ist Ja und was hättest du gemacht Wenn da jemand um die Kurve gekommen wäre In dem Moment Ja dann hätte ich das wieder nicht gemacht Hätte ich das weg gemacht Und was Bleib mal gerade hier bitte Wollen wir spielen? Also pass mal auf Heute eher nicht Ähm Pass mal auf Ähm Das Feuerwerk abzuschießen Ist eine Sache Das sollte Wenn dann eh auch nur Im Beisein von FD Oder ähnlichem sein Einfach falls irgendwas anfängt zu bringen Der andere Punkt ist Schau mal Die Rakete dahinter fliegt ja eine Weide ne Mhm Guten Appetit Renn sie weiter Jetzt überlegen mal Wenn du die Rakete abfeuerst Und da hinten ist keiner Ist ja alles Für dich okay Ne? Mhm So was machst du aber jetzt Wenn in dem Moment Wollt der da gerade hinten Wollen die auch ein bisschen? Nein Das sind kopflose Busfahrer Achso Wollt ihr auch ein bisschen? Nein danke Boah schmeckt gut Renn sie weiter Gaspause Genau Und wenn jetzt da aber wer Die Rakete fliegt Was rüberkommt Und was passiert Das wäre natürlich ganz schlecht Ne? Ja aber das wäre doof Genau Was heißt das jetzt? Mit dem Feuerwerk Ich sag mal Ich sag mal Ich sag mal Mit dem Feuerwerk Spielen soll Genau Wenn du das Feuerwerk abschießt Dann bitte Wenn dann nur nach oben In die Luft Weg von Gebäuden Oder äh Anderen Wo Personen Verletzt werden könnten Mhm Perfekt Dann versprichst du uns Dann versprichst du uns Dass du oft mit dem Feuerwerk aufpasst Was? Dann versprichst du uns Dass du das Feuerwerk nur noch im Beisein von Erwachsenen Entzündest Und Bitte auch Nur nach oben Okay? Mhm Perfekt Okay Schulz Dankeschön Perfekt Mhm Dann wünsche ich dir noch viel Spaß Gut, danke Tschüss Gerne Tschüssi Was macht ihr zwei gerade? Boah Sie haben Kaugummihaare Cool Darf ich angreifen? Nur was erklärt Boah Cool Das ist voll samtig Das ist voll samtig Ich will auch solche Haare Ich hab's samtig verstanden Samtig Sind sie ein Einhorn? Äh Ja, klar Pupsen sie auch Wenn sie ein Einhorn sind Und dann kommt so hinten Regenbögen raus Ja, ja, dann stehe ich da ganz hoch Cool Aber nur weil sie abgehoben ist Haben sie auch nen Hund? Ich hab zu Ärger bekommen Ja, ja, hier sind meine drei Hunde Achso Was machten Was machten die Hundebande? Was machten ihr? Wir holen Straßenköter Denen es nicht gut geht Und die pflegen wir Dann will ich jetzt auch ein Straßenköter sein Ich äh Ich kann noch tolle Tricks Pass auf So Und pass auf Ich kann den coolsten Trick Schau mal Ich kann den Fortnights Oh Das ist äh Also wenn du Speed Yoga kannst Kann ich dich aufnehmen Aber Hm? Ganz leider schon Wenn du Speed Yoga kannst Dann kannst du Speed Yoga Ach du mal, du kannst noch besser Yoga Ich kann kein Yoga Ich kann kein Yoga Das ist angenehm Speed Yoga Er macht es immer schneller als Kami Es muss halt ein bisschen schneller Nein Kami nimmt es nicht persönlich Ich kann Ich kann Ich kann euch gute Burger machen Wenn ihr wollt Roboter Ja, gerne Äh Yoga kann ich nie Ah, kann Doch Ich kann gut Yoga Doch, doch Ist schon schnell Ist das schnell genug für euch? Joa Was würdest du es machen, wenn wir dich aufnehmen? Hm Wir können Ähm Playstation Kann ich gut spielen Hm Ich kann dir ein bisschen die Stadt zeigen Ich kann gut Auto fahren Ich kann Tabak anbauen Du kannst Auto fahren? Ja Er hat kein Auto fahren Ich kann dir ein bisschen Tabak anbauen Okay Also ich kann dir ein bisschen die Stadt zeigen Okay Ja, die Stadt kenne ich schon Ist doch langweilig Ich kann dir Autofahren zeigen Du kannst ins Kino gehen Um 21.30 Uhr kommt ein guter Film Was kommt denn da? Das Ja, ich weiß nicht, ob man reden sollte, Kami Hallo, Herr Käse Ich glaube, man könnte dir zeigen, wie man ein richtig Auto fährt Hey, das kann ich Ich übernehme das gar nicht Boah, ist das der Herr Käse jetzt? Sind Sie der Herr Käse? Das wüsste ich aber Irgendwie seid ihr alle von der Käsetruppe, guckt mal Grüß dich Ist die ganze Käsetruppe da Kommt ihr alle aus Holland? Ey, Nino kommt nicht Ne Auf jeden Fall Der Gouda Club Ihr seid doch alle im Gouda Club Sag mal, Kleiner, hast du noch deine Softer? Ja, hab ich noch Ja, hab ich noch Ich hab die Hab ich bekommen Mhm Und ich hab Ich hab die Hab ich bekommen Moin moin Mhm Und ich hab auch Ich hab auch so Das bekommen Von jemandem Die ist cool Schau mal rein Guck mal da rein Guck Guck du da mal rein Wie cool das ist Das ist richtig cool Nee, alles gut Hau mal nicht Ich weiß nicht, was willst du denn machen, wenn wir mit dich aufnehmen Wir können Fortnite-Tänze machen Achso Blöd Wir können zusammen Fortnite spielen Für Fortnite Für Fortnite Für Fortnite Für Fortnite Oder wir können Wir können Roller Ich hab mein Roller Schau Er macht's für Fortnite Immerhin Für Fortnite Wir können Jokoriegel essen Wir können Jokoriegel? Ja Kann ich den geben Ich hab vorhin schon einen gegessen Bei der Polizei und ja blöd geguckt Da musst du aufpassen, da darfst du nicht zu viel essen Ich wollte auch so ne Weste haben, die ist cool Kannst du dir im Kleidungsland kommen? Kann man das? Ja, mir passt nichts Ich bin zu klein Bei mir würde die bis dann nach unten in die Beine gehen Du kannst es probieren, wenn du willst Das ist das klare Glück Das ist ein Oversized Ach ja Mein Kleidungs und dein Sion besteigen sich gerade Bitte was? Machen Sie Liebe? Ja, ja Bruder Nein Boah, cool Boah, da kommt sicher voll das süße Baby raus Ja, sehr Kommt denn so ein Babyauto raus und ich kann dann damit fahren? Ja, bestimmt Das wär doch was, oder? So ein Mini-Auto Ja, das wär cool Ja, das wär cool Boah, die Farbe ist voll cool Aber stell dir vor, da kommt dann so ein kleines Mobil und kann ich damit fahren? Das wär das perfekte Auto dann für dich Dann kommt ein CP1 Ein CP1 kommt dann noch raus Tschüss Gami Ja Ciao Liam, was kommt da noch mal raus? Er hat's doch gerade gesagt CP1 kommt dann raus Das war ein Lamborghini P1 Lamborghini P1, genau Seht ihr den Typ da auf dem Balken? Ja Kino, was? Ich denke, wir haben nach dem Kino noch eine Mission heute, oder? Wo geht der ins Kino? Was kommt denn dann für ein Film? Ähm, Popkarneval Okay Kann ich da mitkommen? Das ist cool Ja, klar Cool Soll ich ein Viertel zahlen, oder? Ich hab ein Viertel zahlen Popkarneval Gibt's dann auch Popcorn dort? Ach je Ja, klar Cool Süß und salzig Cool Ich mag süßes Popcorn, voll viele mögen salzig, aber ich mag süßes mehr, weil es ist karamellisiert Boah, guck mal, die machen, die machen wirklich Liebe Boah, jetzt wird's, jetzt wird's pervers Äh Äh Edin Ich wollte deinem Auto und seinem P1 ein bisschen helfen Verkuppeln und so Das sieht jetzt voll cool aus, das ist jetzt ein Kunstwerk Ich hab noch mal ein WB aufpacken Wollen wir den Lobbogini P1 nennen? Oder den McLaren Sion? Ja, es ist ein CP1 ist das CP1, hört sich cool an C1 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 hört sich blöd an CP1 ist lustiger CP Kannst du noch einsteigen? Weil sie pinkeln, verstehen sie? CP1 Mhm C-Pinkeln 1 Das hab ich in der Schule gelernt, Englischunterricht Warte mal Das P heißt pinkeln Krass Die haben mich so schnell Cool Ähm Ich tu jetzt nur so, als ob ich pinkel nicht Ne, ich tu nur so Es ist immer noch zu Dann lass mal losfahren, oder? Ja komm, ich hab ein Viersetter Kann ich da mitkommen? Ja ja Ist das dein BMW? Ja Cool Mein Papa hatte Auch den nur besser Weil mein Papa hat M-Paket verbaut gehabt Der sieht voll blöd aus Ohne M-Paket Äh, vertrau mir der Wagen Äh, hat ein M-Paket drunter Wie drunter? Der geht unter der Haube mehr ab als man M-Paket ist doch nur optisch Du kennst dich bei Autos gar nicht aus Ja Besserwisser M-Paket ist die Schürze Und nicht der Motor Das heißt aber dann M-Motor M-Performance Ja, der hat halt M-Motor Kann, kann Wieviel Zylinder hat der Wagen? Ich hoffe klar, mir Auto wird von jemandem geklaut Ja, nein, ich hab ihn noch aufwarzen lassen Achso Du bist aber kein Auto-Kenner, oder? Wie war das denn als Siebernwitz? Der denkt nur, er hat A, ne? Und er denkt auch, er könnte Auto fahren Oh ja Ich merk's Zwingt mich nicht dazu, jetzt fertig, statt zu reizen Boah, wir fahren voll schnell Zum Raub Wir sind so schnell Schnell Ist da das Kino? Ich bin da vorne vorbeigefahren Ja Boah, cool Boah, da ist was los Heute muss ja ein richtig cooler Film sein Wow Boah, voll cool Ich hab mal so Leute gesehen, wie so ihr so aus der Hood im Dokumentationsplatz und so Sie weiß es nur noch nicht Bist du bin Achso, du bist Ne, die war drei Monate lang Boah, voll cool Die Ose und so Jetzt seh ich auch ne Schwester Seid ihr die aus der Doku, die ich gesehen hab, oder? Ich glaub nicht Ich glaub nicht Jo, was ab, ne? Okay Shit Jerry's, Alter, was geht ab? Ja, das shit, Mann Voll cool Ich hab mal ne... Ich muss dir mal was sagen Ja? Ich weiß nicht, ob du mit ins Kino rein kannst Warum nicht? Ach komm Da wird ein Video gezeigt, da kommt Musik drin vor, die ist erst ab 18 Aber seine Mami ist doch dabei So Eben Mama Kami ist da Mama Kami ist da Mama Kami ist da Ja, die Musik ist, die Musik ist aber zu hart, also die, glaub ich, wollte er nicht hören Ach so, so blöde Musik ist das dann und dann... Ich glaub schon Ich kann's, ich kann's probieren Ich probier's einfach Wenn nicht, renne ich raus, wenn's zu blöd ist Wir probieren's Wir können ihn ja probieren, Onschlepse reinzuhauen Ja, dann passt's Aber keine MP5 mit reinnehmen Hi Jay! Ich bin jetzt gespannt auf euren Film, dann weht er sich Ja, es sind nur anderthalb Minuten, aber die Hauptprotagonisten müssten eigentlich auch dabei sein dafür Ah, da kommt der Nächste Ja, super Aber die parken da vorne, ne? Echt? Also ich weiß nicht Gute Harde, Edek Irgendwas haben die Limmels doch vor, Alter Gute Harde Sie sollen reinkommen und gucken, das sollen sie machen Die können sich bei sich selber ne Razzia machen Das gibt ne Vorstellung heute Das gibt ne Fehlvorstellung Ja, alles klar Heute müssten auch alle Crimes an einem Strang ziehen und keiner sollte sich hier klöpfen oder so, weil heute geht es nur um die Plätze Was ist ein Crime? Oh, ich hab gedacht, es gibt dann noch ne Massenschlägerei Ein Mensch, der nicht gerade so legal untersucht Bin ich auch nicht, ich hab auch schon Probleme mit der Polizei gehabt Ich traue, dann müssen wir auch ein kleiner Gericht Dann sitzen wir alle im selben Boot Leider Mini Gangster Also ich eigentlich nicht, da war's mir scheißegal, ich mach mit Hast du grad den wegen der Feuerwerkskörper hergegekriegt von dem Bull? Und wir übsen Oh, die machen wir weiter dann ganz so ran Oh, da kann man Oh, die Kopfblöße sind einfach vor Schnau Oh, warte, Tanzkreis Schau, da ist Mediziner Warte, warte, warte 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 Ist das Horny? Ist das Horny? Oder Ist das Horny? Was ist los? Der Film muss gut sein, wenn so viele Leute sich hier anstellen Schaut mal das, den Zielenklatscher Na? The Horny Porni Nein, hallo Naja, hab ich schon fast freingefahren Na, alter man Das war, das war Neuer Kinofilm Das war Kino-Time, Cops vs. Cartel in 1931 Was, echt jetzt? Cops vs. Cartel Ich hab' mich gespannt, was da läuft, Leute Hast du ein Film für mich? Achso, okay, Mann Ey, warte, bist du jetzt Gangster oder nicht? Was, Mann? Ob du Gangster bist oder nicht? Ich hab auch was für dich. Boah, da kann ich immer noch fahren, wie man zieht, Mann. Guck mal, was ich bekommen hab. Aber es ist keine Äschte, glaube ich. Juhu, Alter. Ja, hat mir der gegeben vorhin. Sicher wahr, oder? Ich hab noch ne Maschinenpistole bekommen. Aber dann renn die mal weg. Du sagst's einfach wirklich bei der Verhandlung, der in den Kopf ist raus. Ey, wir sind 20 Leute plus. Ich verassene. Ja, aber die schießt nicht echt. Ich will mal echte Waffen haben, wenn ich groß bin. Willst du sehen, was der fuck ist, Alter? Hast du ja nicht grad dem gelesen? Das Autohaus hat geöffnet. Oh, das wird mal dein Leben, Mann. Shit, Alter. Boah, ist die echt? Ist die echt? Ey, hier ist ja, Mann. Boah, zeig noch mal. Ich hab's nicht gesehen. Ey, Mann. Kann ich die mal angreifen? Jaja, pass auf, Mann. Boah, cool. Sogar mit Schalldämpfer, boah. Ich will auch mal sowas haben, wenn ich groß bin. Mein Hobby sagt immer mit Schalldämpfer. Ich will aber, dass es knallt, Alter. Mit Schalldämpfer ist doch cooler. Dann ist nicht so laut. Ich mag das nicht, wenn es so laut ist. So, was? Das ist ein Bad da? Ich glaube, ich bin das einzige Kind, ja. Ja? Ja, Mann. Ich close mich einfach. Shit, Alter. Das ist so shit. Was? So was auch? Alter, ich bin so gespannt, Leute, was hier passiert. Die Polizei fährt hier die ganze Zeit durch. Merkt ihr das? Wie die Polizei die ganze Zeit durchfährt und Investigation macht? Das ist ein Schmaul, der Junge. Ich bin mit einer Sportbrille, Alter. Aus einem Bravo-Magazin. So ein Ding ist das. Ja, ja. Was? Was? Was passiert, Leute? Wo, Mann? Oh, shit, die auch. Oh, die hat die Haare geschmackt. Cool. Hallo. Aber Kami, du hast deine Haare anders, ne? Boah, das darf man nicht machen. Wenn man das macht, dann kriegt man ein Problem mit der Polizei. Hab ich auch bekommen. Mittelfinger? Ich hab der Polizei manchmal Mittelfinger gezeigt. Ja, das sag ich jetzt lieber nicht. Ja, kannst doch überall hinschreiben, ACAB. Das kommt zum Augenwinkel, siehst du? Aber ich hab auch ein neuer Tellys. Hol, kommt's auf jeden Fall. Hol, get's a beautiful. It's out of control. Ja, guck mal, da ist Wolf, für den ich mich ausgegeben hab. Guten Tag. Hallo. Das ist ein Faker. Hallo. Aue. Ach, Mann. Sie müssen herkommen, sie stehen alleine. Alter, ich bin sehr gespannt. Ich geb mal nen Ticketstand. Gibt's nen Tickets? Was ist das an Anstellen? Oder gehen einfach nur rein? Ich weiß es nicht. Wirklich scheiß auf die Straße. Ich glaub, wir sollen bis hier in die Deckung gehen. Das könnt ihr jetzt gleich scheppern. Oh, guck mal da, die Straße blutet. Okay. Da hinten steht ein Auto. Also. Ich wette, was die Dieneste geht jetzt hier, oder? Die Polizei. Mal schauen. Ja. Da das auf sich aufpassen müssen, muss der jetzt mit reinkommen. Okay. Schau mal gute Plätze. Können wir einfach reingehen bleiben? Müssen wir gar nix zahlen dafür? Bei mir? Na, ne, ne. Das ist ein Bekannte von uns. Oh, Popcorn. Hm. Ich geh ruhig weg. Was willst du oder brauchst du was? Nö, ich hab schon ein bisschen. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Jetzt muss ich mich... Die Maschine braucht ein bisschen lang, bis das Popcorn rauskommt. Ja, das ist gut. Hm, 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 hm. Und bin ich jetzt der Einzige, der sich um den Kleinen kümmert? Hm, 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 hm. Ich bin der Meinung. Ich hab mir die XY-L-Box geholt. Ja, wir kommen zwei. Hm, 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 hm. Jetzt haben wir die XY-L-Box Popcorn geholt. Hm, 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 hm. Jetzt machen wir uns da oben, da, äh, für die Damen mit den Pinken Haaren. Wo setzen wir uns hin? Äh, da oben bei der Dame mit den Pinken Haaren. Okay. Ich mag die Dame mit den Pinken Haaren. Die riecht nach Kaugummi. Wir setzen uns hier. Wir setzen uns direkt hier hin. Okay. Im besten. Oha, Liam. Oha. Oha, Liam. Oha. Soll ich mich hier hinsetzen? Komm, nehm mich. Nein. Okay. Achso, hier. Oha, hat der Popcorn? Ja, kannst du machen. Ja, ich will da rüber. Ah, ich komm hier, so. Ich dachte grad, es gibt schon hier Doppelsitz, so ein bisschen Action. So. Oho, du klau mal ein bisschen, reich mal rüber. Hahaha. Ich hab auch kein Kind so klauen. Hahaha. Klaus doch einfach. Boah, Alter, was los im Kino sein? Frag ihn doch einfach, vielleicht gibt dir der was ab. Ich geb niemandem was ab, es ist mein Popcorn, ich hab's bezahlt. Oha. Ich glaub, du hast geschenkt bekommen. Außer ich krieg ein Kaugummi von der Kaugummi-Frau. Warte, ich kann ja ein Kaugummi unter dem Sitze rauskratzen. Ne, wenn dann von der Dame. Oh shit, Mann. Hier gibt's Hitze, ja. Kami, warte, warte, komm her. Oh Gott. Kami, komm her. Jawohl. Shit, Mann. Das ist so'n Chaos. Oh nein. Oh shit, Alter. Okay, jetzt, jetzt fängt's schon an, Leute. Ich muss leider, ich muss leider das Ding muten. Ich, ich hör leider die Musik, das ist das Problem, dass ich die Musik höre. Das heißt, ich muss jetzt leider muten. Ich hör leider nix. Ich mach meine Kopfhörer auf. Danke. Ich hab mich schon Arztgeld empfangen. Ja, das ist doch schade, ne, weil er halt Musik reingemacht hat, wo ich nicht weiß, was drin ist, ne. Jetzt muss ich leider Musik muten, das ist blöd. Weil die hört man jetzt leider nicht. Ach, warte, kann ich eigentlich sonst die Musik irgendwie muten? Ach, warte, ich hab ne Idee. Ich weiß, wie ich die muten kann, Leute. Ich weiß, wie. Äh, passt auf. Dann kann ich die immer noch hören. Ähm, Lautstärke-Mixer. Und dann im Chromium. Aua. So, jetzt. Jetzt haben wir die Musik nicht mehr gehört und die Leute noch. Was ist dieses Los Santos? Schau einfach den Film. Äh, fängt der jetzt schon an? Ist das schon der Film? Ich denke schon. Okay. Boah, geil. Ne, doch nicht. War das, das war die Werbung. Hat Spaß gemacht? Ich will ja absolut nichts sagen, aber ich sehe es. Super produziert, Peter, super. Das weiß ich nicht. Oh, shit, man. Matthew. Also jetzt was läuft, sehe ich auch nichts. Ja, ich sehe auch nichts. Ne, ich glaube da kommt noch was. Also der Vorspann. Blöd gelaufen. Oh nein. Oh nein. Wir können nicht hören, Mann. Perfekt. Ja, danke, dass ihr alle erschienen seid. Schade, dass die Cops sich nicht trauen reinzukommen, denn eigentlich ist sie an die gerichtet. Aber ich hoffe ihr habt mit dem Video ein bisschen Spaß. Starte den Film. Ich glaube das wird nichts. Ich glaube das wird das ganze Leben verändern. Wo ist das Popcorn? Okay. Spiel den selben Song nochmal. Deshalb der kleine Junge gestohlen. Oh shit, Digga. Ist das viel, Mann? Oh shit, Alter. Oh fuck, Alter. Leider kann ich die Musik nicht hören, das ist ja schade. Aber das soll, das soll irgendwie eine Ankündigung sein, die Cops oder so. Die haben da so einen Zusammenschnitt gemacht. Ich glaub schon. Schade, dass ich die Musik nicht traue. Oh, lass, lass, lass. Weißt du? Ja! Jewe! Lass das Spiel nochmal mit Musik anhören. Den Clip. Wie viele Leute da grad, Alter, wie viele Leute das alles ja fast besetzt. Ah, das, das ist nämlich Kartell versus Cops ist das, ne? Der Film. Oh shit, Alter. Ist ein brutaler Film. Mhm. Aber ein guter Film. Was war's? Oh shit, Alter. Ey, das war geil, Mann! Ey, noch mehr! Noch mehr, Alter! Gib mal mehr! Schrei mal nicht so bitte. Schrei mal nicht so bitte. Schrei mal nicht so bitte. Mein Popcorn ist kalt. Das macht mich. Richtig war ja eigentlich, dass die Cops das sehen, weil die sollen ja endlich mal raus. Karl-Heinz, ich kaufte Neues. Man muss ihnen die Arbeit ja leicht machen, scheinbar. Fortsetzung voll cooles. Das ist ein cooles Video. Oh ja. Ja, geil, ich hab nix gesehen, Alter. Was hat er was auf jeden Fall? Ich kann ja schlicht, oder? Ich kann ja schlicht, oder? So gut fände ich bestimmt auch schlicht. Jetzt kann ich das wieder anmachen. Oh, irgendwann konnte ich... So, zack. Das ist super, komm, ey. Komm, fahr mal wieder. Der beste Fahrer ist Rollo. Cool. Mit dich, Katharina, geht alles. Aufpassen, da kann man gleich hier runter achten. Danke, dass ihr alle da wart. Instagram ein Auge behalten. Da kann man es mal gucken. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir das noch mal abspielen können? Ja, Alter, das Video war einfach. Ja, das war cool, das hat er gut gemacht. Oder nochmal eins. Wollen wir drauf um? Wollen wir mit gehen, ne? Oh, schädliche Vokade hier überall. Also nicht synchronisiert hast wahrscheinlich. Hier wird rechts rum. Hier wird rechts rum. Hey, Nixis. So assi. Hey, Nino. Also immer das gerade ist. Ich weiß es nicht. Oh, die Limo, guck. Ist das nicht die... Haben jetzt alle weiße Limos? Du Ämchen, wieso ist die Werbungslaut, Mann? Das ist keine Werbung. Das ist ja nicht mein Name. Hey, schau, jetzt sind die Copperstar. Ich bin so. Ich soll da reinkommen. Wir sind spät, Mann. Wieder! Was? Schau mal da. Ist das Polizei da hinten? Ne, oder? Schau mal da. Nein, der Virus. Ganz richtig. Ne, OG. Aber da, guck mal. Polizei fährt. Guck, guck. Die fahren hier auf Streifen. Schau mal, jetzt turnet er. Guck. Jetzt kommen wir doch mal zurück. Die patrouillieren hier gerade. Weil die nicht wissen, was hier gerade los ist. Ich wusste doch nicht. Sollen wir einsteigen? Ja, machen wir keinen Stress. Ja, ja. Okay. Ja, Film war voll brutal. War der echt? Der war echt. Echter als echt. War das Schauspieler, oder war das echt jetzt? Nee, nee, das war echt. Heißt das, ich habe gerade gesehen, wie ein Polizist erschossen wird? Ja. Ich kriege jetzt aber nicht mehr aus dem Kopf. Das ist aber die richtige Welt, Kleiner. Ich bin nicht dran. Und warum machen die solche Filme? Weil das richtig unwichtig ist. Warum? Steigt mal jetzt ein, bitte. Weil manche Cops nicht begreifen, dass sie uns nicht an den Eiern haben. Weiß ich nicht. Deswegen ist auch Lukas Wanderer. Er hat Kopfschmerzen. Okay. Die Cops müssen halt nur begreifen, dass sie uns nicht an den Eiern haben. Deswegen gibt es solche Filme. Das ist deins. Okay. Das ist deins. Ja. Ich wüsste nicht, dass Oli ein Kind gebärt hat, aber... Was, Oli gebärt ein Kind? Weil das so passt. Ja. Nimm jetzt Hände. Der Funk ist so cool. Ich glaube, jemand muss ihn auf den Schoß nehmen. Ja. Ja. Die starke Frau schafft es schon. Ich will vorn sitzen. Mir wird hinten immer schlecht. Ich kotze uns alles voll. Oho. Wien, woher willst du Kleiner? Wo musst du hin, Kleiner? Ja. Ähm. Pipi. Pipi. Einfach ins Ausschuss. Ich hab... Ich... Ich... Du kannst... Du kannst... Nee, ich geh an der Wand. Bis gleich. Hm. Hm. Pack den Feuerwehrmann aus. Und wir löschen das Feuer zusammen. Und der Feuerwehrmann, der packt seinen Schlauch und löscht das Haus. Da, 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 da. Wir nehmen den Schlauch in die Hand und löschen das Feuer gespannt. Zusammen sind wir stark und löschen das Feuer. Boah, da kommt aber heute ganz schön viel raus. Boah, ich glaube, ich hab heute zu viel getrunken. Schaut gar nicht mehr auf. So. Bin fertig. Gehen muss gut. Ja. Hab's geschafft. Jetzt würde ich mal Hände waschen. Ja, wie soll ich auch draußen? Urin besteht 94% aus Wasser. Ah, perfekt. Ein bisschen Farbstoffe. Äh, Hauptplatz. Werner, wo ist du hin? Mir ist egal, wohin, ich hab niemanden. Aber spring nicht so, springe ich so. Ja. Dann sind die Fehlern kaputt. traut mal wieder auf. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da kannst du auch Sänger werden, Kleiner. Nö, ich bin gar nicht über Brau warm. Da gibt's nicht nur tropisch, aber der hättebly gehen. Der Roller ist noch da. Cool. Beame Vincent Bintli. Beame Vincent Bintli. Bealeid! Und nicht so aggressiv bitte. Nicht so krass schreien bitte. Gibt noch kein Sturz. Mh mh mh. Mh mh mh. Ein Roller. Ein Roller fahren? Ist doch ein Roller fahren. Ja, ich fahre sonst getrostelt. Ich fahre den getrostelt. Wenn die sich ausziehen. Mir ist doch scheißegal. Pass auf den Reifenplatz gleich. Ich könnte ihm auch den Lambo in die Hand drücken. Das wäre mir doch egal. Flex. Du hast da selber einen, Alter. Mh. Lambo? URUS steht hinten. URUS steht hinten drüben bei uns. Das ist nur das Auto, was ich gezwungen fahr. Wenn ich kein Kennzeichen abmachen muss. Mh. 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 Schau noch einer. Cool. Er kann es besser als ich. Ah, das wird noch kleiner. Übung macht den Meister. Ja, ich will mein Bestes. Du musst aufpassen, nicht dass du hinfällst. Ja, mein Roller. Oh, das wird teuer. Nö. Oh, du kannst es voll gut mit dem Roller. Es liegt sicher am Roller, oder? Ja, probier. Ich will mal damit probieren, ja. Lass auf. Lass auf. Boah, cool. Gehst du dich im Roller? Boah, Alter, der geht ja richtig ab. Holy shit, darum geht der Roller so ab. Was hat der mit seinem Roller gemacht? Was hat der mit seinem Roller gemacht? Das Ding schiebt ja ganz anders. Ja, Alter, ich will jetzt den Roller da haben. Ich schwöre, ich kaufe mir den. Der schiebt ja richtig. Was hat der mit seinem Kopf? Oh, Alter. Der fährt sich gut, der fährt sich besser als meiner. Äh, kleiner? Oh, hallo, ja? Oh. Ähm. Willst du, dass wir beide dir mal zeigen, wie man richtig gut Geld verdient? Schon? Komm mit. Wenn ich dann auch so coole Autos fahren kann wie ihr? Ja, kannst du. Ja, warte, ich muss meinen Roller wegparken, sonst klaut den noch wer. Boah, der ist voll lahm im Gegensatz zum anderen Roller. Schnell bevor die Polizei kommt und blöd guckt. Ich habe es auch als Kind gelernt, Mann. Mit dem Wheelie fahren? Das auch und wie man richtig Geld verdient. Ich habe schon einmal Tabak gemacht. Ich habe noch Tabak in meinem Auto. Du musst nur noch verkaufen. Das ist halt so eine dumme Idee sein, dass es mit dem Ball immer können. Äh, ich. Das kann es euch machen. Und wie macht ihr's? Wie macht ihr euer Geld, dass du so leisten könntest? Das zeigen wir dir. Das zeigen wir dir jetzt. Wo? Wo fahren wir hin? Äh, das muss man Auto abkriegen. Äh, brauchen wir doch hier eine Begleitung, Olli? Oder machen wir ohne? Ohne. Perfekt. Ihr habt doch Michas Begleitung. Ja, klar. Ich bin gespannt, was die vorhaben. Die mischen wir jetzt auf irgendwas mit, ne? Mhm. Mal hier runterscrollen. Ich glaube, der hat keine. Der hat nur eine 18. Ich kann eine meine geben. Was habe ich? Ja, aber zu dritt ist besser. Ja, aber das so, ja. Ja, eben. Ich habe eine Waffe wahrscheinlich. Ich kriege das easy. Ja. Nein, wir müssen erstmal 17er kaufen. Wir kaufen jetzt den Lock 17, aha. Was haben wir erst an die vor? Alles andere stellen kurz aus. Okay. Ich muss über das reden. Warte. Ja. Nein, 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 nein. Die kommt zu dürfen. Ich wüsste wo wir sind. Okay. Die sieht fast gleich aus wie die andere. Ja, ja. Die schießt aber nicht Dauerfeuer. Okay. Cool. Aber ist die andere doch besser. Jetzt kaufen wir dir noch mal eine schöne Maske. Ja. Die passen wir nicht. Ich habe so einen riesen Kopf. Da passt keine Maske. Ich wollte mal eine kaufen. Es hat nicht funktioniert. Da bleibt die erste, was die drauf besitzen. Ich hab den auch gerade gehört. Da du ich gerade beleidigt. Ja. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ah, geil. Sie müssen das vorlesen. Sorry, Leute. So, ähm. Illuminatenkönig. Hab ich, glaub ich, stehen geblieben, gell? Ja. Eine kleine Spende. Dankeschön, Illuminatenkönig. Dann Lena mal vorgelesen. Mach Folterkammer. Die mach mal, wenn dann woanders. So. Jana. Knubloch. Und off-off-fischig. Für uns linke explodierender BMW. Vielen Dank fürs Sucklern. VLTV. Was. Ist. Riecht nach roter Farbe. Blaue Farbe. Um 50 gehe ich rein. Das ist ein Schnuppe. What the hell? Wo gehen wir jetzt rein? Äh. Wird schon gleich sehen. Okay. Was? Also die Bühnenkönig ist in der City Hall und der Dispatch erreichbar. Perfekt. Zuerst mal ein Trinken darauf. Hm. Felix Tundl. Mauser. Das hab ich schon vorgegeben. Besprechungsraum. So. Justin. Pistolen-Aim-Profi. Also sieben react. Opa Willibald. Ist das nur am Laden den PC neu starten? Geht das ja. Gott sei Dank geht's ja jetzt. Ne. Der Wuffel. Warum brauchst du Discord um auf LLU zu zocken? Weil die Whitelist über Discord läuft. Wir haben ne Discord Whitelist. Das heißt wenn Discord down ist kannst du auch nicht joinen. MrX ich feier dich. Mach weiter so lange schon MrX. Rex. Ich warte grad im Wartezimmer auf ein Gespräch und weiß nicht was ich sonst machen soll. Der Kuss geht raus an Rex. Rex. Im Wartezimmer. Ah Überfalli. Tu. Was. Tu. Kolei. Z. Ist richtig. Ach scheiß drauf nochmal Support fürs Projekt. Danke dir euch. Vielleicht bis bald. A Kuss geht raus. Ey Kleiner nicht einschlafen. Ich schlaf nicht ein. Also. Hast du zugehört? Nö. Wir gehen uns gleich ein paar Uhren und ein paar Ketten anschauen. Achso okay. Ja ja. Und du musst einfach rotz und frech welche mitnehmen. Hab ich schon mal gemacht. Dann war die Polizei da und hat mich mitgenommen. Eben. Deshalb werden wir jetzt dahin. Wir alle werden einfach schnell mit der Pistole die ich dir gegeben habe die Dinge einschlagen. Ein paar mitnehmen. Und wenn ich einfach sage raus. Dann rennen wir alle raus. Steigen ein und fahren los. Okay. Also. Sind die schon da? Nein nein nein. Die wissen noch nichts. Die soll ich noch nichts wissen. Achso. Ist die Juwelier noch frei? Mach jetzt Juwelier oder? Stell dich mal einer bitte draußen hin. Wie geil. Und check mal ab. Dass wir wissen wann Cops kommen das raus rennen. Weil wir nehmen nämlich niemanden mit. Als Beseitigung. Wie geil. MrX. Ich fahre dich mal weiter. So dankeschön. MrX handelt der Mustang. Hey Kurt. Meine erste Spende. Wann kommt wieder LAPD? Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Mal gucken. Mal gucken. Wanns soweit ist. Eine Minute fahren wir los. Rack ist immer noch im Wartezimmer. 25 Euro donated. Vielen Damen. In einer Minute fahren wir los. Ich stehe jetzt hier gerade im Rockfort. Blasatunnel. Fairboy. Mach echt toll. Mach echt toll. Wies. Dankeschön. Fairboy. Turo. Danke fürs VIP werden. Sag mal. Sich so oft im Chat. MrX und Fairboy nochmal VIP gewonnen. Patrick G. Thanks für die Streams. Wurde gerade auf RLO zocken. Aber Discord ist down. Und kann deswegen nicht joinen. Weiß ihr Bescheid? Alter. Solades. Oh shit. Here we go again. Solades mit 107 Euro. Da lacht er die Palme aus Plastik aber hier. Uwe Kuss geht raus. Solades. Schon wieder. Am besten draußen bleiben. Ne. Wir haben spotter draußen. Das geile ist ja wir sind ja heute bei 1 zu 7. Als Karl Heinz. Das erste Mal mit 1 zu 7. Das ist ja 1 zu 7. Die redet ja vor die Westen an. Die redet ja vor die Westen. Ich weiß es ja als Karl Heinz nicht. Weiß nicht mal. Ich weiß noch nicht mal als Karl Heinz. Ich mach das einfach mit. Ach Kuss geht raus alter Solades. Wirklich. Leute lasst alle mal ein Herz für Solades da. Come on let's go. Aber machen die denselben Trick wie ich da was gemacht hab. Guck. Kofferraumdeckel abmachen. Aber mal raus hier. Leute lasst mal alle mein Herz regner. Für Solades. Wirklich. Hör's. Hör's. Fór's. constructiveô. может klar. Langsam leaders. So Node. Ja, musste sein Leute. Einmal Herz in Chat und einen Like Button pushen. Warum machst du den kaputt? Ich hab mir mein Kennzeichen nicht sieht. Ach so, cool, schlau, da muss man doch voll klug sein, dass man das macht. Hab ich von meinem Chef gelernt. Cool, das hab ich halt immer gemacht. Oh, guck, die nehmen Visa-Karte. Komm, 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 komm. Warte, habt ihr die Visa dabei? Dann können wir da einkaufen mit Visa, guck. Naja, haben wir. Und das mach ich jetzt da drin? Nehm mal die Pistole in die Hand, stell dich in so ne Vitrine. Okay. Ja. Und die einfach einschlagen. Und die Sachen nehmen wir dann mit, oder? Ja, einfach mitnehmen. Ich hab das schon einmal gemacht, da wurde ich gezwungen dazu. Machen wir das jetzt bei allen so? Kommt drauf an, wann Polizisten da sind. Ach so, die kommen. Okay, cool. Dann spielen wir mit denen. Abelie, fracken, flacken, mhm, 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 mhm. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü-tü. Aua, ich glaub, ich hab mir nen Finger geschnitten. Aui. Wir versorgen dich dann gleich. Okay. Ich glaub halt, ich weiß nicht. Ich glaub, ich hab nen Splitter drin. Es tut irgendwie grad weh im Finger am rechten Daumen. Aua. Mh, das ist unangenehm. Ja, warte, ich mach da noch. Oder, oder, äh, hier, voll raus. Sollen wir weitermachen? Nimm noch einen mit. Noch einen? Okay. Wir beide holen raus, ich war draußen. Dann nehm ich noch einen mit. Ich will aber alle mitnehmen. Ja, warte, warte. Warum können wir nicht alle aufmachen? Weil die Polizei schon da ist. Ja, wir machen noch einen. Komm, einen machen wir noch. Okay, okay. Einen. Dann bin ich glücklich. Chip, Chip, Chip. Chip, 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 Chip und Chip. Ritter des Rechts. Chip, Chip, Chip und Chip. Die beiden. Keine Ahnung, wie's nicht weitergeht. Hm. Hallo. Komm, 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 komm. Hä, da ist doch gar kein... Doch, da ist Polizei. Cool. Ah, wir müssen uns anschnallen. Nicht vergessen, anschnallen, Jungs. Weil, wenn man sich nicht anschnallt, dann fliegt man vielleicht raus. Mein Papa hat immer gesagt, nur die Doofen schnallen sich nicht. Schnallen sie nicht an. Wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin? Ja, keine Ahnung. Wir fahren jetzt kurz und fähr durch die Stadt. Ja. Vielleicht fährt sich das Auto jetzt doof, weil der Kofferraumdeckel ab ist. Wegen so, ähm... Dauch aus meinst du? Ja, genau. Oder so halt in der Form. Junge, wie verdammt schnell ist denn sein Auto? Ja, der ist halt Ritter des Rechts. Der hat Chip und Chap geguckt. Deshalb ist er als Polizist. Und Chip und Chap haben immer gewonnen. Chip, 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 Chip und Chap. Ritter des Rechts. Scheinst du, jetzt werden wir weg, oder? Ja. Ich seh keinen mehr. Ich glaub wir sind weg. Da kann ich mehr weg. Boah cool. Chip, Chip, Chip und Chap. Hinter des Rechts. Aber wir sind jetzt böse. Mhm. Mhm. Aber wir haben jetzt mal gewonnen. Chip und Chap haben mal nicht gewonnen. Blöden Eichhörnchen. Ja, wir gewinnen fast immer. Immer, stimmt. Aber fast. Immer fast? Ja, wir gewinnen immer. Okay. Okay. Chip und Chap haben grad gesungen. Bei nem Raub hab ich auch noch nie. Auf was für den man kommt, wenn man sich in... den Kopf eines Kindes aufhält gerade. Einfach Chip und Chap-Singer, dass man die... die Ladentäge abholbt. Ihr müsst euch da meinen Daumen angucken. Ich glaub ich hab da nen Splitter drin. Wir fahren gleich wieder zur Dame und dann schaut sie sich jetzt. Okay. Die kennt's ja nicht aus. Die Frau Kaugummi ist voll cool. Aber nur Autofahren würde ich nicht bei ihr. Fährt die schlecht? Ja, sehr schlecht. Ja, aber so sieht die auch aus. Ja, äh, muss ich gerecht werden. Also wir sagen zwar immer, sie fährt gut, aber... macht sie nicht. Ach so, das heißt, wenn wir ankommen, sagen wir, sie fährt gut und dann freut sie sich. Genau. Auch wenn sie nicht gut fährt. Okay. Genau. Wir müssen Frauen immer an der Zeit. Okay. Wir haben grad die U-Wops genommen. Guck mal. Ich hab einfach 100... Alter, ich hab einfach 113 Stück dabei. Wie heftig. Guck mal. Im 1920 Schwarzgeld. Ach, da sind die... Da sind die Kaugummis drin. 1920 Kaugummis im Beulher zum Wohlgegeben. Alter, noch mal. To cold ice noch mal. Okay, Nummer 3 nun. Ich will den Herzring. Übrigens, ausgesprochen, to, was, to cold, yes. Weißt du, was das Problem ist? Ich hab jetzt mich an der Einblende das abgelesen, ne? Und da ist es zusammengeschrieben, Alter, jetzt noch mal, komm, wir hauen mal raus hier, für dich. Herzring, Leute. Und vergesst nicht, lasst ein Abo da. Aktiviert das Glöckchen, dann verpasst du auch nix mehr. Und hier kommt noch mal, kleiner, aber feiner Herzring. Ne, da oben noch mal raus hier. Hoppala. Hoppala. Ich war's nicht. Leute, ich war's nicht. Hab doch nichts zu tun. Geht's dir gleich verkaufen, gib ihm das Geld. So viel Schokolino. Das haben wir ja vorgelesen. Turo, für dich bist du der Beste. Kuss mit raus. Tobi, T.W. Dank für ein Euro. Kevin H. Was heißt ein Delfin in Unterhose? Slipper. Schönen Abend. Das war, das war ein Flachwitz auf, äh, auf einem höheren, höheren Niveau. Vor allem, ich kannte das auch nicht. Das war ein guter Flachwitz hier von Kevin H. Arschbesucher. Klaus heute wieder ein paar Autos. Ja, ich glaube, wir klauen heute eher, äh, viele Geldsachen. Wertsachen klauen wir heute. Am Ende nochmal einen schönen Bankraub hinterher. Deine hast du rechte Klamotten dabei. Nö, hab ich, ah doch, ich könnte mich umziehen. Ich könnte mir so ein, ähm, ich könnte mir eine Brille aufsetzen und ich könnte, äh, einen Top, könnte ich mit einer Hose, eine neue. Könnte ich, wenn wir einkaufen gehen. Okay. Machen wir dann gleich oben. Wechseln wir uns noch. Okay. So, Jesse M, danke für 1,990. Meister Medium. Schau dich schon seit der ersten Enduro-Tour. Beste YouTuber. Kennst du mich grüßen? Ja, Meister Medium. Du bist mal auch schon lange dabei. Miss Catty-00. Lecker bisschen für den Hund. Gönn dir. Dankeschön, wir haben 25 Euro mit Fies. An Miss Catty-00. Stone Man, ein bisschen mehr raushauen und Karl-Heinz, bestes Typ. Alter, 50 Euro von Stone Man. Ja, das Ding ist, er kommt sich nicht maskieren, wenn sie ihn sehen. Da kann man nur Kuss, Kuss, Kuss sagen. Ja, genau. Aber ich glaube, dann bringt es das auch nicht, wenn ich mich jetzt umziehen gehe, oder? Ja, sonst gebe ich ihm einfach ein bisschen Geld und dann nehme ich die Juwelen oder so. Okay. Wie viel Geld kriege ich für die Juwelen? Muss ich gleich schauen. Das kommt immer drauf an. Warte, ich will ein Auto auswarten. Ich habe, ich habe, ich habe, 113 Juwelen. Cool. Cool. Voll cool. Boah, Reifen, cool. Reifen. Ich will einen mitnehmen. Können wir einen mitnehmen? Ich will so einen Reifen haben. Ich mag nämlich in meinem Zimmer so eine Reifenschaukel bauen. Ah, okay. Können wir so einen Reifen mitnehmen? Welchen möchtest du denn? Den großen, dann kann ich mich draufsetzen und eine Schaukel bauen. Wie viele Juwelen hast du klar? Weil dann gibt es sie. Äh, 113. Gib mal. Okay. Ich packe den Wein ins Auto. Ja, ja. Mach rein. Äh, wie viel hast du? Äh, warte. Ich glaube auch, dass sie verloren wird. Dann kommen wir zum Bankautomaten. Nein, 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 nicht schießen. Nö. Aber hier können wir cool Software spielen. Oh, Kaugummis. Hallo. Ist es von der Dame, der Kaugummi-Automat? Kauf da die Dame die Kaugummis. Denkst du, 50.000 passen? Ja, oder? Wie viel kriegt man denn da? Ich weiß nicht. Ich habe ewig keine. 50.000. Das ist ein bisschen wenig, glaube ich. Ich habe 89. Fertig gesagt. Kann man was so machen? 25 Cent. Dann heben wir einfach was ab. 25 Cent. Das ist falsch bedruckt. Hm. Oh. Ui. Hat funktioniert. Warte, komm mal her, Kleiner. Kriegst du was von mir? Boah. Äh. Warte, von mir bekommst du auch was? Oh cool, da kann man rein. So, warte. Ja. Jetzt riecht ich einfach Kohle. Bitte schön. Warum? So viel kriegt man dafür? Wenn der Preis gut ist, dann ja. Boah, cool. Jetzt kann ich Annie was, kann ich Annie eine Playstation oder sowas kaufen. Hm. Na, kannst du jetzt nicht tausend von vor. Kann man sich auch mehr Softass kaufen? Kannst du auch, ja. Boah, cool. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. So riecht. Ah, okay. Und er verteilt den ganzen Geruch im Auto und im Krankenhaus. Sieht's auch immer so. Voll blöd, voll doof. Ist das so. Hm. Ist das elektrisch, das Auto? Ja. Finde ich doof. Finde ich auch doof, aber es ist ein guter Biersitzer. Wenn die Cops kommen, was ich abhauen kann. Ach so. Okay. Der BWD, äh, boah, ich hab' ein paar später drücken. Voll cool. Aber hier ist 130, wir fahren, glaub ich, zu schnell. Ne, ne, das ist gut so. Okay. Cool. Schaut's echt, boahle, ob ich's aus dem Kindersitz raus. Immer da wo raus schallern, ey. Hey, Chess, die M, danke für 1990. Meister Media und das hab' ich ja vorgelesen, ne? Seid ihr in der Duotour dabei? So, äh, Dankeschön an Entengulasch für ein... Ah, jetzt hab' ich Hunger bekommen. Dankeschön an Entengulasch, jetzt hab' ich richtig fett Hunger bekommen. Für einen Euro. Meister Media nochmal, ich schaute schon seit... Oh, der haut das 50 Mal aus, dasselbe. Ich lese ja alles vor, vielen Dank. Alexionslinker C, frag mal die von 1 zu 7, ob die dich für einen Tag mitnehmen können. Ja, haben sie jetzt Gott sei Dank auch gemacht, irgendwie so auf eine Art und Weise. War grad echt lustig. Wobei gefangen. Denk, gebe ich doch jetzt nicht ab, Alter, wer bin ich? Jetzt hab' ich jetzt einen Fühnerstein, hab' ich gebeten, na? Ah, ne, ich hab' gar keinen. Da war ja was. Mh, Slaus Renz. Binden heute einfach selber über eine Stunde zu spät. Hab' ich was verpasst? Ne. Noch nicht? Noch nicht, überhaupt nicht. Also von einer Stunde da warst, eigentlich nicht viel. Weil wir haben fast eine Stunde lang am Testzimmer was gemacht. Aus dem Grund glaub' ich nicht, dass du so viel verpasst hast. Aber es gibt ja die gute alte Spul-Funktion auf YouTube, ne? Wer kennt's den nicht? Wie die Nummer von dir? Ja, ich schau' mal. Äh, wo warst du jetzt nochmal, Kami? So, äh, Arsch-Versucker, eigentlich müsstest du dir mal eine Kart holen und Mario-Karte in der Startspiel, das wär' so mega. Ja, ich hab' schon mal eine Kart geholt. Sollte ich vielleicht wieder machen, ne? Ich hab's einmal gemacht. Wir sollten vielleicht mal wieder eine Mario-Karte mitmachen. Einmal mit einem Kart rein in die Stadt. Fedrons James, dankeschön. Nein, ich hab' Geld gehört. Fedron James, statt LeBron James. Äh, Fedron James, dankeschön. Andl, bestemann. Ich hab' gestern abgenommen. Wir kommen auf einen Kanal, ich hab' jetzt da Andl. Hallo. Ähm. MrX50€, fein, ich mach weiter, dankeschön. A Schule, wo tanzen verboten, das heißt Tanzverbot. Wusstet ihr, dass es wirklich Tanzverbot gibt? Also, jetzt nicht ein YouTuber-Tanzverbot, sondern es gibt... In Deutschland ist das, in Österreich glaub' ich ist das gar nicht so, ich weiß auch gar nicht. Da gibt's einen Tag im Jahr, wo du wirklich Tanzverbot hast. Wo tanzt, ist es illegal. Ich krieg's mir nur gleich Namen auf dem X6. Richtig krass, Alter. MacButterCakes1. Moin, ein Raub mit Karl-Heinz, egal. Haben wir trotzdem grade irgendwie gemacht. Aber ein Bankraum wär' heftiger, ne? Einfach so mit ner Geldtasche drumrum. Dann steigen wir aus. Hallo. Hallo. Und wie war der Film für dich? Brutal. Die haben gesagt, dass der Film, der war... Der Film, der war ja echt, oder? Ja, der war echt. Ja. Der war echt, ja. Ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf, weil da ein Polizist eine Kugel in den Kopf bekommen hat. Ich hab' dir gesagt, geh besser nicht rein. Ja, aber... Das war wirklich ne gute... Während der Kopfstilessen hätten ihr's verhindern können, dass du reinigst. Ja. Ja, das stimmt allerdings. Ach, wieso denn? Ich hätte nie... Nee, weil... Oh, Edi, was machst du mit dem Kleinen? Ich hab' gar nichts mit dem Kleinen gemacht. Oh, Edi! Oh, Edi! Oh! Was hab' ich denn gemacht? So, was hat er? Ich hab' einen Splitter. Ich hab' einen Splitter. Er hat nix gemacht. Ich bin selber schuld. Ich hab' einen Splitter. Dann skipp mal her, dein Finger. Ähm... 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 So, das kann jetzt wehtun beim rausziehen, ja? Nee, ist der Finger. Und... Eins... Zwei... Aui! Ich muss ja weg. Okay, geht wieder, ja? Ich blute noch ein bisschen. Kami, schön pusteln. Kann... Kannst du... Kannst du... Kannst du... Kannst du einen Bussi drauf machen? Genau, Bussi. Mach einen Bussi drauf, ne? Natürlich. Dann... Dann halt doch schneller. Danke. Jetzt ist gut. Guck mal, weil du so tapfer warst, du kopfst auch einen Macken. Warum haben die alle so komisch gelacht? Haben wir was falsch gemacht? Die sind einfach... Nein, alles super. Alles weg. Das sind männliche Wesen, die sind komisch manchmal. Ich versteh' das nicht. Das kommt noch. Das kommt auch. So, wer möchte jetzt alles zusammen spielen mit BB-Gang? Wir machen jetzt... Komm, wir machen... Wir machen jetzt... Wir machen jetzt alle zusammen... Machen wir jetzt dann... Soft Air. Warum rennt ihr mal weg? Das ist ein volles Spielfahrt, der aber... Wir machen Soft Air. Benutzt doch die Soft Air in der Luft. In der Luft? Warum in der Luft? Dann kommen die Kugeln noch wieder runter. Dann tut sich dort noch einer weh. Ist dir sicher, dass das eine Soft Air ist? Der Mann hat gesagt? Ja. Schau mal, ich kann's dir mal zeigen. Es passiert nicht viel. Weißt du, was witzig ist? Hui! Oh! Edi, was was witzig ist? Die macht voll coole Geräusche. Er ist einfach nur drei Jahre jünger als du. Ja, moin. Was? Edi! Edi! Was, wie alt ist der denn? Er hat eine größere Waffe als du. Bist du 16? Was? Ein Kind hat eine größere Waffe als du. Warum? Ist der 16? Oder was? Ich glaube, oder? Oh Gott, was soll der jetzt raus? Boah! Jetzt holt er die Waffe raus und die Cops kommen. Ich hab nix gesagt. Ja, also bitte erschieß mich nicht. Edi, ich weiß nicht, ob ich es nicht wollte. Edi, ich glaub, er hat das nicht gesehen. Er hat das nicht gesehen, glaub ich. Er kommt jetzt. Guck. Guck, der kommt. Er ist aber doch nur eine Airsoft. Er hat doch nix. Oh cool. Ist da noch sowas drin? Jetzt guck ich mal rein. Ui. Schade. Was hast du denn? Ui. Oh, die ist cool. Edi, guck mal. Boah, die ist cool. Die ist voll cool. Warte, ich schau mal. Ich hab grad die Polizei heute damit angeschossen. Ja, kommt jetzt. Sollte es gewartet haben. Ich? Na, na, na. Ich hab nichts mehr. mh mh 3bm ah alter warte mal vor allem dieses unnullied alter upsie tschuldigung upsie upsie wir fahren hier durch ne ausfahrt rein da steht jetzt ein riesen schild do not enter wir haben auch so eine signale an das ist ein supervisor weil uns schüsse gemeldet worden sind und auf unser fahrzeug wurde mit dem flaregang geschossen supervisor 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 hallo boah ist das hell super super wenn er mal schnell ins kino gekommen wäre mh 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 nicht so gut. Also würde ich nicht raten. Achso, okay. Ja, das weiß ich ja nicht. Ja, und die stinken. Die stinken selber. Leiner. Ja. Wir können dir noch was zeigen. Ich hab mich grad wieder ein Kollege was draufgebracht. Okay, was denn? Oh nein, was denn? Tschüss. Tschüss. Er hat gesagt, Waffen stinken. Wer hat das gerade gesagt, was ich ihm zeigen kann? Wer war das? Wer? Willst du ihm nicht zeigen? Ja. Was ist drin? Was? Willst du deinem zeigen? Nein, ich hab gar nichts. Hui. Ey, Ollo, was ist das? Also, kann ich Gartenarbeit zeigen? Gartenarbeit? Oder die kann die Gartenarbeit zeigen. Oder Olli, willst du ihm Gartenarbeit zeigen? Ähm, Ollo? Vielleicht kochen ja die. Die Leuchtpistole. Wollen wir zusammen Gartenarbeit machen? Aufpassen. Ui, aufpassen, der Herr. Die ist voll cool. Achso, fahren wir jetzt nicht mit dem. Rutschend immer mal in den Porsche sitzen. Olli? Kann bestimmt super. Willst du wissen, was für ihn du da tun, ne? Ja, dann hol dich in anderen Wagen. Was ist denn mit dem Mülleimer los? Mülleimer da, Mülleimer weg. Mülleimer da. Boah, voll der coole Mülleimer. Der ist einmal da, einmal weg. Mülleimer da, Mülleimer weg. Mülleimer da, Mülleimer weg. Werner? Ja. Kannst du hier in den Großen einsteigen? Okay. Alter, ey. Ich sitz vorne. Neee, so wird mir schlecht. Du willst vorne sitzen? Neee, ist okay, ich bleib hinten. Das klingt mir schlecht. Ich hab schon Zeug dabei. Ich weiß, zu welchen wir geben können. Da war ich schon mal. Da kann man den Tabak anbauen. Genau. Ich hab schon mal gemacht, aber es hat sich nicht so rentiert. Oh, guck mal, da ist ein Fernseher. Boah, ich geh mal nach hinten. Ich schau mir das mal an. Boah, überall alles voll mit Tabak. Hallo. Da ist der Klen. Hallo. Macht voll Spaß mit dem Spielzeug. So, bumm. Du musst aufpassen, du kannst davon anfangen zu brennen. Ach so, okay. 20 Dünger und 20 Samen kannst du dir mal kaufen, Junge. Okay, 20 was? 20 Samen und 20 Dünger. Okay. Ich hab das einmal gemacht. Ich bin aber eingerüstet. Hab ich mal gelernt. Ich will zeigen dir, wie das geht. Okay. Ich glaub, du hast die besten drei Personen dafür. Okay, cool. Ach so. Ach so, weil die gucken sonst, oder? Wenn Polizisten in der Nähe sind, aber nicht. Okay. Aber haben die auch was gegen Softair? Weil der Eid hat gesagt, das ist okay. Nein. Okay. Wir haben gegen alle Sachen, die aussehen wie eine Waffe. Ach so, okay. Dann parke ich die lieber nicht aus. Äh, dann hauen wir uns da mit der Sext raus. Jo. Das geht gar nicht mehr, wo das ist. Jetzt, ich muss nochmal fahren, weil ich hab keinen Führerschein. Ja, man braucht doch keinen Führerschein. Ich hab nämlich einen Führerschein damals gemacht im Disneyland. Und die haben auch gesagt, der gilt nicht, obwohl ich ihn hab. Das ist doch schon. Ja. Ja, ich hab Autoführerschein gemacht. Das ist immer gemein. Ja, die sind voll doof. Deshalb mach ich die Polizei nicht. Dann hab ich einen Roller gehabt, haben die mir den weggenommen. Und einen Führerschein darf ich auch nicht fahren. Die Polizei sind auch ganz, ganz böse Menschen. Ja, die sind voll blöd. Ich mag die auch nicht. Ich frag mich doch nur mal, warum jetzt, jetzt geht's doch gerade das Kloster. Das wundervoll, ich kann eigentlich auch. Jetzt fahren wir gerade mal, wohin anbauen anscheinend. Ja, anscheinend, natürlich fahren wir jetzt wohin anbauen. Ich schreibe wahrscheinlich gegen Ende nochmal. Ich hab mich jetzt gerade nicht so sehr, was du schreiben wolltest. Vorhin sieht der X7 voll alt aus. Das sieht doch voll geil aus von innen. Guck mal. Das ist doch geil aus von innen. Wo sieht denn der alt aus? So passiert immer, aber auch immer. Das ist doch mal eine Karre, die willst du seit langem mal wieder fahren zu bedanken. Das ist doch geil aus dem X7 hier vorne, das ist Chrom und Schwarz. Das wäre richtig geil. Die ganzen Chromteile in Black. Würde ich voll feiern. It's Rave, mach Ehre auf Bankrope mit Roller. Mal probieren. Vielleicht mache ich es. Aber AP-Technisch weiß ich auch nicht, wie es funktioniert. Tobias Umbau. Danke für 5 Euro. 4,20 Franken. Und cheesy oder was. So, Mac Butterkeks nochmal. Ein Raub mit Karl-Heinz wäre geil. Irgendwie gucken wir vor, ich liess heute alles doppelt. Keine Ahnung warum. Manuel, LS22, 95 Cent. Atrex, TT, danke fürs VIP-Werden. Hat sich neu gegönnt. Hydra Master, hey, kann man dir privat auf Discord schreiben? Nein, leider nicht. Auf Discord, Gott sei Dank, nicht mal sonst wäre ich komplett fool. Da wäre Discord fool. Ja, genau. Phoenix, HD nochmal mit 10 Euro mit Fies. Was, Entzug in der Nähe von Zürich, ein Sushi-Restaurant für zwei Personen. 194 Franken, für zwei Personen ist es ja gut. Ich meine, Sushi ist nicht billig, aber wenn du denkst 194 Schweizer Frankels, ist auch nicht schlecht. Official Xyls Linker explodieren nach BMW. Hallo, wie geht's da? Was ist denn das für ein geiler Name? Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir natürlich auch. Ja, alles gut. Snake Eyes, was ist weiß und guck das Schlüssel noch? Was machst du denn jetzt schon? Ein Spannbett-Lagen. Warum? Zum Silo? Nein, 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 nicht hier, nicht hier ran. Ist da schon jemand? Geht ihr weiter oder was meinst du? Nee, bleib hier stehen. Irgendwie habe ich hier Angst. Ist das eine Geisterbahn oder sowas? Irgendwo sowas in der Arte. Boah, richtig creepy. Oh, da ist ein Grabstein. Ich will zum Grabstein. Boah, cool. Da liegt da sicher jemand. Boah, cool. Schwebende Bäume. Äh, habt ihr schon mal schwebende Bäume gesehen? Wie cool. Schau, man kann unter die Wurzeln gucken. Mhm. Voll cool. Like my craft. Ein Schwebebaum. Na, komm, kleiner. Boah, cool. Aua. Und das machen wir hier jetzt? Hier tun wir jetzt... Oh, warte. Da hinten geht's doch noch weiter. Warte. Da ist noch so ein Ding. Cool. Da sind überall Gräber. Boah, hier ist voll cool. Aui. Aui. Äh, wer der Name hat Karl heißt, ne? Ich bin grad ins Loch gefallen. Karl. Du bist da drüben, seine Flanke. Nee, ich guck mir nur hier oben. Hier ist es voll lustig. Ja, ja, aber du darfst hier nicht alleine rumrennen. Okay. Das ist gefährlich. Okay. Ich mag bei so einem Ding möchte ich das machen. Bei was? Ja, bei so einem Ding da. Schau hier. Das ist der Sound auf der Spende. Da sind überall Gräber. Ist das okay, wenn man das hier macht? Nee, eben. Wir wollen schon Gräber anbauen. Kann man mit? Wo dann? Am besten hier. Hier. Okay. Gut. Da war einfach. Dann machen wir mal. Auf IREM Bruder Basis. Wir hatten grad einen Sunny raus hier. Stone Man. Meine erste Spende. Kennst du mich noch? Das haben wir aber auch verarscht heute, gell? Meine erste Spende kennst du mich noch. Das Stone Man. Aber sicher nicht, Bruder. Kurz geht raus. An den Stone und auf den 20. Dankeschön nochmal an Emily Gillingreiner. Sie ist heute gut aus. Aber mein Bild hier ist toll. Wie gesagt, ich hab mich heute sehr rausgeputzt. Aber nur heute. Schandal lacht schon. Lachst du deshalb? Genau deshalb ist das so lustig. Ich hab mich heute rausgeputzt. Das ist der Joke des Tages. Sieht aber heute gut aus. Ich hab mich heute rausgeputzt. Und Hunde putzen sich nicht. Das stimmt. Da müssen wir ne Katze sein dafür. Und Katzen putzen sich. Und Nagetiere. Was putzen sich noch alles als Tier? Ja gut, wir. Ja, schon klar. Aber jetzt. Irgendwie find ich das komisch, dass sich Hunde nicht putzen. Das macht irgendwie wenig Sinn. Hat irgendwer von euch zu Hause einen Hund, der sich putzt? Also jetzt wirklich? Also der sich wirklich immer putzt? Ja, nicht die Pfoten putzen. Komplett halt. So mit Abschlecken über deinem ganzen Körper und das Fell halt einmal schön machen. Ich würde mich mal voll interessieren, ob irgendwer von euch so einen Hund hat. Oder ob es irgendeine Hunderasse gibt, die das macht. Kann ja sein, dass es eine Hunderasse gibt. Wie zum Beispiel der Shiba Inu. Da ist er so ähnlich wie ne Katze. Vom Verhalten her. Aber ob der sich putzt? Ich glaube nicht. Wale. Wale putzen sich. Ja gut, die schwimmen. Weißt du, ein Wal, ein Wal, der schwimmt im Wasser. Ich denke mir so, wie willst du dann schmutzig werden? Ganz viele ja. Okay, gut. Chinchilla. Ja gut, Nagetiere. Wobei, gehört Chinchilla? Ist Chinchilla ein Nagetier? Doch, oder? Oder ist ein Chinchilla... Ich muss mal schauen. Ist ein Chinchilla nicht irgendwas eigenes? Mal gucken. Chinchilla ist glaube ich... Was ist das? Oder ist ein... Ne, warte mal. Ist ein... Nagetier? Doch, doch. Okay. Gut. Doch, das sind Nagetiere. Ich dachte schon, ich habe irgendeinen Scheiß erzählt. Gut, stimmt, alles was so Nagetier mäßig ist, putzt sich und Katzen halt. Und halt Affen, ja, Affen, Menschen. Stimmt, Vögel putzen sich, hast du recht. Vogel putzt sich. Aber ich finde es halt strange, dass sich dann Hunde nicht so putzen, ne? Also, so wie eine Katze. Eine Katze geht übers ganze Feld rüber. Hunde halt nicht, ne? Also Nagetiere, dann Vögel. Weiß ich auch, dass sich Vögel putzen. Aber sonst Elefanten putzen. Stimmt, Elefanten... Schweine darf man auch nicht vergessen. Schweine wälzen sich im Schlamm. Putzen sich auf eine andere Art und Weise. Hunde auch. Ja, aber Hunde nicht so krass wie Katzen. Ein Hund, also ich weiß halt, so ein Hund muss so ab und zu mal baden, weil der sonst zum Stinken anfängt. Bei Katzen, die stinken nicht. Außer sie gehen Fettkacken mal. Dann stinken die auch. Aber dann putzen die sich und dann riechen die wieder... Also ich sage so, unsere... Also die eine Katze riecht immer nach Zuckerwatte, wenn ich sie rieche im Fell. Die riecht einfach nach Zuckerwatte. Also das muss man mal beim Hund schaffen. Ein Hund riecht immer nach Hund so, wisst ihr? Außer man wäscht ihn. Dann riecht ein Hund nicht auf. Dann riecht er frisch gewaschen. Aber eine Katze, die ist sehr neutral. Die riecht nach Zuckerwatte. Habt ihr auch eine Katze, die nach Zuckerwatte riecht? Ich hoffe, das bleibt so. Zuckerwattenkatze. Eine Katze hat so einen ganz süßlichen Geruch, wenn man da mal ans Fell geht. Okay, also Hunde putzen sich. Bein Hund auf jeden Fall, ja gut. Ich... Ich kenne mich bei Hunden bezüglich putzen. Ich weiß nur, dass man Hunde irgendwann mal waschen muss. Man hat Zeit. Hunde gehen auch ins Wasser. Katze nicht unbedingt. Ja gut, stimmt. Hunde gehen so ins Wasser. Aber dann riechst du halt nach Nasser Hund. Das ist halt... Weißt du, das ist halt nicht besser, wenn ein Hund ins Wasser geht, riecht der nach Nasser Hund. Der Grund, warum ein Hund nach Nasser Hund riecht. Wir diskutieren hier gerade über Hunde und Katzen. Wer sich... Wer sich wäscht und wer nicht. Aber gut, ich glaube auch Katzen... Äh, Hunde haben ja nicht diese... Stimmt, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Katzen haben ja diese Zungen mit diesen, ähm... Mit diesen Widerhaken dran. Fürs Putzen. Dass die das Fell und so runterkriegen. Das haben ja Hunde nicht. Hunde haben ja normale Zungen. Fällt gerade so auf, dass Katzen ja eigentlich dafür gemacht sind, dass sie sich putzen können. Mit diesen Widerhaken. Dass die ihr Fell, ähm... Auch clean halten können. Also wenn du dir noch nie eine Katzenzunge angegriffen hast oder gefühlt hast... Die haben Widerhaken dran. Deshalb ist... Es fühlt sich an, als fährst du über Schleifpapier mit dem Finger drüber. Und ein Hund hat ja nur eine normale Zunge. Also die haben ja nicht so eine Widerhakenzunge. Aus dem Grund ist es, glaube ich, auch ein bisschen anders bei Katzen als bei Hunden, ne? Wie die sich halt putzen. Putz... Putz mich! Äh, jetzt... Jetzt wartet es am besten, bis die ersten elf Pflanzen fertig. Ach, du hast da gar nicht gesetzt. Ich habe das eh schon mal gemacht. Ah. Ich kenne mich da schon aus. Mir hat das mal bei so einem Mann beigebracht. Ich habe da einen grünen Daumen. So. Perfekt. Sehr gut, wenn du weißt. Wahrscheinlich hat Schandl die mit Zuckerwatte rein. Ja, sicher. Das ist der Sound auf der Spende. Schau mal, sind schon fertig hier. Uh. Oh, das schämmert aber ganz schön was da hinten. Schämmert es richtig durch. Aber schaut mal, wie viele wir hier gerade sind. Wir machen hier gerade Massen-on-Mess-Anbau, Leute. Der Steifbart. Der erste Kontakt mit 1 zu 7. Frag doch, ob du mähen darfst. Stimmt, ihr könnt mal fragen, ob wir dann mähen dürfen. Oder ob wir dafür bezahlt bekommen. Lion High. Mach Enkeltrick. Könnte ich wirklich machen. Flo zackt. Schieß mit dem Feuerwerk auf die Kopf. Ja, das darf man nicht. Ich darf es mit, äh, darf es niemals random sowas gegen Kopf riechen. Ich habe, ich habe heute extra niemanden angeschossen. Außer so eine Leuchttrakete, die tut nix. Leuchttrakete, da fack es höchstens an. Äh, Rizix. Mach mal. Ne, das mache ich nicht. Das habe ich einmal gemacht und dann nie mehr wieder. Perversling. Puh. War mir nicht erschrocken. Habt ihr schon vorhin herräumt gesehen. Ach Mist. Und man riecht dich bis hierher, du Schwein. Das gehört hat. Aber was das gehört hat. Äh, Luca, danke fürs Resubben. Äh, Yassi, Kunze und Starbucks auch danke fürs Subben. Neu reingesubbt. So, dann, äh, Too Cold Eyes. Das kann ich jetzt nicht mal richtig lesen, jetzt wo ich sehe. Danke für die Liebe an dieses Projekt. Unterstützt dich zu 100% mit allen Mitteln. Akkus geht nochmal raus, ja nicht. Too Cold Eyes. Manuel S22, danke für den 1,290. Kannst mich grüßen, das war Manuel S. Dankeschön an Too Cold Eyes nochmal für 25, ihr Rühnchen. Nochmal so Potfest Projekt. Danke dir euch. Vielleicht bis bald. Das habe ich sogar gelesen, glaube ich. Zert 55, danke nochmal für deine Drohny. Äh, äh, geil, der PMA-Fighter. So, dankeschön. Solar, das haben wir auch vorgelesen, ne. Jawohl, die 1,7-Drohny. Yaran und, äh, Too Cold Eyes sind beide VIP geworden. Da kann ich nur vielen, vielen Dank sagen. Und, äh, Dino Trex, 1,07, danke für den Euro. Christopher Tiffner. Ich bin Mitglied schon seit vier Monaten, dann. Äh, vielen Dank fürs Mitglied sein und für deine Donation. Sengu, für deine, für deine Reifenschaukel. Was mal deine Schwester davon hält, was du wieder anstellst, ja. Da gibt es erstmal auf die, auf die Krallen. Wenn die da, wenn, 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 wenn da wären wir mit, also Polizei weiß eh, glaube ich, Bescheid, ne. Weil, äh, wir vorhin in dem Dings hier verwickelt haben, in dem Fall. Das ist der Sound oder die Spende. Lord Crusader und ATA NGD. Danke fürs Hubwerden, was für geile Namen. Der Hamster ist dabei. Grüße aus den Niederlanden. Übrigens, deine Streams sind wirklich großartig. Dankeschön. Hamster aus den Niederlanden. So, Chaos Flake, danke für 90 Cent. Arschbesuche nochmal, kaufst du heute noch einen neuen Roller oder machst du einen, ich glaube, ich werde heute einen Karte klauen. Ich habe richtig Bock drauf, eine Karte zu haben und damit in der Stadt rumzugurken. Aber haben wir es schon einmal gemacht. Vielleicht doch, vielleicht, vielleicht doch einen aufgemotzten Roller. Eine erste Spende kennst du dich noch. Stone Man kenn ich noch, natürlich. Danke für Zwanni. So, ATA NGD nochmal. Moin Moin, hoffe dir geht es gut und bin Mitglied. Ja, mir geht es sehr gut. Ich hoffe dir auch. Stone Man nochmal. Das ist tatsächlich vorhin mit der Zuckerwatte. Oh, jetzt bin ich schon angekommen. Luca, 11, dann wird 2 Euro und Körtel. Meine Katze geht immer so fett scheißen, wenn man in den Raum geht. Sterben Gehirnzellen in Sekunden. Ja, aber jede Katze kackt komplett anders. Ich meine, ich bin jetzt sehr zufrieden. Ich habe eine vollautomatische Katzentoilette gekauft. Für 800 Euro oder was ich dafür bezahlt habe. Aber ich schwöre euch, die lohnt sich. Die lohnt sich wirklich heftig. Weil zum einen riecht es nicht mehr, wenn die Katzen kacken gehen. Weil die Kacke geht nach 5 Minuten Timer, geht die weg. Und dann wird ihnen so ein Fach reingelegt. Dann haben die Katzen immer ein sauberes Katzenklo. Und du sparst übelst viel, übelst, übelst viel an Katzenstreu. Weil das nur die Kacke rauszieht und die Pipi rauszieht aus dem Streu. Und das Streu kann halt dann wiederverwendet werden, was drin ist. Und man spart sich, glaube ich, so auf Dauer viel Geld. Also einfach Klumpstreu. Das ist diese Katzentoilette, die sich so dreht. Das ist so eine Kugel. Das hat sich echt gelohnt. Ich meine, das kostet 800 Euro. Man denkt sich zuerst so, boah, krasser Preis. Aber ich glaube, wenn du jahrelang diese Katzentoilette benutzt, dann sparst du irgendwann richtig krass am Streu. Also ich merke das, wenn ich jetzt Streu kaufe. Ich musste damals so oft Streu kaufen, gehen jetzt gar nicht mehr. Also man kommt jetzt echt monatelang mit Streu aus. Das ist unglaublich. Ich glaube, da rentiert sich das. Da rentiert es sich. An der Zeit. Erst an der Zeit. Ich glaube, da müssen Jahre vergehen, bis sich das rentiert. So fünf Jahre sicher. Wenn man das mit dem Streu hochrechnen möchte. Oder vielleicht zehn Jahre. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Mathe-Genie. Kalypso 3001. Malzert, kannst du meinen Kumpel Daniel grüßen, bitte? Grüße an den Daniel. Hallo Daniel. Daniel, ich hoffe, dir geht es gut. Dein Kumpel, der Kalypso, hat da gerade fünf Euro für dich ausgegeben, Daniel. Daniel, der muss aber auch wieder eine Gutmachung machen hier für den Kalypso. Vielleicht lädst du mal auf einen Döner ein für fünf Euro. Für fünf Euro kriegst du irgendwo einen guten Döner. So. Sind wir fertig? Ich bin fertig. Jetzt weiß ich nicht. Können wir ein Feuerwerk machen? Nein, das würde ich jetzt hier nicht machen. Jetzt kann ich mit der Leuchtpistole schießen. Nee. Das kann ich dir ja. Kann ich? Boah, cool. Aufpassen, Leuchtt. Wenn runterkommt, dann tut es weh. Aufpassen, die kommt jetzt runter. Wir müssen alle stehen bleiben, wo wir sind. Alle stehen bleiben, wo wir sind. Wo ist es denn hingefallen? Das kommt, das dauert ein bisschen. Ah, das ist doch cool. Das ist aber lang nicht dauert jetzt. Wir kriegen extra, wir kriegen den extra Kick jetzt. Wir kriegen die extra Würze. Pass auf, wenn du draufstehst, dann brennst du ab. Das wird guter Grüntee. Oh, was? Achso, wir haben gar keinen Tabak angebaut. Das ist Grüntee. Das ist Grüntee. Ach, deshalb hat der Herr grüne Haare. Der Grüntee kann ich dir sagen. Der Grüntee kann es bei uns loswerden. Guck mal, da ist jetzt Licht drin. Guck mal, da ist Licht drin. Können wir da mal reingehen? Ja, klar. Pass auf, da sind bestimmt Mörder unterwegs und sowas. Nö, da gibt es doch keine Mörder da drin. Ihr den, geh mal rein. Ja, dann nehme ich aber meine Software mit, wenn da was passiert. Ich mache, ich mache Edina. Ich bin ja kleine Edi. Edi, du bist 16. Das heißt, in drei Jahren bin ich gleich groß wie du. Und dann kriege ich auch so einen Bartwuchs wie du. Ist der wirklich 16? Ja. Boah, der sieht aber älter aus. Ich dachte zuerst, der wäre so um die 50. Der hat halt nie auf die Eltern gehört. Immer Fruchtzwerge genaschen. Das ist gesammelt. Ach so. Ganz viel Milch getrunken. Sonst soll ich vielleicht auch mehr Milch und Fruchtzwerge trinken. Ich habe mein Essen immer aufgegessen. So wie es Mama immer gesagt hat. Ja, außer die Ananas. Warte, ich kann nicht hier unten am Reisen. Boah, cool. Ach, guck mal. Da ist ein Ofen. Da ist sogar Licht drin. Da war jemand erst. Hier ist ein Schlafsack und so. Ja, hier wohnen, äh, Penner. Ach so, ich dachte, ich kann hier dann wohnen. Ja, hier wohnen, äh, Penner. Das ist ein Junkie. Ach, deshalb ist ja Blut. Der hat ja Blut hingespuckt. Mann, ich kann mal. Oh. Ist das eine Badewanne? Äh, ich würde mich da nicht baden. Ach so. Da sind viel zu viele Bakterien. Ist aber voll cool. Ist so ein Lost Place hier. Mhm. Kann auch hochgehen. Sieht ja aus wie in einer Drachenschanze hier. Ja, voll cool. Hier geht's hoch. Mhm, 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 mhm. Hat hier mal eine Eheuhr gestellt? Oh mein Gott. Ich hab mich grad voll erschrocken. Nee, mhm, mhm, mhm. Nee, mhm, mhm. Nee, mhm, mhm. Nee, mhm, mhm. Nee, mhm. Warum erschreckst du mich? Das geht kaputt, Kamer. Ich hab mich grad voll erschrocken. War nur ein Spaß. War kein Spaß. War kein Spaß. Magst du eine Cola haben? Nee, du gehst weg. Komm. Machst du eine Cola? Nö. Na gar nix. Wo gehst du jetzt weg? Ich komm da nicht raus. Geh weg. Mhm, 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 mhm. Wo ist der Kleine? Das lustige ist, ich hab mich grad wirklich erschrocken. Also den Zucker, den ihr grad gesehen habt und der Maus. Ich hab mich grad ohne Scheiß erschrocken vor dem Typen. Ich hab mich grad richtig hart erschrocken. So, ich renne jetzt weg. Ich renne jetzt einfach. Die hört mich jetzt suchen, ne? Schau mal, in welche Richtung der grad rennt. Einfach steht da so ne Schweinemaske vor mir. Schau mal, wie ich mich suche grad. Ich bin grad einfach nur weggerannt. Weggerannt. Geh nochmal hoch. Dann sag ich gleich tschüss, weil ich gern bald kenn. Hallo. Er ist hier im Haus. Hallo, äh, Edin, such dich schon. Nö. Guck mal, ich mach mir nicht das. Oh, cool. Ich brauch das nicht. Ich bin kein kleines Kind mehr. Aber jeder mag doch Teddybären. Ich nicht. Ich hasse Teddybären. Oh. Boah, cool. Das sind die letzte. Boah, schau mal, da hat er seine Milchzähne verloren. Mhm. Aber das heißt, das ist so. Oh, da sind Kinder irgendwo in der Nähe. Oh, da hat er Doktor Spiele gespielt. Guck mal. LAPD. Maler E-Ding. Ist das echt interessant, oder was? Hättest du jetzt den falschen erwischt, glaub ich, und hast du eine Kugel gefangen. Aha, was passiert? Oh, warte mal, schau mal, ich schieß da raus. Hui. Äh, äh. Komm, Oliver, geh mal Dinge holen. Ja, besser ist so. Müssen wir düngen? Oh, ja, oder? Bring mal für den Kleinen direkt was mit. Ah, warte mal, ich hab noch 60. Ach so, da kommt der alle mit. Warte mal. Ach so, ja, weiß. Ich komm ja nicht raus. Ach, da jetzt. Ja, kurva. Aua. Aui. Aua. Du musst aufpassen. Au. Au. Wie ist das denn? Ich bin hier runtergefallen. Aua. Aui. Aua. Aua. Au. Au. Aua. Eee. 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 Es müssen noch drei Personen mit. Ech. Ech. Aua. Aua. Da würde ich fahren vertrust. Aua. Wir fahren noch mal so. Ja, da geht sie besser. Hat mir weh getan. Bin runtergefallen. Aua. Aua. So, alter. DJ Chester, alter. Äh. 50 Euro. Grüße dich aus dem guten. Hessenland. Von DJ Chester. Oder Chester. Oder Chester. Oder Chester. Ich denke mal Chester. DJ Chester, oder? Aber Kuss getraut. 50 Euro. Komm, lass das mal droppen. Suft. Mein Gott. Hau rein. Aua. G Servus. Ist gut. Können wir auch steigen? Boah. Boah. Wo sind wir jetzt? Döp-döp-döp-döp. Wenn das mal wahnsinnig ist, dann müssen wir steigen. Boah. Wir müssen umsteigen. Wo sind wir denn? Voll cool hier. es ist ein lamborghini ein lambocini da kommt dann so ein genie raus dann darf man sich was wünscht wenn man da dreimal dran reibt ich kann dir auch mal zeigen was man machen kann was kann er denn eine gute geschwindigkeit wenn man doch ein bisschen nach wie hilft man nach muss dann wieder aussteigen und hinten anschieben das wäre bei der geschwindigkeit eine sehr schlechte idee warum warum holen wir jetzt dünger tut man das auto dünger rein tanken oder die blumen ja was jetzt teetabak oder blumen was machen wir jetzt ja ja was ist ja t t ist grüner t t ist aber okay sind wir schon da sind wir schon da nein warum nicht sind wir jetzt da ja aber du warte hier ne ich will mitkommen ja ok ok chip 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 au 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 es tut weh au mein fuß tut weh mein fuß tut weh ihr habt gar nicht gesehen ich bin vorhin runter gefallen es tut meinem blöder fuß weh aber ich hab doch etwas gehört ach so problem leider ich habe meine ich jetzt hier gekauft oder nicht gut ja wenn sie auch nicht sicher ist das nicht schön die zählte die besten unter mich gerade auf freundin hat schuss gewonnen dann freut es mich nicht dass ich das schluss gewonnen ist aber es freut mich dass ich aufhalte kann das ist falsch gesagt das freut mich er freut mich dass ich die aufweiter kann das schlechter namen dafür dann ist kennt mich noch ich sage nur jan ist 20 erkenne ich noch natürlich dann ist 2.0 ich darf nie jannis 20 sagen das ist extra abgelesen janis 2.0 ist ganz wichtig nicht jannis 20 schau auch mal zwei euro schön habt ihr noch ganz schön guter zocker vielen dank vampir viktor mal wieder ein sehr lustig dass die grüße an deine lots kann ich auch nur zurück im kurs an die mods schau internet kurz im chat direkt gesehen mit jedem auto und die immer gute arbeit leisten gleich halb für die mods bitte kommen wir haben einen like für die aktiven mods aber das geht sich aber gerade ab ich bin nicht angeschnallt das ist schlecht jetzt bin ich angeschnallt wir sind so schnell 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 wie geht es weiter das lied und ich fliege fliege immer wieder wie geht denn das lied weiter ich weiß es nicht mehr heute auf die 8000 likes das musik gepusht werden auf die 8k ja komm das müssen wir pushen leute das müssen wir noch hoch bei 8000 likes gehe ich an die nerven ich schau mal das an überhaupt da bei 8000 likes verwandle ich andere zum kuchen auf einmal steht also ein teller mit einer torte drauf an der torten denn warum ist das lustig an ist nicht da okay was anders man ist heute nicht da ist da heute nicht da mit mir drin gesessen gilbert das ist ein gilbert das ist ein haus treffend kein gilbert ach leider ist er nicht da hallo ich habe keinen schluck auf hat sich so angehört ne ich habe eine kakaobohne verschluckt ein bier auf die mods beim einmal abo special gibt es dann wieder eine pizza für die mods eine gratis pizza für die mods überwiesen wo fahren wir jetzt hin warum fahren wir zu deinem privathaus die frau gambol genau die mit den kaugummi haaren schade ich dachte die macht heute noch nichts hat die nen freund schade weil wenn ich groß wäre hätte ich sie gefragt das geht ja immer doch man weiß nie wie lang so eine beziehung ist dann mache ich die kaputt dj tester würde mir eine autogrammkarte von dir für mich und meinen bruder wünschen ja wenn ich mal die autogrammkarten hätte dj tester an der kurs getraust 150 euro baller daraus ja du autogrammkarten muss ich nachbestellen tatsächlich sogar ich glaube ich habe mittlerweile so fast meine letzten autogrammkarten an diese vip ich habe dieses vip dafür vip diamond oder wie das heißt ne da habe ich die letzten autogrammkarten glaube ich muss ich mal schauen ob ich noch welche habe dj tester vielen 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 herzlichen reiz da charlotte 150 euro einfach raus auf ehrenbruder basis 150 euro das kann ich für dich raus ballern heute mal ich kann man doch schreib raus mit einer tanzanlage war der muss aber sitzen der muss sitzen das machen wir ja viel zu selten bei der wip ich darf pfoten zeigen da kommt ja wer wir müssen uns wieder so wieder einkriegen so langsam warte warum sind hier hallo ist das dein freund wer er da hast du einen freund äh ja ich wollte nur sagen der hat die ganze zeit über sich gelästert wer ein freund er hat mich hat gelästert dein freund frag ihn doch selber der ist voll doof mit dem hier ist keiner mein freund ne ist es auch nicht er hat von anders über ihn gelästert über dich ja dein was denn hä ja dein freund den habe ich getroffen und der hat richtig blöde sachen über dich erzählt lenny hat gelästert über mich ja benny hat gelästert über dich laut dem premium ja lenny echt was hat er gesagt achso lenny ja er hat gesagt dass das voll doof ist so dass du solche haare hast und dass er sich eine eine freundin wünscht mit roten haaren und nicht pink boah ich falle der dumme boah das würde er nicht sagen doch genau so hat er gesagt er hat immer gesagt er liebt meine haare er hat gesagt er möchte einen kurzen rothaarschnitt wie bei pumuckel jeee er hat gesagt das ist mager das macht ihn an ich weiß nicht was das bedeutet aber was hat er mir gesagt nacht vor allem klöpfe ich mir vor wenn er morgen da ist ich bin so idiot wehe du liebst mich an karlheinz ich würde nie lügen hallo sind von lügenden kinder also ich würde nie lügen Kinder sind lieber am meisten lügen ey dann sag ich mal die wahre salami ach komm ich will auch nur umarm um mit Spitznahme werde ich nicht mehr los gute nacht gute nacht wieso ist er eigentlich verletzt? äh war da vorhin die Treppe da im Hexenhaus runtergefallen ist? ja nicht im Hexenhaus es war ein Hexenhaus tschüss es war doch kein Hexenhaus ich habe ihn ausgeführt was? lasst euch nicht erwischen ne? hab ich nicht ich hab gar nichts gemacht wir lassen uns nicht erwischen der Spot ist nicht bekannt man welcher Spot? wo wir ja gerade anbauen hast du gerade über Kamis Popo was gesagt? ja das hat jetzt sicher gehört Kami kann ich selber sagen dass sie kein Popo hat alter oh jetzt fangen wir mal schnell weg sonst wird die noch mit boah da fährst du aber voll durch ja bevor ich platte Reifen habe ja dann können wir da mit dem platten Reifen zu Hause dann so ne Burg bauen so ne so ne so ne so ne Reifen Burg ich hab damals in der Schule mal ne Reifen Burg gebaut die war so hoch dass dann die Lehrer gekommen sind und gesagt haben ich muss das abbauen weißt du was ich dann gesagt hab ich hab gesagt das kann ich nicht abbauen weil da ist ein Schüler drin und dann haben die Panik bekommen und wollten schon die Rettung rufen dass er da drin eingesperrt ist und nicht mehr rauskommt und dann haben wir den aber umgeworfen den Reifen Tower und dann haben die gesehen dass keiner drin war und dann musste ich nachsitzen ja by the way so am Rande ist ne wahre Geschichte und gut ich muss nicht nachsitzen aber die Geschichte ist wahr in der Grundschule damals so ne wir hatten so Reifen wir haben so ne Reifentower gebaut und ich hab gesagt zu den Lehrern nicht zu den Lehrern sondern zu den Kindern drumherum hab ich gesagt da sitzt der drin in der Reifen Burg und dass der der nicht mehr rauskommt und dann sind die Lehrer mit Panik angekommen da hab ich den umgeworfen weil wir halt immer unser Autos da kratzen reale story einfach reale story aber sowas muss auch mal kommen ich glaub ich glaub wir haben da doch ach da ist Sima ja Sima richtig hab ich mir vor allem wehgetan wie soll das keiner finden wie dann haben wir denn noch 50 Minuten schon ne wir haben noch ein bisschen ich braucht wo wir nur lange bis wir fertig sind Remember das Grün Ah, Michael Kobalt. 5 Euro vor 20 Minuten. Schöne Glüser aus Murthal. Schade, dass du dein Zeug verloren hast. Ja, das ist nicht so schlimm. Das Karl-Heinz ist nicht so schlimm. Weil Karl-Heinz geht zum Spaß. Upsi. Die Pflanzen brauchen noch ein bisschen. Ja, so 10 Minuten brauchen die Pflänzchen noch. Ups. Upsi. Ich glaube, wir müssen noch einen Zaun bauen. Boah, da sind auch Reifen. Da können wir eine Reifenburg bauen. Komm. Wir bauen eine Reifenburg. Eine Reifenburg. Ich glaube, er hat eine Wollung gleich. Nö, da fängt er zu brennen an. Wir machen jetzt eine Reifenburg. Pass auf, ich setze mich da rein in den Reifen und ihr baut die Reifen drauf. Ihr müsst die Reifen über mich drüber stülpen und dann hochbauen, dass ich da in den Reifen drin bin. Ich will in der Reifenburg sein. Ja, da. So, mal rein drauf. Ah, gute. Zweite. Dritte. Dritte. Ja. Vierte. Okay. Fünfte. Au. Oh, was. Ah, der sechste. Sechste. Ach, der ist wirklich. Wie süß. Ich komme da nicht mehr raus. Ihr müsst mich umwerfen. Warte. Und hopp. Hat Spaß gemacht. Danke. Ui. Oh, der ist ein Windrad. Das will ich mir angucken. Was ist da rum? Ui, da kann ich rum. Und nicht runterfallen, ne? Das ist ein Silo. Leute, soll man den Hirsch abknallen? Das ist eine schlechte Idee. Weil die nehmen mich dann sicher nie mehr mit, wenn ich das mache. Aber ich probiere mal, kann ich bis zum Hirsch rühren? Oh. Der arme Hirsch. Der facke, der zählt aber nicht ab, oder? Ne. Dem geht's gut, Leute. Dem geht's gut. Schau mal. Der ist wieder aufgestanden. Alles okay. Ist ja gerade... Ich glaube, der ist gerade gedespawnt. Wie geil. Einfach mal ein Hirsch von da getroffen. Also man kommt mit dem Teil ganz schön weit, ne? Man kommt da wirklich weit. Heftig. Hab ich mir nicht gedacht. Einfach just verfahren den Hirsch. Er hat den Hirsch umgeboxt. Aber dem geht's gut, Leute. Der ist... Der läuft weiter. Gibt's da noch irgend so einen Hirsch oder einen Hase? Oder vielleicht... Nichts. Warte, hier kann ich rein. Aber fackelt das ganze Ding hier ab. Luca, elf. Danke für zwei Euro. Der Kuss geht raus. Das ist auch nicht vorgegesehen. Aber ich hoffe, ich hab's... Ah, Justin Bella. Danke fürs Zip werden. Für zwei Minuten. Haben wir noch irgendwo einen Hirsch? Oh, warte, ich baller. Hier mal rein. Oh, schade. Hab ich mir cooler vorgestellt. Also hat voll Spaß. Das Ding macht echt voll Spaß. Ich hoffe, ich komm hier wieder runter. Ohne, dass ich mir weh tue. Ja, gut, es geht doch. Hui. Ich will Spaß. Ich will Spaß. Das muss ich aber nicht überhumpeln. Nur, wie ich geh. So geh ich jetzt. Guck mal, ich geh. Ui. Das kann ich auch. Ui. Aua. Wie ging das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie das ging. X und O was drücken, ne? X und, äh... Keine Ahnung. Achso, ging das. Zip, 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 zip. Zip, 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 zip. Wenn die Polizei vorbeikommt, dann war ein Problem. Wenn man nach oben geht, dann haben wir Ausblick, wenn, äh, Fat-Poliko... Auae. Auffassend. Hm, Jones zweites Mal reingefallen. Was sind die Pflänzern hier? Können wir die schon düngen? Wir brauchen ein paar Minuten da. Ich kann ja auch so düngen, wie ihr das wollt. Äh, das... Die gehen schon. Man kann schon düngen. Okay. Perfekt. Ja, perfekt. Aber wie weit es da in den Wald reingeht? Der Wald ist ja richtig krass, ne? Also hier ist es wirklich, die Polizei fällt mir auf. Polizei. Ich habe irgendwas gehört. Ich habe gerade was gehört, Alter. Ich dachte schon, Polizei kommt oder so. Was ist das denn? Also, ein Baum. Da kann man sich ja echt verirren hier im Wald. Vielleicht finde ich hier irgendwas lustiges. Ich war hier noch nie. Also ich war noch nie so im Wald hier drin. Oh, krass. Was es hier alles gibt. Ja, fliegende Bäume. Ganz viele sehe ich schon hier. Ganz viele fliegende Bäume, die hier nicht, glaube ich, hingehören so. Weiß ich Bescheid. Hm, ist schon cool, ja. Ist schon cool. Echt cool, ja. Einfach nur Kenny. Dank fürs Hüttwerden. Ja, einfach nur Kenny. Ganz viele fliegende Bäume sind hier drin. Das ist wirklich der Zauberwald, wo wir gerade drin sind. Und halt ganz viele solche Gräber, die hier überall versteckt sind. Die fliegenden Bäume, die machen mich crazy gerade. Die machen mich echt. Ach, schau mal, wo man hier rauskommt. Wie krass. Ich habe gedacht, wir sind wo ganz woanders. Ich dachte, wir sind hier ganz weiter vorne. Aber wir sind hier ganz weit hinten hier. Ist ja krank. Ich habe jetzt gedacht, ich komme wo ganz anders raus. Schau mal, hier geht es denn hier lang. Ich dachte, wisst ihr, wo ich dachte, wo wir sind? Ich dachte, wir sind hier so. So neben 1 zu 7 wäre es dann gewesen. Ach, stimmt. Na gut, ich habe nichts gesagt. X, äh, Anni. Ah, X, X, Anni, X, X. Sei nur fürs Resum das hintere Mal. Auch immer dabei, in jedem Stream gefühlt. Ich Dünger dabei. Ich weiß, ob ich düngen darf. Darf ich düngen? Äh, am besten warten, bis du, ähm, elf Stück fertig sind und dann fängst du an zu düngen. Oh, ich habe gerade einen Taxi-Auftrag bekommen. Arbeitest du beim Taxi? Ja, ich arbeite beim Taxi. Warte mal, ich rufe da mal an. Kann ich schnell dein Auto ausborgen? Gerade schlecht. Wir sind am Arbeiten, Trainer. Aber ich bin auch am Arbeiten. Ich muss auch mein Geld verdienen. Wie komme ich? Ich bin aber Taxi-Vertraining. Ich bin gerade der Einzige. Warte, ich rufe es uns an. Hallo. Guten Tag. Thomas Brutschgeck, mein Name. Hallo. Unser Taxi hat leider... Hallo, hören Sie mich? Ja. Unser Taxi hat leider gerade technische Probleme. Boah, das ist aber schlecht. Ja, wir werden gerade abgeschleppt. Wir sind gerade am Fahrbahnrand und wir hatten einen Unfall. Jetzt kann ich leider nicht zu Ihnen kommen. Ja gut, dann ist das nun mal so, ne? Ist halt gerade schlecht. Leider ist da aber gerade, glaube ich, kein Kollege da. Bleib doch mal weg. Ja gut, dann muss ich mal gucken, ob mich jemand anders holen kann. Okay. Danke für den Anruf. Wir haben es bald wieder. Tschüss. Tschüss. Warum darf man da drüben nicht stehen? Weil die Polizei nicht dann sieht. Ach so, aber ist doch egal. Wir machen doch nur Tee. Ja, ne, ne, ne. Den Tee mögen die nicht. Warum nicht? Weil der so gut verkauft wird und die halt daran nichts verdienen. Ach so. Da sind die leidisch drauf. Okay. Dann machen wir vielleicht mal so ein Polizeitee und können die mal vorbeibringen. So können wir ja viel Geld machen. Auch düngen. Hast du Dünger für mich oder machst du das? In meinem Auto. Okay. Okay. Richtig nervig. Richtig eine Last. Kein Kofferraum in der Nähe. Oh, wieder offen. Oh, 20 Dünger. Bip, 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 bip. Aufpassen. Ich komme und mache die Pflänzchen. Schön. Chip, 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 chip. Das sind zwar meine, aber auch... Chip, 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 chip. Ist doch egal. Wir haben doch alle Dünger. Gut, danke. Ich hätte woanders hin. Chip, 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 chip. Ich schreie gerade. Chip, 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 Mach mal einen Tee-Top. Chip-Chop, der Tee wird top. Chip-Chop. Chip-Chop, der Tee wird top. Chip-Chop, Chip-Chop, der Tee wird top. Hm, 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 hm. Nur die Cops, die mögen den Tee nicht. Weil die haben leider kein Teelicht. Wusstet ihr, dass es Teelicht heißt? Weil man sich damals seinen Tee damit aufgewärmt hat. Das ist natürlich eine Tatsache. Chip-Chop, Chip-Chop, wir machen heute Tee. Nur die Cops, die mögen es nicht. Und die Cops haben kein Teelicht. Hm, Chip-Chop, Chip-Chop. Ich wusste auch eine Zeit lang nicht, warum Teelicht Teelicht heißt. Es ist halt wirklich so, dass das Teelicht damals den Tee, also diese Kerzen halt den Tee damals, warm gehalten haben. Deshalb heißt dieses Ding einfach Teelicht. Hier lernt ihr wirklich sehr viel. Also, wer wusste, Leute, wer wusste es von euch, dass ein Teelicht damals für Tee warm halten war? Ich wusste das echt nicht. Ich habe mich immer gefragt, warum das Teelicht hieß. Weil ich denke mir so, da kannst du doch Tee, Tee-Kerze. Wo nennt man sich Tee-Kerze? Weil Licht ist ja Ausgabe eines Lichtes. Die Quelle ist ja dann das Licht. Wo nennt man sich einfach Tee-Kerze dann? Nein, Tee, wir nennen es Tee-Licht. Weil es den Tee warm halten soll. Macht doch keinen Sinn. Oder Tee wärmer. Also, okay, aber Tee-Licht. Wo ist das eine lange Zeit nicht? Heutzutage zog man Tee-Licht in eine Laterne rein. Wo nennt man es dann nicht einfach Laternen-Licht? Fragen über Fragen. Justin und Co. Moin, schau dich schon seit drei Jahren. Mach weiter so. Dankeschön. Justin und Co. 25 Euro mit Fies hier. Kuss geht raus. Ja gut, die meisten müssen es mal wieder, ne? Ja, natürlich. Die meisten. Auch noch heute. Das ist Tee-Licht. Ich hab noch nie einen Tee mit einem Tee-Licht warm gehalten. Einziges, was ich mit einem Tee-Licht gemacht hab, war... Äh... Mürre. War das. Oder Weihrauch. Weihrauch war das. War das nicht Mürre? Ne, Mürre ist nicht Weihrauch. Was ist das? Weihrauch. Wie machen wir denn nochmal aus Mürre? Ne. Das war's. Was? Was? Wollen wir mal aus Weihrauch? Was ist das für ein Ding? Mürre und... Mürre war's? Ne, war's Mürre? Komplett los, Leute. War das Mürre-Weihrauch? Jetzt geh ich mal ein. Weihrauch. Weihrauch aus... Doch, war doch Mürre. Mürre-Weihrauch. Natürlich war's das. Ja, Mürre war's. Natürlich. Was denn sonst? Das hab ich mit einem Tee-Licht gemacht. So. Der loste Boy einfach wieder am Start. Komplett los fürs Leben. Hallo? Ihr, der Blatt steht jetzt. Wollt ihr mich allein da lassen? Nein. Nein. Ich hätte nämlich sonst mit dem nachgeschossen. Habt ihr keinen Platz mehr für mich? Doch, sicher. Ach so, da. Hallo? Hallo. Komm, Vollgas. Drück aufs Gas. Komm, drück aufs Pedal. Wunderbar. Vollgas. Keine Frage. Ja? Warum heißt Tee-Licht eigentlich Tee-Licht? Das ist eine gute Frage. Zum Tee trinken? Keine Ahnung. Hm. Ja, weil Tee-Licht damals da war, dass man seinen Tee warm halten kann. Okay. Ihr seid voll doof. Ich dachte, ihr seid schlauer. Boah. Das ist so schlauer als die 30-Jährigen. Wir trinken den Tee. Ich vergiss immer, dass da ein 16-Jähriger im Auto sitzt. Er ist einfach mal drei Jahre älter als ich. Das ist echt traurig. Der Junge glaubt euch das jetzt. Das ist halt echt traurig, du. Nicht du, Gerville. Ui. Warum schießt da wer? Habt ihr es gehört? Das ist ein Gewende. Hat jemand nach dem Anwesen geschossen? Wir sind jetzt 1 zu 7 gestimmt. Sound ist anwesend. Sound. Muss ich jetzt Angst haben? Nee, nee, nee. Brass. Keiner. Ist doch. Okay. Was haben eigentlich die Heiligen Drei Könige damals mitgebracht? Möhre, Grütze und Gold? Genau jetzt muss dieser Scheißtank leer sein. Das ist in der Ernst. Möhre, Weihrauch und Gold, glaube ich. Von wem sind die Pflanzen direkt neben unserem Zaun? Ich weiß nicht, von wo die Schlüsse kamen. Ich fahre da jetzt gleich noch entlang mit Uros, ich muss jetzt schnell tanken gehen. Du musst, damit du schneller fahren kannst, du tankst, du musst den Wagen auf R tun, für Race Mode. Dann sind wir schneller. Es passiert halt, wenn man mit 16 Auto fährt. Ich bin nicht 16. Wer ist dann 16? Das ist doch Kanister. Ja, komm. Komm, ich hol ein. Wer ist, wer ist Minister? Aufpassen, da kommt ein Auto. Warte vielleicht, ah nee, ich hab keinen. Tut mir leid. Komm, die zwei Meter, die packst du. In den Race Modus, komm. Du musst rückwärts fahren, du musst den Race Modus fahren, dann geht das. Ja, ich sag doch, Race Modus. Dann kannst du den hochschieben, den Hugel, siehst du? Race Modus. Doch, auch nicht. Der packt das schon, glaub mir, der packt das. Oh, er hat schon einen Kanister. Okay, klappt. Putzi-Pups. das ist ja das definitiv herren soll das nie sind aus nie sind aus er hat den schulders nie sind aus nie sind aus den schulders nie sind aus die sind aus das auto ist leer der schulders nie sind aus diesen zu diesen zu Ah, okay. Ich sag schon ein. Das wollen wir gar nicht tanken, also der ist eh halbvoll. Sie sind also Optimist und kein Pessimist, wenn sie sagen halbvoll. Das gefällt mir. Leute, die sagen, dass der Tank hat, der ist uns ein Pessimist. Ja. HV haben wir um die Schraube gepackt. Und wo kamen jetzt die Schüsse her? Das ist die Frage. Klar, war es ein Gold. Au, 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 au. Den Schrank habe ich nicht. Also Schrank. Das ist ein Kölner. Wie oft bist du hier oben schon langgefahren? Wie oft bist du hier oben schon langgefahren? Ja, einmal. Das kam aber von da unten, nicht von oben. Wie man sehr sicher ist, dass das unten war. Ich habe mich voll erschrocken. Das war ganz nah. Das kam von dort, ja. Es wäre erst von hier, wo wir gerade jetzt fahren. Ich meine, es ist ein mögliches... Ich meine, wir haben Morddrohungen bekommen. Wer hat eine Morddrohung bekommen? Liam hat doch eine Morddrohung bekommen, oder nicht? Warte, da oben, guck mal. Ich meine, es ist immer noch eine große Welle. Die waren vorhin ganz schön respektlos zu mir. Und wer war respektlos? Und warum sind die so zu euch? Das sind diese Gangster, die du meintest, sind vom Kino. Achso, ich dachte, die sind Freunde. Nein, 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 die tun auf, krass, aber alle kassieren mehr. Da hinten waren Pflanzen, oder waren das unsere? Das waren... Ja, die waren am besten nur respektlos. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was sie gesagt haben, aber definitiv nichts. Nur mal das. Ich meine, theoretisch hast du denen jetzt schon deren dritten Chancen gegeben? Bitte. Und hier... Zu einem Mal hatten die schon eine zweite Chance bekommen, wo die uns als Pusses beleidigt hatten. Wenn du dich daran noch verinnern kannst. Ui. Du hörst dir neuer Beef bei 1 zu 7, habt ihr gut gehört? Die Gangster vorhin, habt ihr gehört? Da gibt es anscheinend Beefy-Beefy. Ne, die haben mal... Neuer Gangkrieg, incoming bei 1 zu 7, mal schauen, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ei, Fossi, ei, danke fürs Wettbewerden. Witzige, Fossi ist wahrscheinlich schon ein Problem, ne? Die schönen Gartenzwelle. Danke fürs Wettbewerden. Janis, wenn du trauigst, dass du meine Mitglied-Nachricht nicht ziehst. Manche sehe ich leider nicht. Ah, hier, 14 Monate. Doch, das sehe ich tatsächlich. Ich denke, ich muss nach dem Weg gebrauchen sein. Ne. Ich habe deine Autogrammkarte bekommen von Mitgliedschaft. Dies Baba, hab mir so gefällt. Ah, Kuss, geht raus, Janis. Kuss, kuss, kuss. 14 Monate auch schon dabei. Problem mit, die werden nicht eingeblendet, dann sehe ich die oft nicht. Da muss ich nochmal in den Chat reinwuppeln, dann geht das. Aber ich habe sie noch lesen können. Kurz vorm Ablaufen. Gut, dass ich das noch gesehen habe, jetzt auf der Stelle. Gibt es Kevin eigentlich noch? Natürlich gibt es Kevin noch. Herr Hartmann ist noch aktiv. Ich weiß, ich habe keine AI übergestellt. Kann ich auch mal schießen? Warte mal, wenn die kommen, kann ich sie dann anschießen mit dem? Ja. Das werde ich genauso tun. Boah, cool. Dann spielen wir endlich mal zusammen mit dem Airsoft. Genau. Willst du dir eine da schon lange auf deiner Airsoft-Rafbahn? Ja, wenn du eine hast, dann gerne, ja. Cool. Dankeschön. Sieht aber kacke aus auf dem Ding. Naja, egal. Hauptsache es funktioniert. Ich bin halt echt bescheuert. Warum kommt denn da jemand? Irgendwer da drin hat geschossen im Wald. Irgendjemand war da. Ich habe die Special Force hier. Karl Heinz, allein im Wald. Naja, komm, wir sind nicht alleine trotzdem. Im Wald. Schüsse wurden gefällt. Keine Bäume, sondern Schüsse. Ah, doch, ein Baum wurde gefällt. Aber auch Schüsse. Allein im Wald. Die kamen von hier hinten, glaube ich, ne? Das ist schon creepy, ne? Wenn du Schüsse im Wald hörst. Und ich weiß, woher die sind. Das ist doch schon heftig creepy in irgendeiner Form. Weil wir jetzt in der Nachtwirt hier drin. Man ist hier komplett im Lohn im Wald. Auf einmal kommt so ein Bigfoot einfach mit einer Waffe in der Hand. Das ist schon creepy. Aber er geht zurück. Man weiß ja nicht, was passiert, ne? Man weiß ja nicht. Aber anscheinend bahnt sich das nächste Spektakel bei so sieben an. Nicht vor... Ui, schau, was da... Guck. Was ist das denn das? Ist das ein Hund? Oh, das ist ein Coyote, ist das, oder? Oh, das ist ein Coyote gerade gewesen. Ich komme. Hallo. Hallo, ich hier. Okay. 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 Alter, ich dachte jetzt fahr mit der Vollgas rein. Ja Olaf, fahr auf dem Weg und du musst direkt nochmal tanken. Boah, jetzt sterbe ich aber echt leicht. Was führts denn eh bitte ab? Das hast du nicht gesehen. Ja doch, das habe ich gesehen. Nein, das hast du nicht gesehen. Ich krieg jetzt einfach erst. Irgendwie. Er hat kurz nichts mehr gesehen. Das war ne echt harte Wind. Echt bei mir. Das geht super. Aui. Ne, wir sind jetzt eben am Weg zu Neckes. Wunden habe ich natürlich keine noch, ne? Gar nicht. Stimmt nicht. Keine einzige Wunde, Leute. Keine einzige. Er hat auch losgefahren. Obwohl ich richtig down bin gerade. Und jetzt auch im Auto voll Gas rein gefahren. Aber stimmt, im Auto kriegst du keine Wunden. Nein. Weil ich Teste habe. Du musst außerhalb des Autos sein und erst dann kriegst du Wunden. Nein, nein. Du Arsch. Ich muss mal was trinken, Alter. Ah, geil. By the way, Leute. Ich muss ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Vielleicht euch den Leuten Bescheid sagen, dass sie hier vielleicht mal abonnieren sollten. Weil, äh, wir bald vor der 1 Million stehen. Und das würde mich sehr hart freuen, wenn die mal knacken könnten. Würde mich sehr hart dermaßen freuen. Das war wirklich zu McDonalds. Ich dachte, das war ein Code-Jot für irgendwas. Das war wirklich zu McDonalds. Kaufen wir mal. Frag doch mal, ob du fahren darfst. Wäre schon lustig, ne? Ich würde ihr am liebsten gerade gerne selber fahren, aber ich glaube, ich darf nicht. Ich frag mal. Kannst du dir auch was, Kleiner? Nö. Ich werde aber mal mit dem Auto fahren. Du willst fahren? Mhm. Ich bin noch nie mit einem Lamborghini gefahren. Man muss zwar schief gehen, aber scheiße. Ui. Wo soll ich denn hinfahren? Ne, Pflanzen. Mhm. Okay. So, jetzt zeigt euch alle mal an. Willkommen im Taxi, Karl-Heinz. Ich werde der kleine, mein Auto. So, wir drehen um. Da kommst du nicht durch. Ich haus dir ins Navi. Okay. Wo wärst du denn damit jetzt? Ja, weil ich die Kurve kenn. Guck mal, kommst du so viel besser drüber. So, ein bisschen anschleifen. Und dann geht's. Oh, pass auf. Jetzt zeig ich dir über ein richtiges Pferd. Anschnallen. Ich geb dir eine Minute, dass wir auf dem Dach liegen. Oh, ich dachte, jetzt liegen wir schon auf dem Dach. Tankstelle. Ui, ui, ui. Oh, Junge. Ui, ui. Ui, ui. Ich bin fast in der Tanke ge- Nein, bitte. Anschnallen. Ja, das ist sowieso. So, ich mach mir ein 360 aufpassen. So. Ist ein 180 aber okay war. Ne, es war ein 360. Spielverderber. Besser, besser. Nee. Und der ist anschnall, jetzt geben wir Gas. Okay. Mach's dir hier schon, wir machen gleich nur Luft. Nein. Geh was dir. Das ist immer so, bis jetzt fährt er besser als ich. Das stimmt ja. Sind gleich da Pass auf, dass sind Bäume Nö Sind doof Da komm ich durch Genauso Ach man Ja sind wir auf dem Dach aufgekommen oder nicht Irgendwie so halb Aber auch nicht ganz Irgendwie nicht ganz Geht's euch gut da hinten Ja Okay Bin ich gut gefahren Sehr gut sogar Der Anfang Anfang war gut Das Ende war Nee ich bin da jetzt einmal über das Ding drüber gebrettert Aber ich glaube ich hab das ganz gut gemacht Ihr könnt mich sonst öfters buchen Wenn ihr wollt Ich bin nämlich Taxifahrer Okay Okay ja machen wir Okay Dann müsst ihr mich nur anschreiben Und dann komm ich Und dann fahre ich Fluchtfahrzeug So machen wir das ja Kein einzigen Kratzer im Dach Kein einzigen Kratzer im Dach Ich glaube wir waren wirklich kurz davor Das Ding ist ab Keine Ahnung Keine Ahnung steck mal aus Hallo Servus Magst du mit mir spielen? Ich bin ganz so schlechter Spielgefährte Okay Aber der Onkel Edding war Der macht es ganz gerne Nö der mag nicht Der ist blöd Hä? Ich hab dir vieles freigebracht Nö hast du nicht Du willst mit mir nicht spielen Das ist das Problem Aber ich durfte jetzt ein Auto fahren Ich bin gefahren wie ein Profi Du durftest mein Auto fahren Ich hab dir gezeigt Ich hab dir gezeigt Ich hab dir gezeigt Wie man schnell Geld verdient Jemand schlimmer von wie du Geht ja schlecht Und du bist 140 gegen die Wandforschung Ersteck mich Ich hab mich voller Schrock jetzt gerade Wo der hergekommen ist Ich dachte jetzt haben wir hier abgeballert Oh schau ich bin schon wieder da drin Ich leg mich hier mal rein Das ist der Sound auf der Spende Ich glaub mich wer findet Was labert der? Was labert der da drüben gerade? Du lässt dich noch nicht treffen Du bist gut Ich weiß nicht aber wo der kleine Mann ist Warte der findet mich nicht Die suchen mich Hat der nicht gecheckt Dass ich mich da gerade hingesetzt hab So reingelegt hab Der sucht mich gerade Ich weiß nicht aber wo der kleine Mann ist Ich höre ich nur Eieiei Kündi braucht 12 Minuten Maximilian Scheiber Ähnlich habe ich Dich wieder gefunden Bin eigentlich seit 200.000 dabei Habe dich aber leider verloren Akkus geht raus Seit 200.000 dabei Ich hatte jetzt aber auch wieder einen YouTuber Wo ich lange nichts gesehen hab Und jetzt alle Videos nachschau Fand ich auch ziemlich lustig Dann habe ich einmal wieder gefunden Ich war zwar Abonnent Und hab glaube ich Drei Jahre nichts mehr von dem gesehen Obwohl der aber Content produziert hat Und ich Abonnent war Dann habe ich vor kurzem wieder gefunden Ich guck gerade alle Videos nach Ich guck mich da drin lieg Die finden mich nicht Ich feier das gerade so hart Dass die mich da drin nicht finden Ich lieg hier einfach drin weißt du Ich sag gerade Ich warte Ich warte bis sie mich gefunden haben Wir werden mich doch bald mal finden oder Pfeif mal Nee nee Ich bleib da mal drin liegen Leute Ich bleib da mal drin liegen Schon gesucht Guck dir das an Der Struggle Alter Ey komm Das darfst nicht auf Das muss doch auffallen Ich lieg da drin Wenn du da vorbei gehst Siehst du das doch oder nicht Oh ist eigentlich voll geil Für Mechaniker hier unten Da kannst du von unten das Auto angucken Fällt mir gerade so auf Hab ich das gesehen Nee Ich hätt sogar wissen was da drüben Ach Piep Piep Oh jetzt gehört glaube ich Ich hab jetzt gehört Ja jetzt gehört Ciao Er hat gerade wahrgenommen Das Piep Ach komm so blöd Kann doch keiner sein Dass der mich da nicht sieht Hä Wie ich kann der Ich hab doch Pieps gemacht Der geht Was macht der denn Wo geht der denn hin Ich kann nicht mehr Ihr vergisst mein Autozustand Da ist irgendwo beim Haus Ich glaub Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Leute Das kann doch nicht sein Guck Die rennen alle an mir vorbei Das kann doch nicht sein Alter Ich lieg da drin Guck mal Wie die mich suchen Und ich piep Ich hab eh schon das fünfte Mal Guck Oh mein Gott Das ist echt Also das ist echt Wie kann man so lost sein Guck Das ist jetzt nicht Das kann doch nie Wann sein auf dieser Welt Und ich mach mal immer nochmal Piep Und wenn ich jetzt sag mal Ich muss hier piep einmal Dann muss der Wo sich versteckt Piep Machen Was krank Jetzt hat's g'nacht Oder irgend so was Hinaut Ich frag mich Ob die das jetzt so Ich frag mich gerade wirklich Ob die grad so lost Spielen Oder ob die grad real So lost sind Dass die mich da unten nicht sehen Das kann's doch nicht sein Bruder Ach komm Jetzt hab ich nochmal Piep gemacht Aber auf Schreienbasis Piep Jetzt muss aber Jetzt muss aber Auf die Idee kommen Da rein zu gucken Oder Das ist Versteckspiel Auf höchstem Niveau Ich lieg da unten drin Weißt du Ich suche Ich suche das ganze Grundstück Das ganze Haus Aber ich piep schon Fünfmal Und die gucken hier nicht rein Und gehen schon das zehnte Mal An mir vorbei Alter Genau neben mir nämlich Guck wie sie in meinem Haus suchen Guck dir das an bitte Ich kann was Guck dir das an Also es kommt halt Hexe Baba Yaga Geht uns nix Wann nicht weg Das gibt's doch Piep Es war schärter Das war kein volles Das war tirolerisch Okay Das gibt es doch nicht Ach du wärst Schau Das gibt's doch nicht Guck Huch 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 Ich war die ganze Zeit da Ach Im Ernst oder Habt ihr mich nicht gesehen Nein Achso ich lag da drin Und hab gepiepst Piep piep Ja es piepst Na mocke Danke Achso Hat aber jetzt lang gedauert Ich hab euch schon ausgelacht Da unten Toll Konnte alles mithören So wie sieht's aus mit dem Pflänzchen Wir sind fertig Ach cool Muss ich noch meine einpacken Ja Cool Hat mir auch so gefunden Wo der reingefallen ist Boah Hauptsache nicht Ich hab deine und meine brauchen noch ein bisschen Meine brauchen auch noch Wie durch die sind Die haben mich wirklich nicht gesehen Gell Die haben mich halt wirklich nicht gesehen Wie geil ist das denn Alter was ist da Da ist gerade ein Justin Justin Mit einem richtig geilen Profilbild Kennst du mich doch Kannst du Äh Was Ach Stielgrüß Ach Stielgrüß ich Für Justin Justin Mit einem wunderschönen Profilbild Alter Wie du das auf YouTube hinbekommst Dass du so ein Profilbild hast Ja Das ist ja wirklich Einfach mal ein Poppes Einfach mal ein Poppes Das Profilbild Ja danke schön Justin Justin Für diesen Für diese Für diese Tolle Generation Mit einem tollen Profilbild Kann ich nur danke sagen Sani also sieben Nächste Woche Schon in 32 Monate VIP Wie schnell die Zeit aber vorgeht Ach das ist echt heftig 32 Monate VIP Erstmal gegönnt Sani 1 zu 7 Auch nochmal dankeschön Fürs so lange VIP sein Und fürs immer dabei sein Ey Leute Das war echt jetzt Das war so ein lost moment Den kannst du echt In so ein best of reinschneiden Wenn ich so ein 1 Mille Abo Special macht Kommt das auf jeden Fall mit rein Da könnt ihr Gift draufnehmen Dass das reinkommt Piep Piep Und schon das fünfte Mal Und die laufen 50 Mal dran vorbei Feier ich Warum ist die Qualität so milchig? Ja vielleicht haben wir da Eine Milchglas Optik Linse hier verwendet Das kann schon sein Vielleicht wenn wir hier gerade Gift anbauen Nervengift Weil Milch ist ja auch Gift Vielleicht wird es dann hier Etwas milchig So Kann man hier die Sachen mitnehmen Und dann zack Tuning Freak Mitglied seit 18 Monaten Auch schon dabei Dankeschön Tuning Freak Oder 20 Frage ob du Mitglied werden darfst Na Ich weiß auch nicht mal Was die sind Keine Ahnung was die Ich kann doch aber nur mal abgreifen Ich hab ne Idee Hat mir mein Papa gezeigt Wenn man da rein pisst Dann Wären die Pflanzen Wären dann schneller Hoppala Hat funktioniert Man muss die Pflanzen Nicht mal anpipien Die sind alle vom Onkel Edin Die kannst du gerne ernten Okay Onkel Edin Ich hab die Pflanze angepisst Und hab dir mitgenommen Ist das okay? Ja Okay Du bist komplett bescheuert Das ist der Sound Auf der Spende Weißt du mir was mit Hunde zu tun? Ja mehr weiß ich nicht Und mit Tee anbauen Oh die Gebärte aus Ulm Hexion Ich hoffe du hast Mein Insta Nachricht gelesen Lieber Nein leider nicht Muss ich schauen Mein Insta Postfach ist komplett Full Das heißt Ich komm sehr schwer dazu Das zu lesen Weil es halt so Full Ist Und wenn es so Full Ist Ist es sehr unübersichtlich Und das geht es mir Aber ich probiere immer Ein bisschen zu lesen Was die Leute mir schreiben Auch wenn es Postfach Full Ist Justin danke für den Euro Auch Gruß geht raus Und äh Liebe Grüße nochmal zurück Nach Ulm An dicke Bertha Ich hab so einen Cool So einen Hunger Ich werd mal heute noch was Schönes kochen Wisst ihr was das heute Bei mir gegeben hat Weil die Leute mal fragen Ob ich schon Mittag gegessen hab Ich hab heute Mittag gegessen Ich hab heute ein Selbstgemachtes Ja Selbstgemachtes Wiener Schnitzel Aus Rindfleisch Gemacht Also Ein echtes Wiener Schnitzel Was du mit Rind Eigentlich mit Mit Kalbsfleisch In dem Fall Ein Kuhbaby Weil es so zart ist Aber ich hab's mit Normalen Rind gemacht Also weil Hallo Hast du mir eine Pflanze Abgenommen Hab ich doch gesagt Ich hab drauf gepinkelt Und hab die dann mitgenommen Ich hab die Gass So meine Leiterpflanze Gemacht Das hat er da wirklich Zack ja Was hat der Ich hab aber gesagt Er hat das bei seiner Gemacht Nee bei deiner Nee bei deiner Und du hast gesagt Das ist okay Ja dann nimm mal noch Die vier Und dann geb ich dir gleich Geld dafür Okay Darf ich die behalten Weil die hab ich angepinkelt Äh das wird dir aber Nichts bringen Ich bin das einfach Und dann geb ich dir gleich Geld Okay Warum krieg ich dafür Wie viel Geld kriegt man Für Tee Euch gibt es so circa 21.000 Das ist ein Sech Okay Okay Ich meine du hast ja eben schon 100.000 bekommen Ja ist okay Ist okay Gib mir das mal Okay warte Jetzt lassen wir uns halt fertig Ich muss noch eher Ich bin halt jemand der schnell Ich hab Ich hab 107 Stück 1 zu 7 107 nur 107 Obwohl du eine Vom Onkel Eding genommen hast Ja ich hab eine Von Onkel Eding genommen Das kann nicht sein Das kann nicht ganz stimmen Aber ich hab 107 Stück bekommen Hast du noch Samen Oder Dünger eingesteckt Nö Gar nichts Vielleicht hat dich die Pflanze Nicht anpipigen sollen Hab ich was falsch gemacht Nee es ist nur etwas wenig Für 21 Pflanzen Wie viel Wie viel macht man sonst Normalerweise machst du mit 20 Pflanzen Mindestens 107 Schau mal deine Taschen Am besten nochmal Da soll ich wirklich schauen Nee ich hab nix Also der Kleine hat echt kein Glück Der hat doch mit 21 Pflanzen Vielleicht bin ich halt schlecht im Anbauen Hallo Trotzdem reicher Mann Sind wir das zum Bad Olli Kleiner Mann Ja Alter Hast du die zwei Banken gefolgt Was ich da nicht damals geben Hab schon verwendet Nö die sind weg Die hat mir wer geklaut Leider Schade Alles klar So ich will jetzt mein Geld haben Ja okay Trotzkunde Es gibt Traum Ich will mein Geld haben Ich sag deine Dann wir rufen Steffi an Wie ist denn das so Funktioniert Jugendamt oder 225 Ja Jugendamt Was Jugendamt Gerade kriegst du noch was von mir Bar 225 225 Ja Kriegst du noch was von mir in Bar Danke Ich hab gedacht Ich krieg 20.000 Aber ich hätte so 19 Ihr hast jetzt Klar kriegst du noch was in Bar Oh dankeschön Cool Ja jetzt kann ich mich verpissen Jetzt kann ich mir ein neues Auto kaufen Ein Spielzeugauto Rum rum Oder neuen Roller Weil Appa Jack bleibt gleich Brudi Ich muss los Wenn der Roller Wiederschreit Soll ich mitfahren Okay Ich hab nicht mehr gehabt Was hast du nicht gehabt Na alles gut Okay Appa Jack bleibt gleich Was ist so lustig Hallo Habe ich was falsches zu sagen Habe ich was falsches zu sagen Habe ich mich hier am Arsch Nee alles gut Alles gut Das ist der Punkt Das war's aber ganz kurz süß Wir müssen noch mal zum Anwesen Achso Alter Schokolino So viel Grün Alter 107 Euro Mit Fies Nochmal Sag mal Ah jetzt Komm dann hau mal Sag mal eine Lasershow Raus Der Schokolino Die hau mal raus Hier Einmal ein Hypen Chat Leute Es ist Es ist spät In der Nacht Wir hauen uns nochmal Die Party raus Einer geht so Da fliegt der Hundi Ah ist das schön Hammer viel zu selten Hammer viel zu selten Können wir öfters machen Aua Tipptipptipptipptipptipptipptipptipptsp Wow wo sind wir jetzt eigentlich Komm Hier arbeiten wir Und wohnen hier Achso Cool Arbeiten Cool Okay Boah ihr habt nen Rasenmäher Boah ich könnte bei euch mal Rasenmähen Wenn ich dann für Geld kriege Wo ich mal Rasenmähen bei euch Ja das lässt sich bestimmt anrichten Deswegen ist es hier darfst du leider nicht rein okay tut mir leid macht ihr da drin küsst ihr euch da drin oder was macht ihr da schade küsst ihr euch da drin was macht ihr da ich komme aus der scheiße komplett durch schon in diese uhrzeit komplett durch krass dass sie mich hier aufs grundstück gelassen haben einfach so ein kind auf seinem grundstück jetzt erstmal die polizei reinkommen und raiden das ding wo hat sich jetzt hier drüben ist ein auto es ist so nah die pflänzchen anbauen würde ich niemals machen ich bin so ein arsch ich bin so ein arsch aber ich find es lustig weg und ich bin schwimmen gegangen ich nass nasser hund mir fällt jetzt erst auf dass hier so ein guck mal so ein springgrund ich jetzt erst ja du bist da einer rauskommt dass ich dachte sie sind schon dringend gewesen hallo sofort einsteigen okay warum was denn los müssen gas geben was denn passiert ja ich willkommen bekommen bekommen ist es wegen mir ich glaube was sie jetzt gleich ein bisschen action erleben warum aber wenn ich lieber vorher raus los ist das ist jetzt blöd oder was ist passiert dann strecken wir aus und warte hier kommen gleich beweg dich einfach nicht weg okay boah da vorne ist ne kuh Milch ist Gift Kühe dann auch in dem Fall hoppala Kuh aufpassen aufpassen Kuh Oh Steak frische Steak frische Steak frische Steak Steak frische Steak frische Steak frische Steak Steak hier gibt's frische Steak frische Steak frische Steak hallo will jemand ein frisches Steak bestellen upsie glaub das ist ein bisschen zu angebrannter Steak ups 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 armes Ding möchten sie ein Steak es raucht noch ist noch frisch ups dann haben die mich halt allein gelassen dann würde ich sagen hole ich mir halt ein Auto mhm 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 hallo raus aus dem Auto raus aus dem Auto natürlich kann ich sie anschießen das ist mein Auto blöde Kuh schiep 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 fahre heute mit dem schiep 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 so wie war das nochmal das Kabel hoch einmal runter einmal links einmal rechts und dann zack perfekt gab's immer noch drauf schiep da 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 stopp wenn man mich schon allein lässt dann fahre ich halt auch allein schiep ich hab mal ein Auto geklaut wer kennt's nicht hehehe aber jetzt kann ich ja voll untertauchen in der Kiste so ein NPC Fahrzeug das war ja keine Sau sonst das geile ist Kabel mit Offflow irgendwas ein SUV ist die ist schon geil ich schau mal wo die die sind sicher da irgendwo umgefahren ich schau mal wo die also der hat mich hier rausgelassen ich schau mal wo ich dort hinkomme oh Radlfahrer Radlfahrer ah wie schön sowas noch mal erleben darf in meinem Leben so dann fahren wir mal nur nicht zu schnell am Radar vorbei voila hä achso hier ist 100 Ups aber 66 Dollar bezahlt das ist ja nix wie wärs mal mit Rubellosen kaufen oder klauen da sollten vielleicht mal ein Schlüssel ist ja auch nicht so schlecht so los geht die Fahrt ja wo hätten wo hätten hinfahren können ich wüsste nicht wo die hin gefahren sind mal schau einfach mal lustig? ne mal schauen wir haben keine Nummern ausgetauscht ne füllen wir grad so ein ja gut das wäre ja nicht schlecht gewesen wenn wir Nummern hätten so dann fahren wir mal Parkplatz und holen unser Auto oder sowas wenn ich eins hab ne ist halt die Frage ist ein Auto oder irgendetwas mit dem ich fahren kann Fahrbar Runtersatz aber doch hab ich eh genug M3 hab ich eigentlich im R2 Käsemobil hab ich da die Sachen eingelagert oder? ja guck mal da hab ich noch 40 Stück ja das die mal verkaufen Leute was sagt ihr dann müsste ich ja mit dem anderen Auto auch noch was haben M3 müsste dann auch noch was drin sein mal schauen ja guck alter guck 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 hab ich doch nicht alles weggemacht der Profi einfach 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 der Profi Jungs und Mädels das Käsemobil aber sonst hab ich glaube ich nirgends sowas rein gemacht bin mir sehr unsicher ich schau sonst noch mal mal gucken hab ich da noch was Arocs wird nichts drin sein ne da fahr ich mit dem mit dem M3 dann geh ich das jetzt mal verkaufen krieg ich noch ein bisschen Geld raus äh Dealer haben wir ja schon kennengelernt da fahren wir dort hin perfekt oder wisst ihr was wir fahren nochmal dort zurück zu dem Ort vielleicht kaufen die mir das ab den Tee den guten Tee den guten Tee das geht doch eh schnell her drückt doch wir sind die ganze Zeit nämlich Bams mit deshalb ist er so schnell der Wagen also für den Preis ist er relativ schnell die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir können hier jederzeit festgenommen werden. Weil wir gerade in der Sperrzone sind. Oh, ich muss 30 Sekunden warten hier drin. Bis die Wäsche fertig ist. Ja, 21 Sekunden. Ja, ich wurde heftig abgezogen. Ich wurde richtig heftig abgezogen. Hier kriege ich ja viel mehr rausbekommen. Boah, Abzocke ist da. Erstmal Peter Giesel von Kabel 1 schicken. Zu 1 zu 7 rüber. Achtung, Abzocke. Kinder werden über Geld abgezockt. Ja, 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 ja. Aber ich habe jetzt richtig viel Kohle. Wir können jetzt echt ein bisschen was angeben. Weißt du, was das traurig ist? Ich glaube, ich habe hier mehr Kohle als Macumpe. Das ist echt traurig. Ich habe hier gerade echt mehr Kohle als Macumpe. Aber es liegt halt, als es auch der Kind wohnt ist das. Ist du einmal Rasenmähen, kriegst du 50.000 Dollar. Das ist einfach ein saftiger Preis. Ich fahre mal, wisst ihr was? Wir fahren mal Richtung Raumplatz. Bapala. Ich schaue mal, was wir uns leisten könnten mit dem Geld. Ich glaube, bei Andels Autos wird uns sowieso kein Auto verkauft. Das ist mir eh klar. Das müsste, wenn dann... Wobei, wir könnten bei Andels Autos jemandem vorschicken, ne? Der das Auto für uns kauft und der gibt uns dann die Karre. Das wäre doch möglich. Oder eBay-Kläranzeigen würden wir gucken. Buller. Wir wissen ja ganz genau, dass ich das... Bäh, wii, 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 wii. Hallo. Bums. Geponsert. Ja, der Karl-Heinz steht neben meinem Auto. Wo wart ihr denn gerade? Servus, kleiner Mann. Wir waren gerade einkaufen, zusammenkaufen und jetzt... Ja. Ja. Jetzt ein bisschen arbeiten. Okay. Ich wollte nur sagen, ich wurde heftig abgezockt. Ich habe für 80 Stück, ich habe drüben verkauft, 80 Stück. Ich habe mit Wäsche 20 Prozent, habe ich über 21.000 bekommen für 80 Stück. Und für 107 Stück habe ich bei euch, hm, habe ich 19 bekommen. Wobei dann 20, weil mir noch jemand ein Taui dazugegeben hat. Was wie viel hast du jetzt bekommen? Ja, jetzt habe ich drüben bekommen beim Verkauf. Für 80 Stück habe ich 21.000 bekommen. Und bei euch habe ich für 107 Stück nur 20 bekommen. Hast du ihn, Karl-Heinz, für die 107 Stück nur 20.000 geben? Mhm, hat er. Ja, na, kippe ich ihn jetzt da was, weil das ist echt ein bisschen wenig. Hat der mich abgezockt? Naja, abgezockt. Der Arme hat leider nicht mehr Geld gehabt. Achso, weil ich hätte jetzt schon fast Peter Giesel von Kabel 1 losgeschickt. Nee, nee, du hast ja ein Jugendkonto bei der Bank, oder? Ja. Was hast du für eine Bankleitzahl? Die 225. Warte, dann gebe ich dir noch was. Einen geringen Verdiener. Nur weil er kein Geld hatte. So, Dalla, bitteschön. Kriegt man da wirklich so viel von euch? Na, das war jetzt... Das ist jetzt eine kleine Entschädigung, weil du vor zu wenig bekommen hast vom Kollegen. Achso, dankeschön. Bitte, gerne. Dann muss ich doch nicht bei Peter Giesel anrufen. Nee, brauchst du nicht. Alles gut. Den würde ich sonst einfliegen lassen. Na, na, braucht man nicht da. Alles gut. Okay, cool. Dankeschön. Bitte, gerne. Ist der Roller offen? Nee, dann hole ich mir jetzt so einen Roller. Hallo. Hallo. Chub, chibi, chub, 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 chub. Wie ist der süß? Chub, 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 chub. Oh, kleine Mannesche. Das ist chub, 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 chub. So bescheuert. Nee, aber... Peter... Schicke ich erst mal Peter Giesel von Kabel 1 vor. Joshua, Tobias. Schönen Gruß aus Luxemburg. Geiler Stream. Dankeschön. Joshua, Tobias. Kuss und Gruß geht raus. Zurück nach Luxemburg. Vergisst man immer. Sehr, sehr klein dort. Klein, aber fein. Und gut mit den Steuern, glaube ich. Deshalb gibt es doch sehr viele große Geschäfte, die sich dorthin verfrachten. Luxemburg. YouTube ist doch... Warte, wo ist YouTube? Weiß das jemand von euch? YouTube ist doch auch Luxemburg, oder? Stationiert. Oder in... Entweder es war Luxemburg, oder... Nee, warte. Tipi Stream ist Luxemburg. Nein, der war meint. Tipi Stream ist in Luxemburg stationiert. Also da, diese... Nation-Website da. YouTube ist in... Oh, ma, wie heißt die Nummer? Schottland. Nicht Schottland. Wie heißt die Leute? Wie stationiert sind? Ja, halt überall da, wo man wenig Steuern zahlt. Überall da zieht es die ganzen großen Filme hin. Gell, YouTube? Ja, 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 ja. Nee, keine Ahnung. Irgendwo, irgendwo im Norden. So, jetzt schauen wir mal. Ich zahle mal ein, das Geld. Ich will mal gucken, wie viel wir jetzt auf dem Konto haben. Und mal vergessen. Scheiß auf die Nummer. Jetzt wissen wir ja, wo die wohnen. Dann können wir jederzeit hinfahren, Leute. Können wir uns jederzeit die Nummer holen. Wir haben jetzt die Adresse, wo die, äh, ihre Sachen machen. Also wir brauchen keinen. Alter, wie hier 253.000 Dollar haben wir auf dem Konto. Ebay. Sollen wir mal Ebay gucken, was es für Autos gibt. Ah, Testarossa? Nee. Was? Aha. Ein F-355. Ist das nicht ein... Ich bin bescheuert. Es gibt ein... Doch, das ist doch ein Testarossa. Weil der fährt sehr schnell, was ich mitbekommen habe. Pass mal auf, wenn ich da gehe auf... Und der P müsste da sein. Ich habe jetzt einmal den hier, den Spyder. Und dann gibt es einmal den... Wo ist das denn? Ah, nee, das ist nicht der Typ. Ich bin ein kompletter Typ. Das ist der Fake. Ja, wo ist er denn? Also Fake. Entschuldigung, mein Ferrari kennt mich leider nicht so gut aus. Ich weiß nur, was ein Ferrari 40... Muss man einen Testarossa im Andels Autos kaufen? Nein, komm. Warum nicht? Den muss man bei Andels Autos, glaube ich, kaufen, in Testarossa. Ja, gut. Wusste ich nicht. Ich stelle dir vor, wir kommen mit dem Ding an. Hm, geil, geil. Ich schaue nochmal, was es gibt. Ich dachte nicht zuerst, das wäre einer. Irland, danke schön. Einer ist erkannt, in Irland war das. In Irland ist YouTube stationiert. In Irland. Oder haben wir uns da geirrt? Da wohnen die ganzen Irren. Boah, ist das schrecklich so. Nee, äh... Mal mal Ebay gucken. Ebay klar anzeigen. Was sind Irren wohnen dort? Ein Golf? Nee, also ein Testarossa hätte ich übelst geil, weil der soll ja richtig abgehen, habe ich gehört. Also, ich weiß, OOC geht ja richtig ab. Weil diese Information nutzen durfte. Nee, aber ich finde Testarossa insgesamt ein schönes Auto. Guck mal, hier. Ist doch einer, oder? War das nicht einer? Hier? Full tuned. Das ist doch, glaube ich, einer, oder nicht? Nee, doch nicht. Doch zuerst. Ja, die... Ich glaube, den verkauft keiner. Der Wagen echt geil ist. Bis Andel mal mit dem Patch drüber fährt, dann wird er sich nicht mehr so knorkeln. Aber dann werden die ganz viele Autos wieder verkauft. Der Andel tüftelt nämlich gerade wieder an den Handlings ein bisschen rum. Aber ich kann euch einen Tipp geben. Sachen, die bei Ebay-Clendern zeigen, die ich meistens nicht kaufen, weil die sich nicht so gut fahren. Ah, wobei hier. Das, äh... 320.000 Dollar, Alter, für einen Skyline. Mein mittlerweile Normalpreis bei so einem Auto. Im GTR. Ich schau mal durch. Vielleicht gönne ich mir irgendwas. Oder wir gönnen uns nächste Mal was. Wir können ein bisschen sparen. Muss ja nicht... Muss ja nicht jetzt direkt sein, ne? Guck mal hier. Celica für 8K. Könnten wir direkt jetzt mitnehmen. Irgendwie wäre der Honda geil. Und den voll aufmodzt. Leute, was sagt ihr? So ein Honda Civic? Äh, C-A-X. Kein Civic. C-A-X sieht nur von vorne etwas, etwas, sehr etwas ähnlich aus. Hier der alte. Merkt ihr das? Der alte Civic. Und dann der C-A-X. Sehr ähnliche Autos. Aber es sind zwei komplett unterschiedliche Autos von Honda. Verstehe ich bis heute nicht. Der wäre halt auch geil. So ein alter Civic. Vielleicht gönnt ich irgendwas günstiges. Oh, schau mal. Hier. Miata. Da passen wir gut rein. Wenn wir klein sind. So ein Miata wäre doch super. Oder ein Kombi. Behandelt der Kombi. Oder halt, äh, so ein Motorrad oder sowas. Alter, auf dem Motorrad bist du halt richtig geil unterwegs. Also so ein altes. Für 49.000, guck mal. Auf so einer alten Ducati unterwegs wäre auch schön. Musclecar? Irgendwie finde ich den Mustang geil. Keine Ahnung. Der Mustang. So einen richtig alten Mustang. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Leute. Ich bin mir noch sehr unsicher, ob ich mir jetzt über was gönnen soll oder ein bisschen sparen sollte. Weil ich meine, wir haben ja Autos. Das ist ja nicht. Vielleicht irgendwas, was super schnell ist, wäre geil. Aber wir haben nichts super schnelles. Wir können unter Coupé und Sportwagen gucken. Also so JDM-Sportwagen. Aber, hm. Ich weiß nicht. Ah, ich bin mir unsicher, Leute. Irgendwie wäre der Ferrari geil, aber kostet 70.000 und dann fährt er sich nicht so gut. Ich weiß nicht. Den Roller kaufe ich. Der fährt sich nämlich nice. Den kaufe ich mir irgendwann mal. Ne, ich überlege. Ich glaube, ich werde mir ein bisschen was wegsparen für das Autohaus. Dass ich vielleicht den vorschicke. Weil jetzt haben wir so viel Kohle. Also theoretisch. Ich hätte gerne so einen Testarossa, hätte ich gerne. Ich spare so ein bisschen Geld weg, Leute. Dass ich mir vielleicht beim Autohaus einen Testarossa kaufen kann. Weil Autohaus ist jetzt nicht offen dazu. Das ist jetzt insgesamt wirklich los. Also ich würde sagen, wir sparen uns den für den Ferrari. Weil den hätte ich echt gerne. Ich weiß nicht, was der kosten wird, aber ich glaube nicht allzu viel. Jo. Robin Rucksack, 5 Euro. Kauft ihr noch eine Limousine? Nee. Also Karl-Heinz, wir haben auch keine Limousine. Wir sind ja keine Großfamilie. So, der Schweizer. Danke für 25 Euro mit Hallihallo. Schau mal, der Schweizer mit Euronen. Wie schön, dass es mal einen Schweizer mit Euronen gibt. Dass es mal eingeblendet wird. Der Schweizer Frankenmänner nie eingeblendet, leider. Gaming-Catsend. Ich schaue gerade den Stream und generiere in Minecraft-Chunks vor. Aber ich tp mich zu weit weg. Gegen den Stream. Wie du bereitest Chunks vor. Achso, du meinst, dass du durch die Map fliegst, damit du schon mal die Chunks ladest. Okay. Macht man, wenn man einen Server hat manchmal, ne? Dass schon mal alles vorgeneriert wird. Äh, der D-Cabash kauft den billigen Ferrari-Kinder-Lieferer. Nein, es muss ein Testarossa sein. Nicht den billigen Ferrari. Ein Testarossa soll das sein. Vom, vom, äh, Antels Autos. Da spare ich lieber das Geld weg, Leute. Bin ich ehrlich. Da sparen wir das lieber, was wir jetzt auf dem Konto haben. Wir haben jetzt 253.000. Ich glaube, damit können wir uns den sogar leisten. So Tempo 80. 1 zu 7 braucht noch einen Schießstand. Ach, die brauchen doch keinen Schießstand. Die schießen aber irgendwo in den Wald rein. Es gibt, by the way, hier oben rechts einen Schießstand, ne? Hier irgendwo. Hier oben da ist ein Schießstand. Irgendwie in die Ecke. So. Leute, äh, ich würde aber mal sagen, wir machen da mal für heute Schluss. Weil ich schon wieder 4 Stunden 20 war 4.20. Ja. Das kommt vom Tee anbauen. So, ähm. Ich hoffe jedenfalls, dass euch dieses Film gefallen. Heute mit Karl-Heinz unterwegs. Mit den 1 zu 7. Das erste Mal, ne? Damit dann 1 zu 7 unterwegs waren. War auf jeden Fall, war sehr spannend. Kann man schon sagen. War sehr spannend. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mit den Jungs mal zusammen. Äh, ja. Und, äh. Ich würde sagen. Komm, warte, Alarm rein. Genau. Um diese Uhrzeit. Grüezi, viel Spaß mit dem Geld. Grüße aus der Schweiz, mein Lieber. Alter, vielen Tank mit 100 Euro. Dann macht der Ehrenmann noch mit Fies. Einfach mal der Schweizer mit Fies, Alter. Einfach mal mit Fies. Das sind die absoluten Ehrenmänner. Auch wenn es dann Euro ist, wenn es mit Fies ist, dann weiß ich. Die bezahlen die kompletten Gebühren. Und da 100 Euro nochmal rausgeschaltet, Alter, mit Fies, Bruder. Da geht nochmal ein fetter, fetter, fetter Kuss mit dem Like halt raus auf deinen Nacken an den Schweizer. Er ist einfach der Schweizer. So, der ist für dich. Lassen wir mal allen nochmal ein Like am Ende des Teams hier für den Schweizer, der nochmal ein Hunderter mit Fies rausgeschaltet hat. Kann man schon mal fett Danke sagen. Boah, hier geht es ja hoch. Ey, wartet mal. Das ist ja krass. Guck mal, sieht man das Schild? Ist ja voll geil, dass es hier hoch ist. Ich wusste nicht, dass es hier hoch geht. Ich wusste es gar nicht. Ist ja voll random. Voll random. Aber, äh, der Schweizer, wenn ich Kuss, 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 geht raus auf, äh, deinen Schweizer Nacken. Auf der Schweizer Nacken. Genau. Äh, geht es hier noch, geht es hier noch weiter hoch? Ich dachte, ich habe heute, ich dachte, ich habe schon alles gesehen, aber das nicht. Ey, warte, dann hätten wir hier noch einen Spot, wenn wir mal ein Problem mit der Mafia wieder hätten. Stimmt, warte. Ich muss noch aufpassen, dass ich. Boah. Jetzt habe ich aber Wunden, oder? Ach so, jetzt weiß ich, warum ich keine Wunden habe, weil ich, äh, kein Multiplayer-Model bin, glaube ich. Ja, deshalb wird es sein, weil wenn ich, äh, Karl-Heinz bis mal aufrufe, kriege ich nicht Wunden. Guck mal, von hier oben kannst du dich richtig runterballern. Eine falsche, leider keine falsche, wäre es schön gewesen. Aber hier, oder hier gegenüberliegend, ne, hier geht auch eine Leiter hoch. Schaut mal, hier geht eine Leiter, seht ihr die? Das ist schon krass, du, das ist schon krass. Hier oben, gefällt mir hier. Das ist eine schöne Aussicht auf dem Hauptplatz. So, danke nochmal an Daniel Eckert für den, äh, Noob-Controller. Vielen Dank. So, jetzt aber Leute, würde ich sagen, hauen wir mal alle rein, äh, es ist schon spät. Sollen wir mal alle schlafen gehen und, äh, wir genießen hier nochmal mit Karl-Heinz zusammen die Aussicht auf den schönen Hauptplatz. Ist, ist alles so schön ruhig hier, können wir schon fast ASMR machen. Also Leute, wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich, äh, morgen oder übermorgen? Weiß ich ja, schon 0.06. Bzw ja jetzt 0.09, genau. Äh, ja, wir, ich darf sagen so, wir sehen uns, sehen uns dann, wenn es soweit ist, Leute. Also, ähm, haut rein und bis zum nächsten Livestream. Vielen Dank fürs Dabeisein heute, hat echt Spaß gemacht. Und, ja, hoffentlich, äh, haben wir diesmal auch wieder so Spaß wie heute. Genauso ist es, müssen wir aufpassen, dass ich hier nicht runterfall. Ja, gut. Jetzt können wir die Aussicht nochmal...